beendet. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3, Vorlage zur Kenntnisnahme, Drucksache 1969. Stellungnahme des Senats zum Bericht der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit für das Jahr 2020. Ich begrüße hierzu die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Kamp, im Abgeordnetenhaus und erteile ihr das Wort. Bitte sehr, Frau Kamp. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, meine erste Rede als Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hier im Abgeordnetenhaus halten zu dürfen. Ich habe das große Glück, eine Behörde übernommen zu haben, die über hochqualifizierte ExpertInnen verfügt, die ihre Arbeit mit viel Engagement verrichten. Ohne ihre Unterstützung wäre der Einstieg in meine Amtszeit um einiges schwieriger gewesen für Ihren Einsatz, aber vor allem auch für die Freundlichkeit, mit der mich die MitarbeiterInnen empfangen haben, möchte ich mich daher an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Wir sprechen heute über den Jahresbericht meiner Behörde für das Jahr 2020. Auch wenn das schon eine Weile her ist, so wirken viele Themen aus dem Bericht meiner Vorgängerin Maja Smolczek fort. Das Jahr 2020 war vor allem durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, auf Bildung, Ausbildung und Arbeit geprägt. Meine Behörde hat sich mit zahlreichen datenschutzrechtlichen Aspekten des Lebens in Pandemiezeiten befasst, wie zum Beispiel Kontaktlisten in Restaurants und Cafés, dem digitalen Arbeiten, im Homeoffice und in der Verwaltung. Auch die Einschränkungen bei den Besuchszeiten in der Verwaltung hatten datenschutzrechtliche Konsequenzen. Monatelang konnten keine neuen Berlin-Pässe ausgestellt werden, sodass Berlin-Passberechtigte bei Kontrollen in Bussen und Bahnen ihre Leistungsbescheide im Original vorzeigen mussten. Das sind äußerst sensitive Daten. Hier sind wir an die Senatsverwaltung herangetreten, um datenschutzfreundlichere Alternativen zu erörtern. Offenbar scheint aber das Problem weiter zu bestehen, da sich die Beschwerden inzwischen wieder häufen. Hier muss sich dringend etwas ändern. Gerne beraten wir hierzu erneut. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass aus der Digitalisierungssicht vieles im Argen lag und nun schnell mit heißer Nadeln nachgestrickt werden musste. Der Datenschutz, der blieb dabei manchmal auf der Strecke. Vor allem in den Berliner Schulen wurden die jahrelangen Versäumnisse im Bereich der Digitalisierung schnell deutlich. Es gab kaum datenschutzrechtliche Regelungen, die dafür sorgten, dass Kinder und Jugendliche im digitalen Unterricht sorglos und unbeachtet lernen konnten. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die aus dem Jahr 1994 stammenden und somit völlig veralteten Rechtsgrundlagen für den Einsatz digitaler Werkzeuge überarbeitet wurden. Während das neue Schulgesetz nun auch bereits in Kraft ist, warten wir immer noch darauf, dass die angepasste Schuldatenverordnung und die digitale Lehr- und Lernmittelverordnung wirksam werden. Auch haben wir die Berliner Bildungsverwaltung im Jahr 2020 intensiv zum Lernraum Berlin beraten. Dabei konnten wir in einem konstruktiven Prozess viele datenschutzrechtliche Defizite identifizieren und notwendige Verbesserungen erzielen. Natürlich war das ein mühsamer Weg. Gerade im Schulbereich wurde oft ein Gegensatz zwischen Praktikabilität und Datenschutz behauptet. Aber heute können wir mit Stolz sagen, dass Berlin im Bundesvergleich eines der modernsten Schulgesetze hat. Ein Grund dafür, es muss nicht mehr jede Schule einzeln den Datenschutz bei digitalen Werkzeugen prüfen. Das übernimmt zentral die Bildungsverwaltung. Doch es bleibt weiterhin viel zu tun, wie die Debatte um die Beschaffung digitaler Endgeräte zeigt. Wir haben deutlich gemacht, dass die Anschaffung von Tablets der großen HerstellerInnen tatenschutzrechtlich problematisch ist. Daher begrüßen wir, dass der Hauptausschuss gerade einen Beschluss gefasst hat, wonach auch Laptops angeschafft werden sollen. Das ist ein ziemlich guter Anfang in Richtung Unabhängigkeit von Betriebssystemen. 2020 war auch das Jahr der Videokonferenzsysteme. Uns war es wichtig, die Verantwortlichen in Berlin dabei zu unterstützen, im Dickicht der angebotenen Systeme eine sachgerechte und datenschutzfreundliche Auswahl zu treffen. Deshalb haben wir praxisnahe Hinweise zum datenschutzkonformen Einsatz entsprechender Produkte veröffentlicht. Einige AnbieterInnen haben daraufhin technische und rechtliche Mängel beseitigt. Das hat uns natürlich besonders gefreut. Im Kern der ganzen Datenschutzdebatte um die Videokonferenzsysteme geht es doch darum, dass verantwortliche Systeme einsetzen, die sie kontrollieren können. Das ist ein wesentliches Element der Datenschutzgrundverordnung. Kontrollieren heißt, zunächst einmal Kenntnis davon zu haben, was mit personenbezogenen Daten geschieht und ob eigene Zwecke durch die DiensteanbieterInnen verfolgt werden. Wenn es schon an dieser Kenntnis fehlt, dann gibt es auch keine Kontrolle. Dies gilt für alle Verantwortlichen, aber doch insbesondere für die an die Gesetzmäßigkeit gebundene öffentliche Verwaltung. Wenn nun zu Beginn der Pandemie die Priorität darauf lag, Verwaltungstätigkeit aufrechtzuhalten, dann ist das grundsätzlich nachvollziehbar. Inzwischen gibt es aber datenschutzkonforme Alternativen, die auch die Belastungsbedarfe abdecken. Wer dann weiterhin auf Systeme setzt, deren Datenverarbeitung intransparent und nicht kontrollierbar ist, der muss sich unseren Fragen stellen. Auch die aktuelle Debatte um die Verwendung von Microsoft 365 oder die Debatte zum Einsatz von Social Media durch öffentliche Stellen trifft genau diesen Kern. Wie staatliche Stellen von Anfang an den Datenschutz mitdenken können, hat uns zum Beispiel die Corona-Warn-App gezeigt. Sie beweist, dass datenschutzfreundliche Lösungen schnell und effektiv entwickelt werden können, wenn alle an einem Strang ziehen. Die App ist damit ein Vorbild für andere digitale Projekte der öffentlichen Verwaltung. Von großer Bedeutung war im Jahr 2020 das Schrems-II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das Gericht erklärte damit die Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA erneut für ungültig. Wir haben das Urteil begrüßt und die Verantwortlichen in Berlin zu den Konsequenzen beraten. Derzeit verhandelt die Europäische Kommission mit den USA über einen neuen Angemessenheitsbeschluss. Wir werden sehen. Auch der Beginn der umfangreichen Beratung zum Berliner Landeskrankenhausgesetz durch meine Behörde fällt in das Jahr 2020. Das Gesetz wurde im vergangenen Jahr erneut geändert und Krankenhäuser können nun im Ergebnis bei der Datenverarbeitung auch auf DienstleisterInnen zurückgreifen, die nicht selbst ein Krankenhaus sind oder als Unternehmen einem Krankenhauskonzern angehören. Allerdings darf die Verarbeitung lediglich durch Personen erfolgen, die einer dem deutschen Strafrecht entsprechenden Verschwiegenheitspflicht und einem Zeugnisverweigerungsrecht unterliegen. Damit wird dem besonderen gesetzlichen Schutz von PatientInnen-Daten Rechnung getragen. Ein weiteres Thema im Jahr 2020 war die Speicherpraxis der Berliner Polizei und die missbräuchlichen Zugriffe auf die Polizeidatenbank Polix. Wir überprüfen bereits seit mehreren Jahren zum Beispiel Abfragen personenbezogener Daten in Polizeidatenbanken, die in einem Zusammenhang mit rechtsextremen Morddrohungen stehen könnten. Die beharrliche Weigerung der Polizei, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen, haben wir 2020 förmlich beanstandet. Leider kamen solche Vorfälle auch in den darauffolgenden Jahren vor. Sie sehen, es gibt diese Fälle und sie wiederholen sich. Im Bereich der Polizei fehlen aber nach wie vor wirksame Durchsetzungsbefugnisse für meine Behörde, wie sie das europäische Recht vorsieht. Nachbesserungen sind von der Innenverwaltung nicht gewünscht, wie die Diskussion im Digitalisierungs- und Datenschutzausschuss kürzlich deutlich gemacht hat. Wir bleiben dran. Gegebenenfalls wird der Europäische Gerichtshof im anhängigen Vertragsverletzungsverfahren dann die Richtung vorgeben. Positiv zu erwähnen sind die Fortschritte beim Polizeigesetz, das auch die Einführung von Bodycams regelt. Wir haben den Gesetzgebungsprozess hier eng begleitet. Der Einsatz der Bodycams ist zunächst zeitlich befristet. Der Probelauf soll wissenschaftlich evaluiert werden. Nun ist ja die Ausstattung mit Bodycams wieder ganz aktuell in der Diskussion. Ich empfehle, die angestoßene Evaluierung des Probelaufs auszuwerten und evidenzbasiert zu entscheiden. Das Berliner Datenschutzgesetz wurde ebenfalls im Jahresbericht 2020 behandelt. Bereits damals haben wir darauf hingewiesen, dass verschiedene Regelungen des Gesetzes nicht den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Gerade im Bereich der Datenschutzaufsicht sind erhebliche Mängel festzustellen. Meine Behörde verfügt weiterhin nicht über die nötigen Vollstreckungsbefugnisse bei Anhörungen gegenüber öffentlichen Stellen. Ich hoffe sehr, dass die notwendige Evaluation des Gesetzes und die Reform nun zügig angepackt werden. Auch Sie, sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sind im parlamentarischen Raum an den Datenschutz gebunden. Bisher gibt es in Ihrem Haus keine Instanz für den Datenschutz, wie sie in anderen Bundesländern bereits existiert. Last but not least möchte ich auf das im Koalitionsvertrag vereinbarte Transparenzgesetz zu sprechen kommen. Der in der letzten Legislaturperiode vorgelegte Gesetzentwurf blieb weit hinter unseren Erwartungen zurück. Vor allem die vorgesehenen umfassenden Bereichsausnahmen widersprachen den Anforderungen an ein modernes Gesetz. Nun ist wieder Bewegung in die Sache gekommen, bis heute aber leider kein Gesetz verabschiedet worden. Auch die Verwaltung kann übrigens das Transparenzgesetz gebrauchen. Eine Studie zum Hamburger Transparenzgesetz zum Beispiel zeigt, dass auf die proaktiv veröffentlichten Informationen insbesondere auch die Verwaltung selbst für ihre Arbeit zugreift, sozusagen auf dem kurzen Dienstweg. Der Ball liegt bei Ihnen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, es bleibt noch viel zu tun, wenn wir die Informationsfreiheit voranbringen und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung den Stellenwert geben wollen, den ihm das Grundgesetz verleiht. Dass dies auch den Berlinerinnen und Berlinern am Herzen liegt, zeigt nicht zuletzt die hohe Zahl der Anfragen und Beschwerden, die uns erreichen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Menschen zu unterstützen. Helfen Sie uns dabei mit entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und den nötigen Befugnissen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kamp. Und für die Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit bis zu zehn Minuten zu. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD. Herr Lehmann, bitteschön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Letzte Woche hat der Senat zwar seine Stellungnahme zum Bericht der Datenschutzbeauftragten beschlossen, aber für den Bericht 2021. Wir heute sprechen über den Bericht von 20. 20, 2020, da stand an meiner Stelle hier noch der Kollege Kohlmeier, der sicherlich dem einen oder der anderen in liebevoller Erinnerung geblieben ist. Und auch die Datenschutzbeauftragte war da noch eine andere und dann gab es lange keine Datenschutzbeauftragte. Und genau deswegen hat dieser Bericht so lange auf unserer To-Do-Liste gewartet, denn wir wollten das nicht abschließend behandeln, ohne eine politisch legitimierte Stimme für den Datenschutz dabei zu haben. Und genau diese haben wir jetzt mit Frau Kamp als neuer Datenschutzbeauftragten. Es ist ein wichtiges Symbol, dass das Parlament auch mitten im Wahlkampf die Gelegenheit nutzt, ausführlich über den Datenschutz zu reden. Denn dabei geht es um ganz grundlegende Werte. Wie viel darf der Staat über seine Bürgerinnen und Bürger wissen? Welche Grenzen setzen wir Unternehmen beim Datensammeln? Und welche Grenzen setzen wir Populisten? Welche Grenzen setzt man zum Beispiel der Berliner CDU und den Schnuller-Nazis von der AfD bei der Frage nach dem Namen von Silvester-Chaoten? Auch hier geht es neben rassistischen Ressentiments auch um Datenschutz. Herr Lehmann, der Ausdruck, den Sie gerade verwendet haben, um parlamentarisch. Ich bitte, so etwas zu unterlassen. Ich möchte das Gericht wiederholen. Auch hier geht es neben rassistischen Ressentiments auch um den Datenschutz, wie die Innenverwaltung von Senatorin Spranger ganz zu Recht Anfang dieser Woche darstellte. Und einige denken vielleicht auch, gibt es in Zeiten von Krieg und Krisen nichts Wichtigeres. Nein, im 21. Jahrhundert stehen wir vor vielfältigen und großen Herausforderungen. Aber eine von diesen ist eben genau unser Umgang mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz und mit dem Datenschutz. Zum Beispiel verschiebt sich die Macht in der Welt und China positioniert sich als neuer Gegenpol zu unseren Demokratien. Anstatt die Daten Einzelner vor Übergriffen zu schützen, stehen dort Total-Digitalisierung und Total-Überwachung auf der Tagesordnung. Jedes Verhalten wird getrackt und bewertet. Eine Privatsphäre gegenüber dem Staat existiert nicht. So etwas dürfen wir als Demokraten hier nicht zulassen. Zum Schutze unserer Bürgerinnen und Bürger. Dass wir das aber auch bei uns ernst nehmen müssen, zeigt die aktuelle Diskussion um die Kontrolle sämtlicher Chat-Gespräche, also die Chat-Kontrolle. Hier werden wir verhindern müssen, dass Grenzen überschritten werden. Dann gibt es außerdem die Gefahr, die von quasi monopolistischen großen Unternehmen ausgeht. Für ein profitorientiertes Unternehmen spielt es keine Rolle, was Datenschutz ist. Er ist nur hinderlich. Es ist an der Politik, es ist an uns, hier Grenzen zu setzen. Die neuen Vorschriften der Europäischen Union sind wichtige Bausteine dafür, mit denen das schon teilweise gelungen ist. Wir können auch mit Datenschutz zeigen, dass wir die Rechte einzelner Waren und zugleich erfolgreiche Digitalunternehmen etablieren können. Dem rot-grün-roten Berlin, mit dem deutschlandweit meistens Start-ups, kommt dabei eine besondere Rolle zu. Kommen wir jetzt zum Datenschutzbericht 2020. Viele Themen sind nach wie vor aktuell. Frau Kamp hat schon einige erwähnt. 2020 geriet der Einsatz von Videokonferenzen in den Fokus der Datenschützer. Auch das hat Frau Kamp angedeutet. Videokonferenzen gehörten aus bekannten Gründen plötzlich für viele für uns zum Alltag. In Zusammenarbeit mit den Anbietern konnten die diverse Datenschutzmängel ausgeräumt werden. Ein zentraler jedoch nicht. Die Datenverarbeitung durch US-Unternehmen, selbst wenn diese auf Servern in Deutschland oder in Island erfolgt. Nach den Schrems-II-Urteilen ist damit ein datenschutzkonformer Einsatz der meisten US-Videodienste bisher kaum möglich. Ohne zu weit auszuholen, kann gesagt werden, dass dieser Konflikt eine längere Geschichte hat. Frau Kamp hat ihn aufgezeigt. Zwei Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union sind vom Europäischen Gerichtshof für unzureichend erklärt worden. Und seit März letzten Jahres wird nun an einem neuen Angemessenheitsbeschluss gearbeitet. Wir werden sehen, ob Brüssel unsere Erwartungen erfüllt und welche Folgen das dann für uns in Berlin haben wird. Das zweite Thema, das nach wie vor aktuell ist, ist die Zusammenarbeit mit der Polizei bei Fragen des Datenschutzes. Auch das hat Frau Kamp angesprochen. Es ist immer wieder, beschwert sich die Datenschutzbeauftragte über die mangelhafte Kontrolle der Polizei und zu wenig Kontrollrechte auf diesem Gebiet. Wir haben in Berlin, das gilt für ganz Deutschland, das Gleichgewicht zwischen einem starken Datenschutz und effektiver Polizeiarbeit noch nicht ganz gefunden. Diese immer wiederkehrenden Probleme zeigen, wie schwierig es ist, erstens den Datenschutz von Bürgerinnen und Bürgern, zweitens die wichtige Arbeit der Sicherheitsbehörden und drittens die notwendige Kontrolle durch die Datenschutzbeauftragten in Einklang zu bringen. Aber auch hierfür wird in Berlin mit Rot-Grün-Rot eine Lösung gefunden werden. Und schließlich ein dritter Punkt, immer neue Technologien wie zum Beispiel die der künstlichen Intelligenz sorgen dafür, dass Datenschutz nie abschließend geregelt sein kann. Unser Auftrag als Gesetzgeber ist es aber, dennoch moderne und klare Regeln festzulegen, die zeitgemäß sind. Und auch das kann die Berliner Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Auch schon 2020 erwähnt ist das Ring um ein neues Transparenzgesetz für Berlin. Auch das hat Frau Kamp angesprochen. Was die Verwaltung weiß, sollen natürlich auch die Berlinerinnen und Berliner wissen. Die Verwaltung soll transparent und ihre Daten sollen für alle zugänglich sein. Dazu konnten wir in den vergangenen Monaten gute Fortschritte erzielen. Und das wurde leider durch die vermutlich anstehenden Wiederholungswahlen unterbrochen. Ich bin mir aber sicher, dass wir nach dem 12. Februar daran weiterarbeiten und mit der Rot-Grün-Roten Koalition das Transparenzgesetz noch dieses Jahr als erstes angehen werden. Soweit zum Datenschutzbericht 2020. Gerne würde ich Gelegenheit auch noch nutzen, einen etwas schlechten Ruf des Datenschutzes dagegen zu tun. Ich habe zwei Punkte herausgesucht, die ich beispielhaft aufzeigen möchte. Der erste ist, dass der Datenschutz nicht im privaten Umfeld gilt. Ja, es gibt natürlich die sogenannte Haushaltsaufnahme. Niemand muss sich Sorgen machen, wenn er die Telefonnummer aufschreibt, eine Adresse vom Freund oder ein Geburtsdatum. Aber auch im privaten Bereich sollten wir Vorsicht walten lassen, wenn wir mit personenbezogenen Daten von Dritten hantieren. Wenn ich zum Beispiel Menschen mit einer Dashcam im Auto oder mit einer Überwachungskamera mein Grundstück filme, muss ich die Datenschutzregeln kennen und beachten. Auch wenn ich eine App mal schnell erlaube, meine Kontakte zu durchsuchen, gebe ich damit die Erlaubnis auf Zugriff fremder Daten und das ohne Zustimmung der betroffenen Personen. Und gleiches gilt, wenn ich E-Mails mit einem großen Verteiler offen verschicke. Im Zweifel gilt, fragen Sie bei der Datenschutzbeauftragten nach. Dort wird Ihnen schnell und verständlich geholfen. Häufig wird Datenschutz auch angeführt, um vom eigenen Versagen abzulenken. Dann heißt es schnell, ja, wir würden ja gerne machen, aber wegen des Datenschutzes geht es nicht. Das ist natürlich Quatsch. Frau Kamp hat das Beispiel Corona-Warn-App auch erwähnt. Laut waren doch damals die Rufe, Sie werden sich erinnern, dass die Corona-Warn-App zentral Daten speichern sollte, weil dann der Zugriff besser ist, genau wie in Frankreich. Am Ende hat aber Deutschland gezeigt, wie eine dezentrale Open-Source-Corona-Warn-App mit starkem Datenschutz funktioniert und diese europaweit zur Verfügung gestellt. Der Datenschutz blockiert nicht pauschal, er gibt die Entscheidungsmacht über die eigenen Daten nur dort, wo sie hingehört. Nämlich in die Hände unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte die Gelegenheit hier auch nutzen, um zu danken. Zuerst natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Datenschutzbehörde und auch darf die ehemalige Datenschutzbeauftragte, Frau Smolczyk, nicht vergessen werden, die für diesen Bericht 2020 noch Verantwortung trug und das Amt in ihren fünf Jahren als Datenschutzbeauftragte groß prägte. Mein Dank gilt auch ganz besonders Herrn Brosio, der über viele Monate die Berliner Datenschutzbehörde kommissarisch geleitet und auch an den Ausschusssitzungen gewinnbringend teilgenommen hat. Und natürlich möchte ich mich bei der neuen Berliner Datenschutzbeauftragten, Frau Kamp, bedanken, die sich schnell in den gesamten Berliner Datenschutz eingearbeitet hat und konstruktiv und kritisch mit uns zusammenarbeitet. Auch die zivilgesellschaftlichen Akteure möchte ich noch nennen. Ohne das ständige Drängen auf die Durchsetzung und Verbesserung des Datenschutzes wären wir hier in Deutschland und besonders in Berlin noch lange nicht so weit. Zwei möchte ich herausgreifen. Zum einen den Berliner Landesverband von Transparency International und zum anderen den Verein Mehr Demokratie. Beide Organisationen sind besonders durch überaus sachverständige und hilfreiche Kommunikation aufgefallen. Zum Schluss, ich freue mich schon auf die weiteren Digitalisierungs- und Datenschutzthemen, die wir als rot-grün-rote Koalition für unsere Bürgerinnen behandeln dürfen. Ob wir uns hier aber in allergleicher Formation weiter zu diesen Themen wiedersehen, steht ja in den Sternen. Aber das liegt jedenfalls nicht am Datenschutz. Vielen Dank. Vielen Dank und als nächstes hat für die CDU-Fraktion der Kollege Förster das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hatte den ersten Entwurf dieser Rede bereits für Februar 2022 vorbereitet. Das war aber auch ganz gut so, denn dadurch waren die Eindrücke und Informationen zum Datenschutzbericht 2022 noch frischer. Die Debatte, und das haben wir ja gerade gehört, wurde jedoch vertagt, da die Koalitionsfraktionen es nicht geschafft hatten, die Stelle von Maja Smolczyk zeitnah nachzubesetzen. So wichtig ist ihnen das Thema Datenschutz. Wir erinnern uns alle, die Amtszeit der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit endete im Januar 2021 und konnte aufgrund gesetzlicher Vorschriften um weitere neun Monate verlängert werden. Selbst in dieser Nachspielzeit haben sie es allerdings nicht hinbekommen. So wurde die Stelle mit Ablauf des 27. Oktober 2021 verkannt. Ein Armutszeugnis für die Sinatsparteien. Daraufhin hat der Stellvertreter von Maja Smolczyk, Herr Volker Brozio, die Amtsführung kommissarisch übernommen. Fast zwölf Monate führte er die Behörde kommissarisch. Dafür müssen wir ihm alle danken. Mit der Wahl und Ernennung von Maike Kamp endete dann endlich diese Vakanz. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen, Frau Kamp. Ich muss aber hier nochmal feststellen, die Koalitionsfraktionen sind für dieses Versagen verantwortlich, dass wir so lange auf die Nachbesetzung warten mussten. Ähnlich sieht es übrigens auch beim Transparenzgesetz aus. Laut Koalitionsvertrag sollte das Gesetz im Jahr 2022 eingeführt worden sein. Wenn ich das im Kalender allerdings richtig gesehen habe, dann leben wir alle schon im Jahr 2023. Wieder einmal sehen wir, dass der Koalitionspapier nicht einmal das Papier wert ist, auf den Sie das geschrieben haben. Nach Ihren großen Versprechungen in der Plenardebatte, die wir am 9. Juni 2022 zu einem FDP-Gesetzesentwurf geführt haben, ist der Antrag der Kollegen der FDP in den Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz gegangen. Dort war eine Anhörung zum FDP-Entwurf vorgesehen und ein Koalitionsentwurf sollte folgen. Dabei mussten allerdings die Vertreter der SPD-Fraktion dann kleinlaut bekannt geben, dass sie das Ganze vertagen müssen. Scheinbar haben sie sich untereinander nicht einigen können. Und die eingeladenen Experten mussten unverrichteter Dinge wieder heimfahren. Ich möchte hier auch noch mal sagen, so geht man nicht mit Anzuhörenden um. Erst laden Sie die Angehörigen ein, dann schicken Sie die wieder nach Hause. Und alles nur, weil sich untereinander scheinbar nicht mehr grün sind. Und Herr Lehmann, ich glaube nicht Ihre Worte, wenn Sie sich heute hier hinstellen und sagen, das ist das Erste, was Sie im Jahr 2023 zusammen machen wollen. Ich hoffe, dass Sie drei Koalitionäre gar nicht mehr die Gelegenheit haben, zu dritt so etwas zu machen. Überlassen Sie das Ganze anderen, damit wir an der Stelle auch weiterkommen. Sie schreiben sich Bürgerbeteiligung und Transparenz immer auf die Fahnen. Wenn es denn aber darum geht, das mit Leben zu füllen, bleibt es bei Ihren hohlen Phrasen im Koalitionsvertrag. Heute debattieren wir aber den Bericht des Jahres 2022. 2022, 2020, Verzeihung der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, sowie die Stellungnahme des Senats dazu. An dieser Stelle möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung der Datenschutzbeauftragten für die Zusammenstellung dieser vielen und sehr vielfältigen Punkte danken. Der Datenschutz tangiert viele Bereiche und man muss sich selbst, aber auch die Verwaltung darauf sensibilisieren. Die Jahre der Corona-Pandemie dürften aus Sicht des Datenschutzes sehr herausfordernde Jahre gewesen sein und der Bericht spiegelt dies sehr deutlich. Das plötzliche Improvisieren in vielen Bereichen ging natürlich einher mit datenschutzrechtlichen Fragen. Und wir reden hier über sehr unterschiedliche Dinge. Da ist die Corona-Warn-App, die auf einem Großteil der Handys in diesem Land lief und auch noch läuft. Hier muss man aus meiner Sicht die ehrliche Frage stellen, ob der Aufbau der Warn-App mit ihrem hohen datenschutzrechtlichen Level so hilfreich war. Denn man wird doch über den Zeitpunkt des Risikokontaktes sehr im Unklaren gelassen, obwohl es für die eigene Risikoabschätzung besser wäre, den Zeitraum etwas genauer einschränken zu können. Bei dem Thema hätte ich mir mehr Kompromiss gewünscht, um den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung zu überlassen. Ich hoffe, wir haben daraus gelernt und werden es bei einer künftigen Pandemie besser machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Erfassung von Kontaktdaten in der Gastronomie und auf Veranstaltungen, was auch nicht so optimal gelaufen ist. Sie erinnern sich vielleicht, manche Gastronomen haben keine Daten erfasst. Aus Sicht der Datensparsamkeit natürlich optimal, aus Sicht der Pandemiebekämpfung eher suboptimal. Manche haben vorbildlich auf separaten Zetteln für jeden Gast Daten erfasst. Manche haben sehr schnell auf entsprechende Fs gesetzt. Und manche haben Listen herumgereicht, sodass man sehr leicht die Daten des Nachbartisches einsehen konnte. Das war ein Einfallstor für jeden, der einmal ein paar Delikte begehen wollte und sich Identitätsdaten von anderen Menschen verschaffen wollte. Es ist gut, dass die Datenschutzbeauftragte hier entsprechende Formulare seinerseits zur Verfügung gestellt hat. Geändert hat sich aber im Alltag wenig. Die Gastronomen, die durch die Pandemie und deren Bekämpfung sehr gebeutelt waren, haben dann eher selten auf datenschutzkonforme Formate zurückgegriffen. Hier hätten Senat und Bezirke viel mehr tun müssen, um auch dafür zu werben. Vermutlich hatten sie aber keine Zeit, um sich darum zu kümmern. Denn mit der Ausrede der Pandemie haben sie sehr viele Dinge in der Stadt damals nicht bekämpfen können. Massig datenschutzbezogene Probleme gab es im Bereich der Schulen, vor allem beim Fernunterricht, aber auch darüber hinaus zum Beispiel beim Handling der Maskenpflicht. Deutlich größer sind die Probleme bei den Fragen der Digitalisierung. Die Datenschutzbeauftragte legt hier den Finger in die Wunde und ich kann mich dem voll und ganz anschließen. Ich möchte daher aus dem Bericht zitieren. Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, dass das Land Berlin es über viele Jahre versäumt hat, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Schülerinnen und ihre Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, das digitale Lernen in der Praxis umzusetzen. Zitat Ende. An sich ist das schon genug, aber der Bericht skizziert das Versagen des Senats noch deutlicher. Was ich auch für diejenigen zitieren möchte, die das nicht gelesen haben. Es ist ernüchternd feststellen zu müssen, dass mit Blick auf eine nun bereits viele Monate andauernde Pandemie und erneut notwendige Schulschließungen auch zum Ende des Jahres 2020 keine positive Bilanz gezogen werden kann. Im Gegenteil, die im Frühjahr festgestellten Defizite bestehen teilweise unverändert fort. An vielen Schulen wird nach wie vor auf digitale Lernwerkzeuge zurückgegriffen, die mit dem geltenden Datenschutzrecht nicht vereinbar sitzt. Und im Übrigen kommt die Digitalisierung der Schulen nur sehr schleppend voran. Zitat Ende. Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer stand vor schwierigen Entscheidungen, wenn es darum ging, sich für die Anwendungen zu entscheiden. Sie haben in der Pandemie einen guten Job gemacht. Auch sie mussten sich an die neue Situation erst einmal gewöhnen. Unterstützung gab es vom Senat viel zu spät. Man hat diejenigen, die in den Schulen die Arbeit gemacht haben, in Stich gelassen. Eine traurige Kontinuität von weit über 20 Jahren SPD-Schulpolitik, die sich auch in den wechselvollen Zeiten der Pandemie nicht verändert hat. Ich will aber auch hier gar nicht die Schuld allein der SPD suchen, die sich in ihrer Mittelmäßigkeit bereits fest eingerichtet hat. Grüne und Linken scheinen das ebenso egal zu sein. Und das hört auch nicht auf. Denn auch der Datenschutzbericht 2021 berichtet, dass die SPD-geführte Bildungsverwaltung den Datenschutzbeauftragten nur sehr spät eingebunden und anfangs seine Vorschläge ignoriert hat, als es darum ging, rechtliche Regelungen für die Nutzung von digitalen Lernen und Lernmethoden zu schaffen. Erst als er konkrete Formulierungsvorschläge an die Koalitionsfraktionen gegeben hat, lenkte man ein und die Vorschläge wurden in einer Novellierung des Schulgesetzes beschlossen. Seit 2018 mahnt die Datenschutzbeauftragte eine Novellierung der Schuldatenverordnung an, da diese mit der gesetzlichen Lage, aber auch mit der Realität nicht mehr wirklich kompatibel ist. Die Verordnung stammt aus dem Jahre 1994. Einige Abgeordnete hier in diesem Raum sind sogar jünger. Die letzte Änderung an der Verordnung stammt laut Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungsdatenbank aus dem Jahr 2010. Ich muss Ihnen nicht sagen, die Welt hat sich seit 2010 weiter gedreht. Nur in der Bildungsverwaltung, im Speziellen, aber auch in vielen anderen Verantwortungsbereichen des Senats scheinbar nicht. Daher an Sie, drei Koalitionäre, wenn Sie nicht mehr wollen, dann packen Sie Ihre Sachen, überlassen Sie es anderen Parteien, die es besser wollen, die es besser meinen mit dieser Stadt. Ich hoffe, dass der 12. Februar dort dann die Chance und die Zeit für alle Berlinerinnen und Berliner ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Herr Kollege Ziller das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegin, sehr geehrte Frau Kamp, auch im Namen meiner Fraktion möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ihnen aber auch Ihrer Vorgängerin bedanken. Sie tragen Jahr für Jahr dazu bei, die schützenswerten Daten von Bürgerinnen und Bürgern im wahrsten Sinne des Wortes zu beschützen. Und auch wenn 2020 schon eine Weile vorbei ist, zeigen die Zahlen doch, wie wichtig das Thema Datenschutz ist und bleibt. Sie haben viele Verfahren eröffnet, mehr gegenüber privaten Stellen als gegenüber den Behörden. Sie haben über 2.400 Personen beraten im Datenschutz, also Personen, die aktiv auf Sie zugekommen sind und gefragt haben, wie kann ich richtig mit Datenschutz umgehen. Das ist das, was wir wollen. Vielen Dank dafür. Und bevor ich noch ein paar Punkte zum Bericht sage, gestatten Sie mir ein paar Worte zu dem Kollegen der CDU davor. Dass, naja, wer den Ausschuss regelmäßig verfolgt, der fragt sich, was Sie hier eigentlich für ein Spiel spielen. Im Ausschuss interessieren Sie sich weder für Datenschutz, auch für das Transparenzgesetz ist Ihr Interesse äußerst überschaubar. Die FDP hat sich die Mühe gemacht, auch zweimal in der letzten und in dieser Legislatur eigene Vorschläge zu machen. Von der CDU habe ich im Ausschuss noch nichts erlebt in all den Jahren. Und auch beim Datenschutz sind Sie tatsächlich nicht als Schützerin von Daten aufgefallen. Insofern kann man die Berlinerinnen und Berliner nur dazu abraten, Sie zu wählen, zumindest nicht, wenn Sie für Datenschutz ein Herz haben. Im Bericht, vieles wurde schon gesagt. Ich will mich dem meisten, was der Kollege Lehmann gesagt hat, anschließen und gar nicht alle Themen nochmal wiederholen. Ich will auch auf das Thema Videokonferenzen ganz kurz eingehen, weil ich glaube, das war sehr symptomatisch. Die Datenschutzbeauftragte hat sich sehr früh bemüht, mit Orientierungshilfe und Checkliste Lösungen anzubieten. Aus heutiger Sicht muss ich ehrlich sagen, hat das wenig Erfolg gehabt, beziehungsweise wurde viel zu wenig angenommen. Ich glaube, im Nachgang der Pandemie müssen wir lernen, dass auch in Krise genau so eine Hilfen auch angenommen werden. Und bei allem Verständnis, dass man in der Krise auch manchmal Kompromisse machen muss, so wie das dann auch die ganze Zeit beim Datenschutz gemacht wurde, ist das sicherlich nichts, was Zukunft hat. Gestatten Sie mir noch einige Worte für den Ausblick. Was haben wir dieses Jahr vor? Wir werden gemeinsam mit Maike Kamp die Novellierung des Datenschutzgesetzes anfangen. Ein paar Punkte wurden ja schon benannt, die auf der Agenda stehen. Stichworte sind sicherlich die Anordnungsrechte. Wir werden nachjustieren bei der Umsetzung der JI-Richtlinie. Wir werden auch die Frage von Bußgeldern gegenüber der öffentlichen Verwaltung noch mal diskutieren, um die Effektivität der Datenschutzbehörde zu erhöhen. Und wir haben als Abgeordnetenhaus noch eigene Baustellen. Wir müssen unsere Datenschutzordnung verabschieden. Die liegt noch im Rechtsausschuss im Rahmen der ganzen Geschäftsordnungsdebatte. Ich denke, das ist etwas, was wir am Anfang des zweiten Teils der neuen Legislatur dringend machen müssen. Wir haben unser Transparenzgesetz. Die Kolleginnen sind darauf eingegangen. Wir haben einen gemeinsamen Entwurf als Koalition. Der muss jetzt noch durch alle Fraktionen. Der wird dann auch noch mal mit allen öffentlich, glaube ich, diskutiert. Und dann werden wir den auch in diesem Jahr beschließen, Kollege Lehmann. Ich nehme Sie da beim Wort, dass wir diesmal das auch halten. Und als letzten Punkt, auch für die Haushaltsberatung haben wir noch ein paar Baustellen. Wir haben im Koalitionsvertrag uns die Datenschutzberatung vorgenommen als Stärkung. Sie sehen, es gibt viel zu tun. Aber ich glaube, 2023 kann ein Jahr für mehr Datenschutz werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nun hat der Kollege Wallender für die AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir debattieren heute über den Datenschutzbericht aus dem Jahr 2020 und die seinerzeitige Stellungnahme des Senats. Also über einen Bericht, der sich auf Dinge bezieht, die schon vor über drei oder knapp drei Jahren tatsächlich geschehen sind. Es ist schon beeindruckend, wie sehr das parlamentarische Geschehen von der schnelllebigen Realität entrückt ist. Je mehr Zeit die Politik für das Wühlen in der Vergangenheit aufwendet, desto weniger freie Kapazität bleibt, um sich um eine positive Gestaltung der Zukunft zu bemühen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir gerade jetzt über Dinge reden, die vor knapp drei Jahren passiert sind. Denn einige Dinge, die so ab März 2020 in Deutschland geschehen sind, lohnen sich ja durchaus, nochmal retroperspektivisch betrachtet zu werden. Das dachte sich übrigens auch die damalige Landesdatenschutzbeauftragte Frau Smolczek und hat daraus direkt das erste Kapitel ihres Berichts gemacht, überschrieben mit dem schlagwortartigen Überschrift Schwerpunkte. Worum geht es in diesem Kapitel? In erster Linie um datenschutzseitige Kollateralschäden der Corona-Politik. Überhastet wurden teils fragwürdige Softwarelösungen wie die Luca-App beschafft. In Berlin sehr teuer für Steuergelder, kaum genutzt von den Gesundheitsämtern, was nicht dem Datenschutz entspricht. In Mainz sogar von der Polizei rechtswidrig verwandt, um Ermittlungen zu führen. In Geschäften des Einzelhandels sowie der Gastronomie wurden massenhaft personenbezogene Daten erhoben, bei denen zunächst völlig unklar war, wie lange diese vorzuhalten waren und wo wir bis heute nicht wissen, in welche unerwünschten Kanäle diese personenbezogenen Daten abgeflossen sein könnten. Und Herr Lehmann, wenn Sie gerade China als Beispiel ansprechen, ausgerechnet, Ihr Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, hat in der Corona-Pandemie China immer als Vorbild genommen, auch was die Nachverfolgung von Corona anging. Und ausgerechnet, dieser Gesundheitsminister war alles andere als ein Datenschutzfreund. Insofern, wenn Sie sich hier hinstellen und China als mahrendes Beispiel anwenden, dann reden Sie doch mal mit Herrn Lauterbach, bitte. Und im Bereich der Schulen wurde im Schnellverfahren der Online-Unterricht organisiert, wobei natürlich auch Datenflüsse zu ausländischen Plattformbetreibern entstanden, wo sich diverse datenschutzrechtliche Bedenken ergeben. Der Datenschutz wurde in der Zeit der Corona-Maßnahmen sowie anderer Grundrechte weitestgehend entkernt. Vielerorts wurden Sammlungen besonders schützenswerter Gesundheitsdaten angelegt. Und inzwischen wissen wir, dass etliche der seinerzeitigen Maßnahmen nicht einmal zielführend und wahrscheinlich vielfach auch nicht verfassungskonform waren. Eigentlich steht bezogen auf den Themenkomplex Corona noch eine umfangreiche Aufarbeitung aus, nicht nur aus datenschutzrechtlicher Perspektive. Aber das dürfte hier wohl am Thema vorbeigehen und deswegen wenden wir uns mal einem anderen Problemfeld im Datenschutzbericht zu. Der hat nämlich noch einige andere Punkte zu bieten, wobei ich hier aber gar nicht alles ansprechen kann. Exemplarisch möchte ich auf den Punkt 2.3 eingehen, überschrieben mit Registermodernisierung und Datencockpit. Nicht, dass der Datenschutzbericht bezogen auf dieses Thema besonders kommentierenswert wäre. Ich möchte das Thema eher insofern aufgreifen, weil wir hier ganz deutlich sehen, wie das derzeitige Datenschutzrecht zu einer Art Verhinderungsrecht geworden ist. Es gibt sicher gute Gründe, warum auch der Datenaustausch zwischen einzelnen Behörden nicht zügellos erfolgen sollte. Aber das Datenschutzrecht in der derzeitigen Machtart hinterlässt schon einen bürgerfeindlichen Beigeschmack. Nehmen wir doch mal das Energiegeld. Wenn der Staat seinen Bürgern das Geld auszahlen möchte, hat er angeblich keine Bankverbindungen. Möchte aber der Staat nicht gezahlte Steuern eintreiben, dann weiß das Finanzamt selbstverständlich, welches Konto man dafür vielleicht fänden könnte. Es mag vielleicht alles seine juristischen Gründe haben, warum der Zustand so ist, wie er ist. Aber was neben die Bürger war, Datenschutz wirkt als Verhinderungsrecht gegen Interessen der Bürger. Aber der Staat darf machen, was er will. So sieht es jedenfalls aus der Sicht des Durchschnittsbürgers aus. Ganz selbstverständlich weiß auch kurze Zeit nach einem Unzug in eine neue Wohnung der sogenannte Beitragsservice des angeblich staatsfernen, aber öffentlich-rechtlichen Mediums, wenn jemand in seinen neuen Wohnort zieht. Ohne Einwilligung gegenüber irgendeiner Stelle zu einer Datenweitergabe und auch ohne Widerspruchsmöglichkeit. Gleichzeitig dürfen wir beim Surfen im Internet aber auf so ziemlich jeder Website Cookie-Banner bestätigen. Und das auch oftmals für nur belanglose Daten, die erhoben werden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Ich komme zum Schluss. Eigentlich wäre es wünschenswert, wenn wir im Jahre 2023 in den deutschen Parlamenten über einen besseren Datenschutzrecht debattieren würden, anstatt ein weiteres Mal über einen Bericht aus dem Jahr 2022 zu reden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Schlüsselburg das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um es vorweg zu sagen, was Sie hier gerade wieder von sich gelassen haben, Herr Wallenda, für Ihre Reichsbürger- und Naziszene. Im Internet ist wirklich widerlich. Sie behaupten hier, dass Datenschutz Täterschutz ist. Sie behaupten, dass Datenschutz Veränderungspolitik ist. Ich weise das hier im Namen aller Demokraten zurück. Was Sie hier machen, ist wirklich unterirdisch. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kamp, auch die Linksfraktion wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit als neue Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Durch die Zuständigkeitsregeln in der DSGVO kommt auf Ihre Behörde schon seit Längerem, und das wird sich nicht ändern, gerade weil Sie den Datenschutz in der Bundeshauptstadt überwachen, stetig mehr und anspruchsvolle Arbeit zu. Das haben Sie hier eindrucksvoll geschildert. Diese Koalition hat deswegen Ihre Behörde in der Vergangenheit auch personell verstärkt. Wir treten bald wieder in Haushaltsberatungen ein. Und bitte teilen Sie uns mit, in welchen Bereichen Sie weitere Unterstützung brauchen. Denn dieser Koalition ist der Datenschutz sehr wichtig. Sehr geehrte Damen und Herren, uns ist nicht nur der Datenschutz wichtig, sondern auch die Informationsfreiheit und Transparenz. Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie durch organisierte Fake News und Verschwörungstheorien von Nazis, Reichsbürgern und der AfD bedroht wird, kann und muss die Antwort nur maximale Transparenz heißen. Und wenn alle digital und barrierefrei auf den großen Fundus öffentlicher Daten zugreifen können, ist das nicht nur eine wirksame Waffe gegen Fake News, sondern dann ist es zugleich ein Boost für die partizipative Gestaltung Berlins. Wir wollen unser Berlin nämlich nicht top-down, sondern gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Berlinerinnen und Berlinern gestalten. Und das geht nur, wenn wir unser Wissen mit Ihnen teilen. Deswegen, ja da kann man klatschen, deswegen erwartet meine Fraktion, dass wir den fertigen Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz unmittelbar nach der möglichen Wiederholungswahl zur Beschlussfassung einbringen. Denn Transparenz kann nicht länger warten. Und vor diesem Hintergrund, liebe Frau Kamp, haben wir uns sehr über Ihre Idee gefreut, zukünftig vielleicht auch einen Bericht zur Informationsfreiheit und Transparenz herauszugeben. Wir würden Sie da sehr gerne unterstützen auf diesem Weg. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir nun auf zwei Befunde aus dem Datenschutzbericht, den wir heute beraten, einzugehen. Beginnen wir mit einem Ihrer Dauerkunden, wenn man das so sagen darf, der Polizei. Ich wünsche mir, der Genosse Schulze hat ja heute Geburtstag, aber vielleicht darf ich mir auch was wünschen oder du übernimmst ihn zur Hälfte, Tobi. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft einen Datenschutzbericht geben wird, in dem die Polizei und insbesondere das Problem der unbegründeten Abfragen oder gar der Verdacht der Weitergabe von Daten aus der polizeilichen Datenbank nicht mehr vorkommen. Was haben wir da alles schon erlebt? Drohbriefe an Privatadressen, zum Beispiel von den hessischen und Berliner linken Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler und Anne Helm. Das Stalking einer verlassenen Polizeibeamtin gegen ihren Ex und dessen neue Freundin oder die zum Beispiel im Amri-Komplex bekannt gewordene immer mal wieder auftretende Praxis des Einloggings in oder Nutzen von Polix mit dem Account des Kollegen. Der Umgang mit polizeilichen Daten muss besser werden. Und das ist nicht nur im Interesse der Personen, über die Daten gespeichert werden, sondern auch im ureigenen Interesse der Polizei, weil sie dadurch wieder Vertrauen zurückgewinnen kann. Und deswegen bin ich einerseits froh, dass in dem alten Bericht zu lesen ist, dass die Polizei die Zusammenarbeit mit der Datenschutzbeauftragten verbessern möchte. Wir werden da genau hinsehen und das ist auch erforderlich, denn Sie haben es selber gesagt, die Probleme sind leider immer noch nicht abgestellt und da müssen wir definitiv besser werden. Und das bedeutet im Zweifelsfall auch, darüber nachzudenken, Ihnen entsprechende Kompetenzen im Gesetz zu geben. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Schluss einen Punkt herauszugreifen, der ein positives Beispiel dafür ist, wie fachliche Bedürfnisse mit dem Datenschutz zusammengebracht werden können. Sie haben es selber angesprochen. Ich meine auch ein positives Beispiel in der Auseinandersetzung um die Auftragsdatenverarbeitung der Krankenhäuser, was für ein schönes Wort, zu sehen. Hier haben wir es mit unserer Gesetzesänderung gemeinsam mit Ihnen, mit Ihrer Behörde und der Krankenhausgesellschaft geschafft, einerseits die hochsensiblen Gesundheitsdaten zu schützen und gleichzeitig auch zum Beispiel der Forschung dienende Zwecke rechtssicher den Weg zu ermöglichen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Ich schließe mich aber auch der Erwartung und der Hoffnung meiner Kolleginnen an, dass die Stellungnahmen des Senats zu den künftigen Berichten bitte wieder etwas schneller das Parlament erreichen und dann natürlich auch hier beraten werden können. Wichtig ist, Datenschutz als Querschnittsthema zu begreifen, Datenschutz mit fachlichen Belangen zusammenzubringen. Und ich denke, wenn wir an den positiven Beispielen anknüpfen, die es durchaus gibt, dann werden wir hier Schritt für Schritt eine Kulturrevolution hinkriegen, die dem Datenschutz und auch den fachlichen Belangen gleichermaßen dient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nun erhält der Kollege Wallender die Gelegenheit für eine Zwischenintervention. Sehr geehrter Herr Kollege Schlüsselburg, das war doch gerade eben absolut unterirdisch. Man muss es einfach mal sagen, von einem Angehörigen einer Partei, die der SED angehört hat, die seine Bürger jahrelang, jahrzehntelang überwacht und bespitzelt hat, einen Riesenüberwachungsapparat aufgebaut hat, mir solche Unterstellungen hier anhören zu müssen. Und dann behaupten Sie auch noch, ich hätte gesagt, Datenschutzrecht sei Täterrecht. Holen Sie das Plenarprotokoll mal raus. Wo habe ich das denn gesagt? Sie behaupten das hier einfach so. Und wissen Sie noch was? Wenn Sie hier die Polizei wieder in Verdacht ziehen und sagen, die Polizei, naja, da müsste man ja mal wieder genauer hingucken, da sind wieder verdächtige Strukturen, das sind alles Rassisten und so weiter. Das ist das, was Sie sinngemäß damit zum Ausdruck bringen. Wenn Sie wieder hier die Polizei in Verdacht ziehen und mit Ihren Schläger-Truppen wie Antifa und Rotfront und kommunistische Plattformen und alles, was Sie an Truppen haben, sich hier hinzustellen und uns in die Nähe des Nationalsozialismus zu setzen, Sie, internationaler Sozialist, sollten sich mal wirklich was schämen. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön, Herr Kollege Schlüsselburg, Sie haben die... Vielen Dank, Frau Frau Präsidentin. Wenn sich hier einer schämen sollte, Herr Wallender, gucken Sie mich an, wenn ich Ihnen antworte, dann ist es eine Partei, die eine ehemalige Bundestagsabgeordnete hat, die gerade einsetzt, in der Untersuchungshaft sitzt, weil sie beteiligt ist an möglichen Umsturzplänen, Mord- oder Verschleppungsplänen gegen Bundespolitiker und gegen unsere demokratischen Institutionen. Sie sind der Allerletzte, der hier in irgendeiner Art und Weise Nachhilfeunterricht zu erteilen hat. Und allen Leuten da draußen in Berlin kann ich nur sagen, wählen Sie am 12. Februar, wenn es dazu kommt, die Leute aus diesem Parlament heraus, die dieses Parlament eigentlich im Kern und alle anderen Parlamente abschoffen wollen. Ich führe nun die Redeliste fort und dafür könnten, dass für die FDP-Fraktion der Kollege Rogat das Wort hat. Ich bitte Sie, die Zwischengespräche einzustellen oder die Gespräche nach draußen zu verlagern, damit der Kollege Herr Rogat auch gehört werden kann. Bitte schön, Herr Rogat, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es zumindest gut, dass jetzt zumindest wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch jetzt zum Thema am Ende auch kommt, nach der jetzt eine Debatte, weil ich wollte eigentlich Herrn Wallen da entgegnen, dass wenn er sauer ist darüber, dass er die ganze Zeit Cookies annehmen muss, dann kann er Cookies auch einfach ablehnen auf Internetseiten. Auch das kann man machen und als Digitalpolitiker sollte man das zumindest auch wissen. Aber ich möchte zum Thema kommen, denn Datenschutz und Datenschutzdebatten sind ja eigentlich im Kern, wir sehen es ja jetzt hier eigentlich immer eher ein bisschen unterschwelliger, aber können auch Gemüter erhitzen, wenn sie jetzt, sage ich mal, auch in den Fachthemen auch am Ende geführt werden. Denn Datenschutz dient halt leider viel zu oft auch als Versteckspiel oder auch als Argument, sich von Themen oder Vorschlägen gar nicht erst groß auseinanderzusetzen. Wir sehen das ja auch im Ausschuss auch häufigerweise, dass dann gleich gesagt wird, naja, könnte man das nicht so und so regeln, dass dann gleich ein Staatssekretär oder eine Abteilungsleiterin dort sitzt und sagt, ah, mit Datenschutz, da haben wir Bedenken, siehe auch die Einführung von E-Mail-Adressen bei Lehrerinnen und Lehrern. Also wir haben hier beim Datenschutzthema immer eine gewisse Art auch von Angst oder auch Vorurteilen, die man vielleicht einfach mal auch aus dem Weg räumen sollte. Denn Datenschutz schützt im Gegensein des eigenen Namens eigentlich gar nicht Daten, weil Verkehrsdaten, Wetterdaten, Umweltdaten, die sind ja verfügbar, die kann man nutzen. Da gibt es ja eigentlich gar nichts, was man da jetzt groß schützen kann. Datenschutz schützt personenbezogene Daten. Sie schützen Privatsphäre und sie schützen somit damit auch Persönlichkeitsrechte. Und Datenschutz hat in Europa, wenn man jetzt einmal ganz zurückblickt, ich meine, wir reden über den Bericht 2020, aber man kann jetzt ja auch noch mal einen Schritt nach hinten gehen, eigentlich einen ganz großen Stellenwert. Denn wir haben die beiden großen anderen Systeme. China auf der einen Seite, wo der Staat alles andere, alle Daten der Bürgerinnen und Bürger absaugt und sie komplett gläsern und transparent macht. Wir haben auf der anderen Seite in den USA Tech-Giganten, die mit den personenbezogenen Daten sehr viel Geld machen wollen. Und da muss es Europa sein in der Mitte, die mit einer klugen Regulierung alle Interessen am Ende ausgleicht und Privatsphäre und Menschenrechte am Ende schützen, weil es uns bewusst ist, dass eine freiheitliche Gesellschaft nur prosperieren kann, wenn das Recht des Einzelnen auch geschützt wird. Und dafür ist der Datenschutz im Grunde da. Und wenn man aber dann über Datenerhebung spricht, und da muss ich dann auch noch mal zur Pandemie kommen, denn wir reden ja über 2020, dann muss man eigentlich auch wissen, dass wir Daten eigentlich gar nicht aufgrund vom Datenschutz manchmal gar nicht erheben, sondern es einfach gar nicht können. Wir haben in der Pandemie ja gesehen, dass wir generell viel zu wenig wissen über wie sind eigentlich Prozesse, wie sind Infektionsgeschehen, wo finden sie statt und wie können wir dagegen angehen, weil wir einfach zu wenig Daten in den Bereichen auch erheben. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt die ersten Dashboards ja an den Start gehen sollen, wo man mal wirklich Daten transparent macht, sodass man evidenzbasiert sie nutzen kann. Und wir können beispielsweise mit Daten auch nutzen, um Prognosen aufzustellen, wie Kita und Schulplätze sich in den nächsten Jahren entwickeln und politisches Handeln auf Fakten und nicht nur auf Gefühle verlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt in Digitalpolitik im 21. Jahrhundert. Aber ich möchte jetzt auch noch mal zu dem Bericht ganz besonders kommen. Ich möchte mich bei Frau Kamp natürlich bedanken und herzlich sozusagen ganz herzlich willkommen und freue mich, dass Sie jetzt auch hier die Gelegenheit hatten, das erste Mal vor dem Parlament zu sprechen. Der Bericht ist ja selber noch von Waja Schmolzig, der ich auch bedanken möchte, genauso wie beim gesamten Haus, die das im Datenschutzbereich wunderschön wunderbar auch machen. Ich bin ja selber Mitglied des Petitionsausschusses, da kriegen wir ja auch oftmals Petitionen, wo sozusagen Stellungnahmen Ihres Hauses vorliegen. Ich kann nur sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und auch Herrn Volker Brozio, das wurde auch schon gesagt, der die lange Übergangszeit zwischen Frau Schmolzig und Frau Kamp überbrücken musste, sei an dieser Stelle gedankt. Ich möchte jetzt auf zwei Punkte noch kommen, die mir aber in dem Bericht ganz besonders aufgestoßen sind. Das ist zum einen der Punkt Justiz. Wir haben im Bericht 2020, der danach kam, als der große Emotet-Attacke auf das Kammergericht war, haben wir gesehen, wie verwundbar unsere Justiz in der IT ist, dass wir dort eben nicht so aufgestellt sind, dass wir ja von einer funktionierenden und gut digitalisierten Behörde sprechen können. Und im Bericht 2020 wurde dann dementsprechend auch noch gesagt, ja, wir müssen diese Attacke zum Anlass nehmen, um hier umzubauen, um dafür Sorge zu tragen, dass wir unsere Gerichtbarkeit auch wirklich funktionabel machen und dass wir dann dementsprechend auch beim zentralen IT-Dienstleister des Landes auch uns ansiedeln, damit wir eben solche Herausforderungen wie mit dem Angriff gewappnet sind. Und was ist jetzt zwei Jahre später passiert oder zweieinhalb Jahre später passiert? Wir haben eine Sondersitzung im Rechtsausschuss, wo gesagt wird, dass unsere IT-Sicherheit und unsere IT-Ausstattung in dem Kammergericht nach wie vor so marode und so kaputt ist, dass wir gar nicht zu Dataport migrieren können, IT-Dienstleister schon beiseite lassen, weil die uns gar nicht aufnehmen und dass die Gerichtbarkeit DSGVO-konform überhaupt gar nicht ihre Daten am Ende eintragen können. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist Videokonferenzsysteme, wurde ja auch schon gesagt. Wir haben die ganze Debatte auch mitbekommen, Blacklists. Ich fand das jetzt gar nicht so gut, wie die Verwaltung da umgegangen ist, indem man einfach nur vorgeschrieben hat, was man nicht zu tun haben sollte, sondern was man tun sollte. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo es wir jetzt auch schon viel und auch ausführlich berichtet haben. Aber auch Videokonferenzsysteme in der Verwaltung sind natürlich angekommen, weil ja die Verwaltung auch ins Homeoffice ziehen musste am Ende. Und da sagte dann jetzt in dem Bericht, sagte deswegen, es gibt halt eine große Auswahl an rechtskonformen Systemen, dass es eigentlich gar keine Rechtfertigung mehr gibt, auf Systeme zu nutzen, die gegen das Datenschutzrecht verstößt. Das können wir erst mal so festhalten. Aber was ist die Realität? In dem aktuellen Bericht, der jetzt 2021 uns schon vorliegt, steht drin, dass die Verwaltung und die Datenschutzbehörde zwar gut zusammengearbeitet haben, aber dass ausgerechnet bei der Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei und der IKT-Steuerung keine Möglichkeit gefunden werden konnte, Cloud-Dienste datenschutzkonform zu nutzen. Und das ist dann schon ein extremes Problem, wenn wir zwar sagen, jeder Zahnarzt sollte DSGVO-konform irgendwelche Datenblätter erheben, aber die Verwaltung kann sich da einen schlanken Fuß machen, weil sie eben auch gar nicht sanktioniert werden kann am Ende. Da gerät Politik auch in ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen dieser Stadt immer irgendwie Damoklesschwert vor Ordnung halten, dass sie sanktioniert werden, dass sie bestraft werden, wenn sie nicht datenschutzkonform arbeiten. Aber die Verwaltung macht sich einen schlanken Fuß. Das geht nicht. Aber es gibt auch Positives in dem Bericht. Die Polizei wurde ja jetzt schon angesprochen. Ja, Polix ist immer wieder ein Thema in dem Datenschutzbericht und auch eben die Zugriffe. Aber wenn wir uns die Zeitleiste ansehen, dann haben wir uns doch da erheblich verbessert. 2020 gab es 33 Verfahren plus Dunkelziffer. Wir sind jetzt bei 15 angekommen. Auch wenn das immer noch zu viel sind, sehe ich doch aber für mich zumindest, dass die Arbeit der Datenschutzbehörde und der Polizei wirklich daran gelegen ist, dieses Problem zu lösen. Es ist ein Erfolg, dass wir hier die Zahlen zumindest weiter minimieren konnten. Und das ist, glaube ich, ein Erfolg sowohl der Behörde als auch der Sensibilität, die wir ja auch immer weiter vorleben. Und das möchte ich ganz positiv auch in diesem Bericht hervorheben. Denn eine Sache, und da müssen wir jetzt alle zusammen durch, das Thema Transparenz. Nur Transparenz schafft Vertrauen. Es wurde schon jetzt mehrfach angesprochen. Die FDP-Fraktion hat zweimal einen Entwurf vorgelegt für ein entsprechendes Transparenzgesetz. Die Koalition hat es zweimal nicht geschafft, vor einer Wahl ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Ich bin der Meinung, es muss endlich den Worten auch Taten folgen. Ein Gewurf steht auch da. Und wenn Sie daran so doll interessiert sind, das jetzt unbedingt zu verabschieden, dann können Sie unserem Entwurf auch am Ende zustimmen. Dann machen wir nämlich endlich einen großen Schritt nach vorne. und auch die Datenschutzbeauftragte kann sich diesen Punkt im Bericht endlich entledigen. Die Digitalisierung schreitet voran. Datenschutz ist dabei immer ein wichtiges Thema, was von Beginn an gedacht werden muss. Die FDP schlägt ja deswegen vor, auch immer Privacy by Default bei allen Verfahren auch mit einzuführen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn am Ende geflickschustert werden muss. Wir sehen das bei sehr vielen Prozessen, wie jetzt gestern auch bei der Vorgestellung der Digitalstrategie im Digitalausschuss, wo auch wiederum moniert wurde, naja, das Thema Datenschutz auch jetzt wieder nur ein Randthema, obwohl es ja gerade beim Weg zur Smart City eigentlich ein zentrales Thema werden muss. Und auch wenn man darüber spricht, dass das Datenschutzrecht jetzt auch reformiert werden muss, dann wird es unsere Aufgabe auch sein, dass wir dafür Sorge tragen, dass vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, die eben keine personenbezogenen Daten mit dem hantieren, sondern dass wir nicht überbürokratisch belastet werden, sondern dass wir genau die Regularien dort ansetzen, wo sie geschehen, aber alle anderen Unternehmen und auch Menschen, die damit eben nicht in Berührung kommen, auch nicht überproportional belasten. Und einen letzten Punkt, den möchte ich dann auch noch mit auf den Weg geben, weil wir den auch schon diskutiert haben, gerade wenn wir auch darüber sprechen. Wir haben 16 Datenschutzbeauftragte in den unterschiedlichen Bundesländern. Wir haben eine 17. auf Bundesebene. Wir haben eine Bundesdatenschutzkonferenz. Ich bin der Meinung, wir müssen endlich dafür Sorge tragen, dass wenn diese Konferenzen tagen und sich da eine Meinung gebildet wird, dass die auch allgemein verbindlich wird für alle Bundesländer und auch für den Bund, weil es kann nicht sein, dass wir einen Flickenteppich an Datenschutzauslegungen haben, unterschiedliche Interpretationen und dass wir da in einem Land wie Deutschland, die auch der DSGVO unterlegen, in unterschiedliche Richtungen ziehen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses Gremium weiterentwickeln können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Kamp für den ersten Bericht. Ich hoffe, dass wir da noch ein gutes Stück weit zusammen auch gehen können, dass Datenschutz und Informationsfreiheit eben kein Nischenthema ist, sondern uns alle betrifft und wir da auch nur noch besser gehen können. Insofern vielen Dank. Vielen Dank und weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann darf ich Ihnen, sehr geehrte Frau Kamp und Ihren MitarbeiterInnen, abschließend im Namen des Hauses herzlich für ihre geleistete Arbeit danken. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.1. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU mit dem Tagesordnungspunkt 56. Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 19 819 Verkehrskonzepte für Neubauvorhaben. In der Beratung beginnt die Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege Kraft. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Berlin braucht Wohnungen und Berlin braucht diese Wohnungen schnell. Und wenn man sich anschaut, was in dieser Stadt passiert, wenn man insbesondere schaut, was tut die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, dann plant man UFOs auf grünen Wiesen, die möglicherweise autoarm oder gar autofrei sein sollen. Es wird geplant, ohne sich die Situation vor Ort genau anzuschauen. Es wird geplant, ohne dass man auf die Belange, die berechtigten Belange der Einwohner vor Ort angeht. Und, und auch das erleben Sie vermutlich genauso wie ich, sehr, sehr häufig, wenn es dann um solche Planungen auf der grünen Wiese geht, dann habe ich häufig das Gefühl, dass wenn es um die verkehrliche Erschließung geht, gerne mal der ein oder andere Betroffene, aber auch Politiker, egal ob Kommunalpolitiker oder wir, hinters Licht geführt werden. Dann, da wird mit der einen möglicherweise, da wird mit der einen möglicherweise vorhandenen oder noch irgendwann zu planenden S-Bahn-Verlängerung oder Straßenbahnverlängerung argumentiert. Und zwar nicht nur für ein Wohngebiet, sondern für das nächste daneben und das nächste daneben dann auch noch. Und dann kann man sich anschauen, was tut eigentlich die zuständige Senatsverwaltung für Verkehr? Sie verschläft, das haben wir hier mehrfach gehört, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die Straßenbahnplanung, beispielsweise aber auch die Verlängerung der S-75, U-Bahn-Planung finden so gut wie gar nicht statt. Und wenn wir dann im Ausschuss, wie jüngst geschehen, darüber diskutieren, wie man beispielsweise auch Pendlerverkehre reduzieren kann, wie man aber auch die Erschließung der äußerstädtischen Gebiete verbessern kann, und auf Antrag der CDU-Fraktion dann Mobilitätshubs gefordert werden, die eben genau das tun können, dann sprechen Sie, Frau Jarasch, von Visionen. Visionen, die die CDU hat und die viel zu früh kämen, denn, und das ist aus meiner Sicht genau sinnbildlich für das, was hier passiert, dann sagen Sie, na, da sind ja noch gar keine Wohnungen, also können wir doch noch gar nicht planen. Und ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz, denn es muss genau andersrum passieren. Und ich würde mir und ich würde mir eins wünschen, weil diesen Eindruck habe ich sehr häufig, den hatte ich auch heute, als es um die Fragestunde ging, aber auch an anderer Stelle, ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie weniger Ihre Ressourcen in Ihrem Haus für den Kampf gegen das Auto einsetzen, sondern vielmehr für eine gerechte Verkehrspolitik, die die Bedürfnisse aller Menschen und nicht nur einzelner Klientelgruppen berücksichtigt. Was ich sagen möchte, ist, man muss das Gefühl bekommen, dass die Senatoren für Stadtentwicklung von der SPD beziehungsweise Grünen für Verkehr zuständig einfach viel zu wenig miteinander reden. Und es kommt übrigens noch schlimmer, bestens erschlossene Gebiete innerhalb des S-Bahn-Rings oder kurz danach, wie beispielsweise das Tempelhofer Feld, das Panko Atoa, die Michelangelo-Straße könnte noch viele, viele Beispiele nennen, die kommen überhaupt nicht voran. Am Panko Atoa beispielsweise können zweieinhalbtausend Wohnungen seit über fünf Jahren fertig sein. Es passiert nichts. Und übrigens auch zum Thema Hochhausentwicklungsplanung. Glaube ich, können wir, müssen wir in dieser Stadt viel, viel mehr tun. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, auf die genau das zutrifft. Denken Sie an die Rahmenplanung Buch am Sandhaus haben wir jüngst im Ausschuss besprochen. Denken Sie an Lichterfelde Süd, wo ohne jede verkehrliche Erschließung 2700 Wohnungen geplant sind. Denken Sie an Falkenberg, da sind 600 Wohnungen fertig, da sollen 600 entstehen. Was aber vergessen wurde, ist die Straße, die einzige Erschließungsstraße, fertig zu bauen. So geht vernünftige Stadtentwicklungspolitik nicht, meine Damen und Herren. Und ich frage mich dann immer, haben Sie nichts gelernt aus den Fehlern in den 80er und 70er Jahren oder 90er Jahren? Denken wir an Gropiusstadt, denken wir an das Märkische Viertel oder in den 90er Jahren an Buchholz-West und Karo Nord. Genau das, was Sie jetzt tun, ist damals schon passiert und die Konsequenzen sehen wir heute. Keine Verkehrslösung, die Menschen stehen im Stau. Selbst wenn Sie mit dem Fahrer zum S-Bahnhof fahren wollen würden, dort gibt es keine Fahrradabstellanlagen und den ÖPNV, der findet da so gut wie nicht statt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Gennburg? Bitte schön. Gerne. Frau Gennburg. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Kraft. Sie sprechen jetzt für die CDU und fordern bessere Verkehrskonzepte für Neubauvorhaben. Da wundere ich mich schon, weil die CDU ja immer sagt, bauen, bauen, bauen. Ich frage Sie deswegen ganz offen, sind Sie jetzt von Ihrer Position abgerückt als CDU und wollen jetzt lieber Plan, Plan, Plan und sind Sie auch mit uns der Meinung, dass man eben nicht jede grüne Wiese vollbauen kann? Das würde mich wundern. Die CDU hat bisher immer das Gegenteil behauptet und gefordert, dass noch viel, viel mehr verbaut werden muss. Klären Sie uns doch bitte auf. Vielen Dank für die Frage, Frau Gennburg. Das, was Sie tun und wie Sie die Frage stellen, ist genau das Problem, was wir in dieser Stadt haben, was Sie, Ihre Koalition, hat. Genau das ist das Problem. Sie spielen die Interessen der einen gegen die anderen aus. Sie sagen entweder Wohnung oder Grün, entweder Fahrrad oder Auto. Das ist genau der falsche Ansatz für diese Stadt, für Berlin. Wir müssen Dinge zusammendenken und dafür gibt es hervorragende Konzepte. Ich erinnere mal an eines. Wir haben zusammen in Pankow. Ich komme aus Pankow, da habe ich meinen Wahlkreis, das wissen Sie. Wir haben im Jahr 2019 mit 17 Vereinen, Initiativen und Verbänden aus der Region, aus dem Norden Pankow uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir sind nicht gegen die Bebauung, sondern wir können uns das vorstellen, weil davon sowohl die Neu-Hinzuziehenden als auch die Anwohner profitieren. Und das übrigens ist unser Verkehrskonzept. Es sind jetzt inzwischen 19 Vereine und Initiativen, die vertreten mehrere tausend Menschen in der Region und die lassen sich übrigens nicht gegeneinander ausspielen, sondern die haben gerade jüngst wieder sich vereinbart zu Grundlagen einer Stadtentwicklung und Verkehrspolitik, wie sie die Bevölkerung vorstellen kann. So muss man es machen, partizipativ, zusammen mit den Menschen und nicht immer den einen gegen den anderen ausspielen. Zur Lösung. Was muss passieren? Was schlagen wir Ihnen vor? Wir brauchen eine vernünftige und nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehrspolitik. Wir müssen die Gegebenheiten vor Ort betrachten, die Bedürfnisse der Anwohner berücksichtigen. Und wir müssen großräumig betrachten, nicht immer nur das eine und das andere Baufeld daneben, und zwar einzeln und singulär, und damit begründen, warum dann alle jetzt mit dem Fahrrad fahren könnten oder warum es eine S-Bahn-Verlängerung nicht braucht. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage der Kollegin Billig? Wegen mir, gerne. Bitte schön, Frau Billig. Ja, vielen Dank. Herr Kraft, ich bin ja sehr angenehm überrascht, dass Sie Partizipation jetzt auch durchaus so wichtig nehmen und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger auch berücksichtigen möchten. Aber widerspricht das in dem Fall nicht trotzdem dem Credo, was Ihre Fraktion hier immer vertritt, das Bauen, Bauen, Bauen? Und ich erinnere mich noch an diverse Reden von Herrn Greff, insbesondere, der immer darauf beharrte, dass jede Wohnung weniger ein großer Fehler der Koalition sei. Und jetzt stoßen Sie hier in dasselbe Horn. Die Frage also, ist das nicht ein Widerspruch zu Ihrer Fraktionslinie? Vielen Dank für die Frage, liebe Kollegin Billig. Wir kennen uns ja noch aus der kommunalpolitischen Zeit in Pankow und Sie werden sich erinnern, zumindest da war es überhaupt kein Widerspruch. Das war aber nicht Ihre Frage, sondern Sie fragen, was passiert hier? Und Sie sprechen den Kollegen Greff an. Auch Sie verstehen, glaube ich, nicht, dass es nicht um entweder oder geht, dass es nicht darum geht, das eine gegen das andere auszuspielen. Man muss Wohnungen bauen. Berlin muss viele Wohnungen bauen, aber es muss vernünftig passieren. Es muss angemessen sein. Und ich habe es vorhin gesagt, in dieser Stadt gibt es so viele Potenziale. Das Pankowator, kennen Sie, ist nicht weit weg von Ihrem Wahlkreis. Ich mache das Beispiel nochmal. Da gibt es null Widerstände, da hat Partizipation stattgefunden. Seit zwölf Jahren reden wir übrigens darüber. Das Problem sind nicht die Bewohner vor Ort, das Problem sind die Verwaltungen und hier insbesondere auch die Senatsverwaltung. Und natürlich muss man mit den Menschen vor Ort reden, auch das habe ich vorhin gesagt. Und jetzt nochmal zum Kollegen Greff. Christian Greff ist direkt gewählter Abgeordneter in seinem Wahlkreis. Und ich kenne kaum jemanden, in Ihren Fraktionen, bei uns schon, kenne kaum jemanden, der so intensiv mit den Menschen im Dialog ist, der sich so intensiv darum kümmert, dass die Belange der Menschen in seinem Wahlkreis auch Berücksichtigung finden. Und natürlich ist das kein Widerspruch. Ich darf einen Moment reden, oder? Sie müssen leider zum Schluss kommen. Okay, dann gut, das war eine Frage. Okay, also Verkehrsinfrastruktur muss gebaut werden. Wir müssen die vorhandene Verkehrsinfrastruktur nutzen. Sie können übrigens, und das ist kein Geheimnis, sich mal angucken, was James Hobrecht vor über 150 Jahren geplant hat. Davon profitiert diese Stadt. Und wenn Sie sich daran nicht mal ein Beispiel nehmen, dann wird dieses Chaos noch viel, viel größer. Erst die Infrastruktur und dann Wohnungen. Und übrigens, wenn Sie nicht in der Lage sind, Verkehrsinfrastruktur herzustellen, dann können Sie auf der grünen Wiese auch keine Wohnungen bauen. Insofern, nehmen Sie Ihre Aufgaben, Ihre Verantwortlichkeiten endlich ernst, planen Sie mit Weitsicht und ohne Ideologie und dann funktioniert es auch mit Wohnungen, mit Grün, mit verkehrlicher Infrastruktur und all dem, was diese Stadt so dringend braucht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Machu legt das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste, ja, Herr Kraft, Sie haben mich jetzt ein bisschen mit Ihrem Redebeitrag doch ein wenig verwirrt, weil eigentlich ist Ihr Antrag klar strukturiert, drei Absätze, die sehr einfach sind, was Sie eigentlich fordern. Sie haben es jetzt an einigen Beispielen gemacht, was Sie als alles sehen, was aus Ihrer Sicht halt eben nicht funktioniert. Natürlich, Sie können davon ausgehen, dass wir jetzt nicht in das Horn blasen und sagen, es läuft alles wunderbar mit den Verkehrskonzepten, denn ich will da auch einen Satz Ihnen auch dann noch mal in Erinnerung rufen, wie Sie Ihre Rede gestartet haben. Berlin braucht Wohnungen. Das ist richtig. Und dementsprechend bauen wir jetzt auch Wohnungen und wir müssen auch diese Wohnungen irgendwann verkehrlich vernünftig anbinden. Und es ist richtig, dass die Idee, die Sie haben, dass wir erst die Schiene bauen und dann kommt das Haus, das ist ja auch in der Theorie wunderbar. Aber Sie haben auch gemerkt, dass wir in den letzten Monaten, Jahren extrem unter Zugzwang sind. Das soll aber nicht irgendwie eine Ausrede dafür sein, dass wir für den Südosten halt noch nicht das Verkehrskonzept fertig haben. Daran arbeiten wir. Aber diese Asynchronität, die wir jetzt halt eben an den Tag legen, soll nicht der Plan sein. Deswegen war ich ja auch so glücklich darüber, dass die CDU uns jetzt sagt, was wir als Koalition alles falsch machen. Und dann gehen wir mal Ihre drei Absätze durch. Verstatten Sie zuvor eine Zwischenfrage des Kollegen Kraft. Ich habe aber gar nicht angefangen zu reden. Nee, danke. Dann halt eben wirklich der erste Absatz. Also ich meine, ganz ehrlich, wir wissen, dass ein integriertes Konzept, was den Wohnraum angeht und was den Verkehr angeht, natürlich erstrebenswert ist. Und daran arbeiten wir auch. Bloß Ihre Forderung in der Radikalität, wie Sie es dort haben, da können wir ja nicht so ganz mitgehen. Da sollten wir uns auch noch mal angucken, wie das Spannungsfeld, was Sie gerade auch benannt haben, zwischen den Senatsverwaltungen und den Bezirken, kann nicht aufgelöst werden, indem wir die Bezirke entmachten. Wenn wir das wollen und die Forderung der FDP halt mit aufnehmen wollen, müssen wir uns ernsthaft unterhalten und nicht nur verkehrspolitisch, sondern auch innenpolitisch. Denn Sie wollen, dass die Senatsverwaltung alles an sich zieht und die Nahmobilität genauso wie auch die in äußeren Bereiche halt eben komplett alleine plant. Kann man wollen, sollte man aber auch in der Klarheit dann auch so sagen. Der zweite Absatz ist etwas, was selbstverständlich ist. Das ist selbstverständlich bei den Stadtentwicklern, aber genauso auch bei den Verkehrsplanern. Natürlich guckt man nicht nur punktuell, wo man ein Hochhaus hinsetzt oder eine Siedlung hinsetzt, sondern man guckt sich schon an bei den Verkehrskonzepten, wie man das mit einbezieht und wie der Bestand halt eben dann halt auch sich auswirkt auf neue Verkehre, die entstehen. Und der letzte Punkt ist natürlich auch sehr interessant, Wohnbaupotenziale, also die, die halt eben schon gut erschlossen sind, zu priorisieren und die anderen nicht. Und da widersprechen Sie sich jetzt wirklich. Weil das war Ihr Credo gerade in Ihrer Rede. Eigentlich wollen Sie erst die Schiene, dann das Haus, damit das, was Sie halt prophezeien, die UFOs, erst gar nicht entstehen. In dem letzten Absatz machen Sie genau das Gegenteil, wollen eigentlich nachverdichten in schon erschlossenen Gebieten und wollen halt eben nicht auf Masse neu produzieren. Da müssen Sie sich klar werden und ich freue mich da halt auch wirklich, dass wir in den Ausschüssen ausreichend Zeit haben, darüber zu diskutieren. Und vielleicht finden wir auch einen Weg, wie wir da gemeinsam halt eben auch etwas finden. Da wird wir schneller werden in Berlin und dass wir den Verkehr auch optimieren können. Und zwar für alle, und Sie haben es ja auch selbst geschrieben, das finde ich bemerkenswert, dass Sie das im Umweltverbund und halt eben auch mit dem individualisierten Verkehr und auch Fahrrad sich auf die Fahne schreiben. Ich freue mich auf die nächsten Diskussionen, wenn wir darum gehen, wenn wir den Fahrradweg, das Vorrangnetz ausbauen, für die Radfahrenden, wenn wir die Fußverkehrssicherheit in der Nahmobilität, in den Kiezen ausbauen und wenn wir dann es auch noch schaffen, die Schiene in unsere neuen Wohnquartierte zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat nun der Kollege Latsch das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf den ersten Blick fragt man sich, was soll dieser Antrag? Er beschäftigt sich mit Binsen, fordert zum Teil bereits gesetzlich festgelegte, zum Teil naheliegende und sinnvolle Entscheidungen, die aber Selbstverständlichkeit sein müssten. Nicht so in Bülabü, früher als Berlin bekannt, wo der Verkehr nach den Wünschen der sozialistischen Koalition einfach wegbleiben, verschwinden, abgeschafft werden soll. Unverständlich ist dann aber, Herr Wegner, warum Sie sich ausgerechnet mit der Partei, warum Sie sich ausgerechnet mit der Partei, die die Wurzel dieser Blütenträume ist, eine Koalition wünschen. Dass die Erschließung stiefmütterlich behandelt wird, ist typisch für diesen Senat, aber auch Teil der Strategie, gar nicht zu bauen zu wollen und deshalb Erschließungsverfahren maximal zu behindern und zu verschleppen. Man baut zu wenig Stellplätze oder baut sie sogar zurück. Sollen die Berliner doch ihr Auto gleich abschaffen oder zur Strafe auf der Suche nach einem Parkplatz immer wieder durchs Wohngebiet kreisen? Und auch beim ÖPNV bewegt sich in den nächsten zehn Jahren nichts. Damit ist schon mal klar, es geht nicht um Klima, CO2 etc. Denn wer sich da umsorgt, sorgt für Parkplätze statt für Parkplatzsuchverkehr. Korrekt ist, ohne vernünftiges Verkehrskonzept, welches alle Verkehrsarten berücksichtigt, dürfen keine neuen Baugebiete entstehen. Jeder Verkehrsplaner weiß, das Maß aller Dinge ist der dreiachsige Müllwagen und der muss im Wohngebiet auch wenden können. Sonst bleibt der Müll liegen. Auch bei 100% autofreien Wohngebieten muss gelegentlich ein Möbeltransporter, die Feuerwehr oder der Krankenwagen vorfahren können. Und all diese Versorger und Retter müssen auch in angemessener Zeit in dieses Wohngebiet kommen können. Dieses Maß an Versorgung kann nicht unterschritten werden und es braucht Straßen. Gute Verkehrsplanung berücksichtigt alle Verkehrsraten vom Kinderrad bis zum Dreiachser. Parkende Autos können in Parkhäuser oder unter die Erde verschwinden. Durchgangsverkehr hält man draußen, durch Umgang, Umgehungsstraßen, womit wir bei der äußeren Erschließung sind. Bau der TVO, Weiterbau der A100, zum Beispiel in Ihrer Region, Herr Graf, die A100 mit Anschluss an die 114, absolut notwendig im Nordosten dieser Stadt. Alles unbeliebt für Rot-Grün, aber ändert sich das unter Schwarz-Grün? Ich glaube kaum. In funktionierenden Gemeinwesen käme bei diesem Antrag Langeweile oder Gelächter auf. Nicht so in Berlin. Hier ist die Dysfunktionalität Programm und man muss Selbstverständlichkeiten anmahnen. Das haben Sie ganz richtig gemacht. Schaut man dann aber auf das, was von der CDU selbst zu erwarten ist, wird es düster, sehr düster. Weder hat die CDU in Regierungsverantwortung Leistungsfähigkeit gezeigt, noch deutet die Partnerwahl, nicht wahr, Frau Jarosch, auf eine Verbesserung für die Berliner hin. Die gegen die linksgrüne Medien als völlig wehrlose CDU wird einem Autorass nichts ändern, sondern sich unterwerfen. Erst wird viel Getöse in Talkshows oder um Vornamen veranstaltet und dann jämmerlich, wirklich jämmerlich, der Schwanz eingezogen. Wer schwarz wählt, bekommt kein Jota andere Politik, sondern Grün. Für alles, was im Wahlkampf von der CDU gesagt wurde, wird Herr Wegener danach zu Kreuze kriechen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege K.S. Elias das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, den Gespenstern, die hier von der rechten Seite gerade verkündet werden, möchte ich mich jetzt nicht vertiefen. Ich möchte noch mal auf die Rede des Kollegen von der CDU eingehen. Sie haben angesprochen, es muss schneller geplant werden. Ja, ich wünsche mir auch, dass das schneller geplant wird. Und gerade bei der Schiene sollte es schneller gehen. Allerdings muss ich mich dann auch fragen, warum das nicht im Bundesrecht längst geregelt worden ist. Sie haben drei Wahlperioden den Bundesverkehrsminister über die CSU gestellt und die letzten Planungsbeschleunigungsgesetze der CSU haben eben alles bewirkt, nur nicht das, was es sollte. Planungsbeschleunigung. Und dann haben wir auch keine Planung von Ihnen vorgefunden in den Schubladen. Wir müssten also völlig neu anfangen. Und auch beim Haushalt ist uns jetzt nicht aufgefallen, dass Sie da großartig neue Gelder und Personal eingestellt haben, um das voranzubringen. Verkehrskonzepte für Neubauvorhaben läutet der Titel des Antrages der CDU-Fraktion. Da stellt sich mir erst mal die Frage, warum überhaupt bei Bauverfahren nicht längst auch Verkehr mitgeplant wird. Bei mir in Charlottenburg-Wilmersdorf geschieht das, gerade bei größeren Projekten. Insofern glaube ich, ist das dann eher die Frage, wenn Sie das Beispiel Spandau ansprechen, wie da der Stand ist, ob Sie da nicht vielleicht mal mit Ihrem Stadtrat reden sollten, warum da die Straße noch nicht da ist. Und letztlich, Sie planen dann auch in Ihrem Antrag für jedes einzelne Neubauvorhaben, jedes einzelne Haus soll ein Verkehrskonzept vorgelegt werden. Und meines Erachtens schießt das über das Ziel hinaus. Aber so steht es in Ihrem Antrag. Und Sie unterscheiden eben den Antrag nicht, ob es neu zu bauende Quartiere geht oder um ein einzelnes Haus, das neu gebaut wird. Und Sie fordern ja auch auf, dass es jedes Projekt ist, sowohl im Land als auch im Bezirk, als öffentlich als auch privat. Da wäre schon mal die Frage, haben Sie mit den Bezirken gesprochen, die das angesprochen haben? Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Seidelt? Wir haben weiter in Ihrem Antrag eine Doppelung, in dem Sie den motorisierten Individualverkehr und das Auto aufzählen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sie erwähnen den Umweltverbund und das Fahrrad, das ist gut. Aber die Fußgängerinnen, die Verkehrssicherheit, wie das Sharing und den Klimaschutz, den haben Sie vergessen. Ihr Antrag deckt nicht alle Mobilitätsformen intermodal ab. Schon allein deshalb können wir da noch schwerlich mitgehen. Doch wer den Klimaschutz mitdenkt, der denkt die Verkehrswende mit. Das bedeutet, muss es das eigene Auto sein, mit dem ich an mein Ziel komme, oder geht das nicht auch mit einem Sharing-Fahrzeug, das weiter genutzt werden kann? Denn auch das sind Autos und sie sparen Flächen. Die Koalition Barcelona zeigt beispielsweise mit seinen Superblocks, dass die Stadt nicht weniger beliebt ist, wenn es weniger oder keinen Durchgangsverkehr gibt durch Wohnviertel. Im Gegenteil, das dicht besiedelte Barcelona konnte lebenswerte Quartiere mittendrin entwickeln. Hier sind Flächen entstanden, die entsiegelt und mehr Grün in der Stadt ermöglichen. Das ist gerade in Hitzesommern, die sich mittlerweile alljährlich wiederholen, nötiger denn je. Wer will, dass die Stadt im Sommer nicht überhitzt wird, muss die Stadt und ihre Flächen breiter als nur für Gebäude und Verkehr denken. Zudem nehmen Plätze für Bike, Car und Lastenradsharing wie für Fahrräder weniger Platz weg, sowohl im Gebäude als auch auf der Straße. Wichtiger sind die Anbindung mit Bussen und Bahn. Mit Bussen lassen sich rasch Anbindungen organisieren. Bei größeren Vorhaben ist die Bahneinbindung einzuplanen und Trassen freizuhalten, damit diese dann dorthin kommen können. Die Koalition ist sich einig, dass wir für den Wohnungsnaubau die erforderlichen Verkehrsprojekte gut abgestimmt, schnell realisieren und gegebenenfalls auch vorläufige Erschließungen sorgen. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag so festgelegt. Und letztlich stellt sich mir noch eine Frage des bürokratischen Aufwandes. Wenn ich bei allen Bauprojekten sowohl die Auswirkungen auf den Verkehr berücksichtigen muss und dass auch für jedes einzelne Haus, das neu gebaut wird, ein umfassendes Verkehrskonzept aufstellen muss, für den gesamten Kiez frage ich mich, bauen wir da so schneller? Ich würde mich wundern, wenn das bejaht wird. Wir brauchen nicht für jeden einzelnen Neubau ein Kiez-Quartierskonzept. Das ist im Antrag leider ziemlich unpräzise und berücksichtigt nicht die verschiedenen Formen der Mobilität, wie zu Fuß gehen oder das Sharing. Insofern, Ihr Antrag ist da leider noch ein bisschen zu kurz gesprungen. Wir werden das in den Ausschüssen noch weiter beraten. Aber wir sind uns als Grüne klar, wir wollen die Verkehrswende, weil wir damit Mobilität sichern und das Klima schützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat für eine Zwischenbemerkung der Kollege Kraft das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kass-Elias. Sie haben Ihre Rede begonnen mit der Frage schneller planen. Es geht hier um Wohnungen und Verkehr in Berlin und Sie haben dann sehr schnell abgestellt auf Planungsbeschleunigungsgesetze auf Bundesebene. Finde ich gut, dass Sie darauf abgestellt haben. Wissen Sie warum? Weil das nämlich ist wieder genau symptomatisch für das, was in dieser Stadt passiert. Behörden Pingpong. Sie spielen den Ball von der einen Stelle zur anderen. Es ist nicht die Bundesregierung, nicht die aktuelle und nicht die Vorgängerregierung, die dafür verantwortlich ist, hier Wohnungen und Verkehrswege zu bauen, sondern es sind Ihre Senatsverwaltung, im Moment zumindest. Und ich mache mal ein paar Beispiele. Die Worterkant in Spandau, da hat Bausenator Geisel die Planung für den Verkehr übernommen, weil Ihre Senatorin, Frau Jarasch, nicht in der Lage ist, das zu tun. Lichterfelde Süd, vor kurzem gab es eine Diskussion um die Verkehrsanbindung. Wer war nicht da? Kein Vertreter der Grünen. Nur mal für Sie zur Kenntnis. Und ich will Ihnen noch was sagen, wenn Sie sagen, die CDU, na ja, und wir hätten da ja immer so ein bisschen ein Problem. Sie kennen Frau Dr. Koch, ist eine Stadträtin in Pankow, eine Bezirksstadträtin, die hat sich vor der BVV vorgestellt und in ihrer Vorstellung hat sie gesagt, sie hätte sich mal angeschaut, was ist in der letzten Wahlperiode in Pankow eigentlich passiert. Und da hat sie gesagt, es gab eine Fraktion, die hat sich ganz wesentlich um den Durchgangsverkehr gekümmert, viel mehr als andere. Stichwort Barcelona und Superblocks, was Sie angesprochen haben. Da gab es dieselbe Fraktion, die sich um das Thema Verkehrssicherheit gekümmert hat. Und übrigens dieselbe Fraktion war die, die die meisten Anträge zum Thema Radwege gemacht haben. Jetzt raten Sie mal, welche Fraktion das ist. Es waren nicht die Grünen, es war auch nicht die SPD, es war die CDU-Fraktion in Pankow, die da ganz vorne lag und das hat Ihre Kandidatin im Bezirksamt, für das Bezirksamt so gesagt. Und gestatten Sie mir noch eine kurze Anmerkung, dann bin ich auch sofort fertig. Lieber Kollege Machulik, Sie haben vorhin von Selbstverständlichkeit gesprochen. Also das, was in dem Antrag steht, wären eigentlich Selbstverständlichkeiten. Und dann haben Sie ja auch sehr viel Positives gesagt, dafür ganz herzlichen Dank. Übrigens, ich freue mich über jeden Änderungsantrag von Ihnen, den wir sehr, sehr gerne diskutieren können. Ich will Ihnen aber noch ein Beispiel machen, weil ich so richtig scheint es ja nicht durchzudringen. Es müsste selbstverständlich sein, dass sich die Umweltverwaltung beziehungsweise die Verkehrsverwaltung und die Bauverwaltung miteinander abstimmen. Sie waren im Verkehrsausschuss, da hat Frau Senatorin Jarasch die Straßenbahnplanung vorgestellt. Ich habe gefragt, sagen Sie mal, ich habe vor zwei Tagen gesehen, eine Planung für die alte Schäferei im Französisch Buchholz, 2300 Wohnungen. Da war eine Straßenbahnlinie geplant und die Bahnhöfe waren schon fertig eingezeichnet. Und dann sagt die zuständige Staatssekretärin, da wüsste sie nichts davon, sie würde die Informationen nachliefern. In der nächsten Ausschusssitzung hat Frau Dr. Niedball erklärt, sie kennt diese Planungen nicht. Diese Nazverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, hätte sie ja mal darüber ins Bilde setzen müssen. Das ist das Problem. Und genau das adressieren wir mit diesem Antrag. Integrierte Planung, nachhaltig und vernünftig für die Zukunft unserer Stadt. Vielen Dank. Dann hat der Kollege Kars Elias die Gelegenheit zur Erwiderung. Ja, danke Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Also Herr Kreft, Sie machen es sich ein bisschen zu einfach. Das Planungsrecht ist Bundesrecht und das muss natürlich eingehalten werden und das müssen auch die Landesregierungen einhalten. Und hier so zu tun, als man eben mal eine Strecke schneller planen könnte, schön, wenn Sie das glauben, aber ich habe eben auch von Ihnen im Haushalt keine entsprechenden Anträge dafür bekommen, für per national mehr Finanzen. Insofern vorsichtig, wenn Sie mit Fingern auf anderen zeigen, von Ihnen kam da auch nichts Substantielles. Und noch mal, Ihr Antrag ist so zu lesen, dass ich für jeden einzelnen Neubau, wenn ich auch ein einzelnes Haus baue, dass ich dafür ein Kiezquartierskonzept aufrichten muss. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern man muss eben gucken, wirklich, ob man bei großen Gebieten das macht. Das können wir gerne im Ausschuss dann auch diskutieren. Aber so wie Ihr Antrag vorgelegt worden ist, das Auto, den Umweltverbund, aber eben nicht das Sharing, nicht das Zu-Fuß-Gehen berücksichtigt, ist er zu kurz gesprungen. Und das wollte ich mit meiner Rede deutlich machen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann hat für die FDP-Fraktion der Kollege Ralf Schneider das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der CDU-Antrag löst ja ganz viele Reaktionen hier im Parlament aus. Das ist super. Wir werden also ganz, ganz viele sehr inhaltsreiche Änderungsanträge von den Koalitionsfraktionen dazu bekommen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie Sie Ihre parlamentarische Arbeit dann in den Ausschüssen auch tatsächlich wahrnehmen und hier nicht nur als Ankündigung vor sich hertreiben. Ansonsten, der CDU-Antrag ist erst mal und in erster Linie ein Dokument des Scheiterns. Ein Dokument des Scheiterns, was die Politik des rot-grünen- roten Senats und seiner links geführten Vorgänger angeht. Denn er fordert eigentlich Selbstverständliches, dass nämlich dort, wo viele Wohnungen entstehen und Herr Kasselias, ich meine, die CDU betreibt ja auch schon Politik über mehrere Jahrzehnte in dieser Stadt und die wissen natürlich, dass man nicht für jedes einzelne Haus mit sechs Wohneinheiten ein Verkehrskonzept für den ganzen Kiez. Es gibt auch sowas wie eine Erheblichkeitsschwelle. Also er fordert etwas Selbstverständliches, dass wir eine integrierte Planung von Wohnen und Verkehr brauchen. Dazu gehört natürlich auch die soziale Infrastruktur, die hier nicht aufgeführt ist, aber auch anderes. Also integrierte Planung. Der dysfunktional linksgrüne Senat scheitert daran in hoher Regelmäßigkeit. Wir haben die Beispiele gehört aus Spandau, wir haben die Beispiele gehört aus Pankow, aus Neukölln, aus anderen, insbesondere im Osten der Stadt gelegenen Stadtteilen, wo Wohnungen in großer Zahl gebaut wurden, geplant wurden, ohne dass die Verkehrsinfrastruktur dort schon hergerichtet ist. Viele Bauprojekte sind also ohne adäquate Verkehrslösung. Das führt zu Frust bei den Anwohnern. Wir brauchen auch Verkehrskonzepte, die realistisch sind, beispielsweise wenn es um die Nutzung des Autos geht. Es ist nicht so, dass wir dann irgendwann nur noch diese 150 Autos pro 1000 Einwohner haben oder autoarme Quartiere auf Dauer haben werden, sondern man muss natürlich den Pkw-Verkehr, auch den Lieferverkehr dabei mit einplanen. Also Realismus ist hier erforderlich. Wo wir als FDP allerdings andere Auffassungen sind. Uns geht es darum, Potenzialflächen schnell und vollumfänglich zu nutzen. Auch aus ökologischen Gründen ist es sinnvoll, lieber dicht und hoch zu bauen, als niedrig und irgendwie breit ausgewälzt in geringer Stückzahl Wohnungen zu bauen. Idealerweise muss die Verkehrsinfrastruktur schon während der Bauphase vorhanden sein, dass also die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, die Handwerkerinnen und Handwerker mit der S-Bahn, der U-Bahn oder der Tram zur Baustelle fahren können. Und das ist auch der Fehlschluss, den die CDU sich hier leistet. Aus den Fehlern des links-grünen Senats, dass es ihm nicht vermocht, dass es ihm nicht gegeben ist, Verkehrsplanung und die Infrastruktur zügig voranzutreiben, zieht die CDU leider den Fehlschluss, auf Wohnungen, einen Wohnungsbau mit großen Potenzialflächen auszubremsen oder das Wohnbaupotenzial nicht voll auszuschöpfen und zu schrumpfen. Wir sollten alle Kraft darauf verwenden, die Verkehrsinfrastruktur zügig zu bauen und zu planen, anstatt den Wohnungsbau auszubremsen. Herzlichen Dank. Hierfür steht die FDP. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Linksfraktion hat der Kollege Ronneburg jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann die Debatte abkürzen. Hätten Sie mal auf die Linke gehört und auf Frau Senatorin Lomscher, dann könnten wir uns diese ganze Debatte sparen. Gucken Sie bitte in das Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus, Datum 2018. Dort steht alles drin von der damaligen Senatorin Katrin Lomscher, auch zu der Frage, wie wir Verkehrsplanung sicherstellen beim Wohnungsneubau. Das sind alles keine neuen Sachen, die Sie hier diskutieren. Das ist tätiges, linkes Handeln in dieser Senatsverwaltung gewesen. Daran sollten sich auch alle mal ein Beispiel nehmen und sich daran erinnern. Und ich will jetzt nochmal dazu sagen, was ich bemerkenswert fand wirklich an der Debatte, weil ja auch Herr Kraft betont hat, dass er sozusagen auch aus der Kommunalpolitik kommt, wie so viele hier aus diesem Hause. Dann finde ich das schon bemerkenswert, dass Sie ja auch vorschlagen, dass der Senat sich in die Bebauungsplanverfahren der Bezirke einmischen soll. Ich glaube nicht, dass das die Bezirksverordneten, die für die Beschlussfassung von Bebauungsplänen zuständig und verantwortlich sind am Ende so sehr freuen wird, so ein Antrag, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich auch nochmal sagen, gleich zum ersten Absatz. Sie schreiben ja, bei sämtlichen Neubauvorhaben sollte es entsprechend gewährleistet werden im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, die verkehrliche Erschließung sicherzustellen. Also Sie erzählen ja hier viel über Bebauungspläne. Dann, wenn Sie sich damit auch befasst haben, müssen Sie doch wissen, dass die verkehrliche Erschließung selbstverständlich im Bebauungsplanverfahren erörtert und geklärt wird. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wozu, wo Sie das jetzt alles hernehmen. Natürlich sind da gerade dann die Verfahren dafür da, dass Gutachten erstellt werden für den Verkehr, für die Erschließung und für die Anbietung. Ich kann diesen Antrag daher auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Was ich mir vorstellen kann, ist ja, dass Sie auch sozusagen, Sie rekurrieren ja auch auf die großen Projekte. Sie rekurrieren aber auch auf den Nahverkehr. Was natürlich jetzt nicht in einem Bebauungsplan geregelt wird, das ist der Takt von Bus und Bahn. Ja, das wird man nicht in einen Bebauungsplan reinschreiben können. Aber wir haben den Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr. Wir haben den daraus abgeleiteten Nahverkehrsplan. Wir haben den daraus geschlossenen Verkehrsvertrag mit der BVG. Da muss noch viel immer wieder auch im laufenden Geschäft nachjustiert werden. Da müssen sozusagen Takte angepasst werden. Das ist natürlich verbesserungswürdig. Ich glaube, da gibt es einen breiten Konsens hier im Hause. Aber das ist sicherlich nicht eine Sache, die man irgendwie in einem Bebauungsplanverfahren regelt. So, und dann stelle ich mir auch die Frage, wir sollen nicht nur einzelne Vorhaben von städtischen, privaten und Genossenschaften dabei betrachten, sondern auch in der Nähe befindliche Projekte. Hä? Was soll das sein? Wovon reden Sie da eigentlich? Also ich habe verstanden, es geht irgendwie um das große Ganze. Ich glaube, Sie verlieren sich da aber auch ein bisschen darin. Natürlich muss es auch Bebauungspläne geben, die dann entsprechend einen größeren Betrachtungshorizont haben. Das ist völlig klar. Das hängt aber davon ab, wie diese Projekte angelegt sind. Was gebaut werden soll? Was ist die Zielstellung? Und dann muss ich zu guter Letzt noch einmal sagen, ein Punkt, der macht mich wirklich fassungslos und das ist wirklich der Punkt, Herr Kraft, wo Sie aus meiner Sicht auch deutlich die Menschen gegeneinander ausspielen. Denn Sie sagen, der Senat wird grundsätzlich aufgefordert, gut erschlossene Wohnbaupotenzialflächen gegenüber denjenigen bevorzugen, dass er diejenigen bevorzugen soll, gegenüber denjenigen, bei denen die Verkehrsinfrastruktur erst hergestellt werden muss. Das heißt ja eigentlich nichts anderes als Nachverdichtung um jeden Preis. Und das kann es ja am Ende auch nicht sein, dass wir da das Kind mit dem Bade ausschütten und entsprechend nur noch dort Wohnungen bauen sollen. So steht es in Ihrem Antrag, so lese ich ihn. Und da müssen Sie sich auch Kritik gefallen lassen. Wir brauchen auch noch viele Flächen für soziale, für grüne Strukturen, für soziale Infrastruktur. Also insofern macht dieser Antrag wirklich am Ende überhaupt gar keinen Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Mobilität und mitberatend an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Widerspruch hierzu höre ich nicht, dann können wir so verfahren. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.2. Das ist die Priorität der Fraktion Die Linke mit dem Tagesordnungspunkt 49. Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Grün und der Fraktion Die Linke, Drucksache 190793. Arbeitsräume für Berliner Künstlerinnen retten, stabile Strukturen zur Erschließung, Herrichtung, Vergabe und Verwaltung schaffen. In der Beratung beginnt die Linksfraktion und hier die Kollegin Dr. Schmidt. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Viele Jahre blieb die Zahl der Arbeitsräume konstant auf einem relativ niedrigen Niveau. Da waren Strukturen eingespielt und es lief mehr oder weniger lautlos. In der letzten Legislatur haben wir uns dann auf den Weg gemacht, haben die Zahl der Arbeitsräume deutlich erhöht und wir haben den Fokus darauf gelegt, Räume verstärkt nicht nur für bildende Künstlerinnen und Künstler zu sichern und zu erhöhen, sondern auch für die anderen Kunstsparten. Die Konkurrenz um Räume in Berlin ist groß und umso wichtiger ist es, die Bedarfe für alle künstlerischen Sparten solidarisch, das heißt gemeinsam und zusammenzudenken. Und mindestens genauso wichtig ist es, dass wir als öffentliche Hand auf einen zunehmend umkämpften Immobilienmarkt im Sinne der Künstlerinnen und Künstler schnell, wirtschaftlich effizient und passgenau agieren können. Deshalb haben wir hier in diesem Parlament die Gründung einer landeseigenen GmbH beschlossen und mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die genau das leisten kann und soll und die das, ungeachtet aller Probleme, auf die ich gleich eingehen werde, auch leistet. Das zeigt die gewachsene Zahl der Räume, die seit Gründung der Kulturraum Berlin GmbH gesichert werden konnten. Es war immer klar, dass die Kulturraum Berlin nur im Bündnis mit den Künstlerinnen und Künstlern, ihren Verbänden und Akteuren erfolgreich agieren kann. Deshalb wurde in einem Diskussionsprozess eine Struktur entwickelt, die diese Prozesse koordinieren und strukturieren sollte. Die Kulturräume Berlin wurde als Bündnis von sechs Akteurinnen gegründet, um gemeinsam das Arbeitsraumprogramm des Landes und die damit verbunden deutlich gestiegenen Mittel umzusetzen. Das Bündnis als solches hat nicht funktioniert, auch weil die Startbedingungen in der Zeit der Pandemie, als die Kommunikation vor allem digital erfolgte, denkbar schwierig waren. Wir wollen nun vom Bündnis zur Kooperation. Im Mittelpunkt stehen die Künstlerinnen und Künstler unserer Stadt und ihr Bedarf nach geeigneten Räumen und geeigneten Arbeitsbedingungen. Uns geht es darum, Räume als notwendige Voraussetzungen für künstlerisches Schaffen langfristig, besser noch möglichst dauerhaft, in landeseigenen und teils auch privaten Liegenschaften zu sichern. Hierfür braucht es zum einen operative Schlagkraft, gepaart mit verlässlicher Kooperation und Kommunikation, die alle Akteurinnen gleichermaßen nie Pflicht nimmt und die alle Akteure darin bestärkt und gegebenenfalls auch daran erinnert, ihre Arbeitsbeziehungen im Sinne des gemeinsamen Ziels auf mehr Räume als eigenständige Partner arbeitsteilig so zu organisieren, dass die jeweiligen Stärken und Kompetenzen zum Tragen kommen. Im gemeinsamen Interesse mehr Arbeitsräume für alle Sparten zu sichern. Unbedingte Voraussetzungen für eine solche funktionierende Kooperation sind klare und verbindliche Verabredungen zu Formaten der Zusammenarbeit und zur Art und Weise des Miteinanders. Und funktionieren kann das Ganze auch nur dann, wenn die Struktur für die Umsetzung des Arbeitsraumprogramms von allen Akteurinnen gemeinsam getragen wird. Hierfür muss jedoch gewährleistet sein, dass jede und jeder mit seinen jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen auch einbezogen wird. Dazu gehört für mich, dass die operative Trägerschaft des Kulturraumbüro für das Arbeitsraumprogramm ebenso anerkannt wird, wie die Aufgaben und Kompetenzen des Atelierbüro und von Prosa als legitimierte Vertreterinnen der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler. Aber auch die nicht in diesen Strukturen organisierten Akteurinnen der freien Szene, Stichwort Pop und Rockmusik, sind bei der Gestaltung des Arbeitsraumprogramms einzubeziehen. Und GSE und BIM sind ganz wichtige Dienstleister in diesem Programm. Und auch deren konkrete Rollen, Kompetenzen und Aufgaben müssen in diesem Prozess verbindlich und schriftlich fixiert werden. Herr Dr. Junke, Sie haben gestern in der Podiumsdiskussion auch in einem entsprechenden Antrag dem Konstrukt aus GSE, GmbH, BIM, BBK, Kulturwerk, GmbH und Prosa, dem Bündnis Freie Zähne keine Zukunft gegeben. Doch genau darum geht es mir, geht es uns in diesem Prozess. Wir wollen aus dem zum Teil fruchtlosen Gerangel um operative Kompetenzen, Zuständigkeiten und Verantwortung in ein verbindliches Miteinander kommen. Wir wollen Strukturen und Formate entwickeln, die dieses Miteinander verbindlich, verlässlich, professionell und transparent sichern. Denn die Konkurrenz um Räume in diesem Land wird größer. Und da braucht es die gemeinsame Kraft, braucht es die Solidarität aller Beteiligten für eine gemeinsame Vision. Ein künstlerinnenfreundliches Berlin mit guten Rahmenbedingungen. Und eins sei mir noch gestattet, vielleicht, sehr geehrter Herr Kollege Junke, sind wir uns in dieser Zielbeschreibung sogar einig. Aber dass ausgerechnet Ihre Fraktion die besseren Konzepte hat, um die Vielfalt unserer Stadt als Chance und Gewinn für die Zukunft aller hier lebenden Menschen zu begreifen und entsprechend zu nutzen, davon habe ich in den letzten Debatten nichts, aber auch gar nichts bemerken können. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und für die CDU-Fraktion hat der Kollege Dr. Junke jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den etwas euphemistischen Darstellungen meiner Vorrednerin möchte ich kurz erläutern, wie Sie aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner, sondern auch aus Sicht vieler Künstler und beteiligter Verbände die Situation darstellt. Wir haben bereits in den Haushaltsberatungen festgestellt, dass der Umgang des Senats mit dem Raumthema eines der größten ungelösten Probleme darstellt. Und der Hintergrund war diese Gründung der Kulturraum GmbH, die als Trägerin des Arbeitsraumprogrammes den Bedarf und die Akquise von Kulturräumen zentral koordinieren sollte. Und bisher bewährte Strukturen, zum Beispiel die Atelierbeauftragte, sollte darin, wie soll man sagen, eingebunden werden, darin aufgehen, irgendwas dazwischen. Und genau da liegen die Probleme. Die Verantwortlichkeiten und Prozessschritte waren von Anfang an unklar und dann begann ein Prozess der Abstimmung der verschiedenen Akteure. Und meine Vorrednerin hat die schon genannt. Es sind mehrere, die da am Tisch zusammen versammelt waren. Und dennoch gab es trotz dieser arbeitsreichen Abstimmungsgespräche nach wie vor völlig unklare Abläufe. Schon verabredete Abläufe wurden hingegen nicht gelebt. Was sollte zum Beispiel mit der GSE geschehen? Sollte die weiterhin als Generalmieter fungieren und so weiter? Wer fungierte als Ansprechpartner für die Künstler? Viele ungelöste Fragen, die inzwischen zur Verunsicherung führten und auch zum Unmut. Und auf unsere Nachfragen in den Haushaltsberatungen reagierte der Senat mit sehr kurzer Lunte. Und zwar war da von unzutreffenden Behauptungen die Rede bis zu Kooperationsverweigerung und zu Sabotage. Wir kennen ja mittlerweile die Dünnhäutigkeit des Senators bei Themen und Fragestellungen, die ihm nicht so gut passen. Das aber auch schriftlich so darzulegen, das hatte bisher eine tatsächliche neue Qualität gewonnen. Grund genug für uns, das dann auch in einer Anhörung, nachdem die Haushaltsberatungen durch waren, dann auch zu besprechen. Das fand leider erst im August 2022 statt, weil ihre Koalition da noch nicht sprechfähig war vorher. Wir hatten es gerne vorher diskutiert, das gehört auch zu weit. Das Ergebnis dieser Anhörung war, dass die Dysfunktionalitäten und Probleme weiter nicht behoben waren. Nach zwei Jahren, wo der Prozess schon gelaufen war, zwei Jahre lang wurden also Ressourcen gebunden, die für die Schaffung von Kulturräumen nicht zur Verfügung gestanden haben. Zwei Jahre, in denen die Kulturschaffenden verunsichert wurden und in einem undurchschaubaren Prozess sich ausgeliefert sahen. Zwei verlorene Jahre für die Lösung eines der dringenden, wenn nicht des vordringlichsten Problems der Kultur unserer Stadt, meine Damen und Herren. Und im Koalitionsvertrag stand davon im Übrigen gar nichts drin. Da stand drin Kulturräume sichern, Atelierprogramm, Atelierwohnungen, strategische Kooperation mit landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Anerkennung von Clubs als Kulturstätten. Alles gute Dinge, die auch gar keinen Dissens darstellen. Letzteres übrigens auch eine Idee von der CDU. Warum dann aber dennoch an der Kulturraum GmbH festgehalten wurde, war vergleichsweise unklar. Das kann man nur mit diesem fatalen Hang zur Zentralisierung erklären, die unter diesem Senator Einzug gehalten hat, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, alles möglichst staatlich zu machen, möglichst zentral lenken zu lassen. Und dieser Paternalismus hat nun auch in dieser wichtigen Kulturraumfrage einiges nach hinten befördert. Und wenn es dafür noch eines Beweises bedauft hat, meine Damen und Herren, dann liegt ihr heute vor in dem Antrag der Koalition, den wir hier lesen dürfen. Und dort steht ja schon im ersten Satz, der Senat soll mit Hilfe eines zu erstellenden Konzeptes seine Anstrengungen verstärken, um eine funktional Organisationsstruktur zum Ausbau des Arbeitsraumprogramms zu entwickeln und so weiter. Also er hat sich bemüht, aber es war nicht ausreichend, so wie man es immer so schön liest. Und damit ist im Prinzip alles schon gesagt, was bisher schiefgelaufen ist. Der nächste Satz unterstreicht das nochmal. Ich darf weiter zitieren. Grundlage dieses Konzepts sollen verbindliche schriftliche Verträge sein, die den ganzen Prozess transparent und nachvollziehbar festlegen. Ja, das ist doch ein Armutszeugnis für die Kulturverwaltung und für den Senator, dass die eigene Koalition, dass fast drei Jahre nachdem ein entsprechender Prozess aufgesetzt worden ist, so etwas in einem Antrag formulieren muss, meine Damen und Herren. Und ich habe daher auch Ihrem Antrag wenig hinzuzufügen. Sie haben ja viele auf den Kulturraum GmbH bezogene wichtige Punkte, die wir übrigens in einem CDU-Antrag, der schon seit November 2022 zu diesem Thema vorliegt. Liebe Frau Schmidt, so viel zu Ihrer Polemik. Viele Dinge, die Sie ja übernommen oder aufgenommen haben. Klärung und Neufassung aller Verantwortlichkeiten. Etablierung des Arbeitsraumausschusses. Das sind alles Dinge, da kommen wir vollkommen überein. Inwiefern natürlich die operative Gesamtverantwortung, von der Sie gesprochen haben, mit dem von uns geforderten Controlling übereinstimmt und deckungsgleich ist, das müssten wir dann in der Tat nochmal diskutieren und das werden wir auch diskutieren. In jedem Fall geht Ihr Misstrauen in dem Prozess offensichtlich noch weiter. Sie fordern jetzt alle drei Monate ein Berichtswesen dazu im Hauptausschuss und im Kulturausschuss à la bonheur. Also das zeigt durchaus offensichtlich, dass Sie sehr kritisch den bisherigen Ergebnissen gegenüberstehen. Und nun wissen wir, dieser heutige Antrag wird erst nach den Wahlen behandelt werden. Und wer auch immer denn die Verantwortung im Kulturbereich tragen wird, wird sich aber schnell mit diesem Thema beschäftigen müssen. Fest steht jedenfalls, Klaus Lederer war nicht imstande, das so dringende Kulturraumproblem vernünftig zu lösen. Und das sagt wie bisher nicht nur die Opposition, sondern das sagen Sie mit diesem heutigen Antrag auch aus der eigenen Koalition. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Schünemann-Grume jetzt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das letzte Jahr war auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass wir wirklich so viele Gespräche führen würden mit allen Beteiligten, war für mich nicht abzusehen. Aber was man auch attestieren muss, in den letzten 20 Jahren hat sich deutschlandweit die Anzahl der Versicherten in der Künstlersozialkasse auf nun 195.000 Versicherte verdoppelt. Nach New York, aber vor London und Paris darf Berlin auf die weltweit zweithöchste Dichte an Künstlerinnen und Künstlern stolz sein. Berlin ist das künstlerische Zentrum Deutschlands und seine kreative Energie kennt keine Grenze. Ich muss nicht betonen, wie wichtig Kultur und Kreativität für Berlin sind. Der Kollege Goyny spricht ja auch immer zu Recht von unserer Schwerindustrie. Aber Künstlerinnen und Künstler arbeiten in Berlin prekär. Wer die Kulturlandschaft kennt, weiß, dass neben den wenigen Stars und Superstars viele Künstlerpersönlichkeiten mit niedrigen und niedrigsten Einkommen auskommen müssen, obwohl sie berühmt und obwohl sie etabliert sind. Die durchschnittliche Rentenerwartung der Berliner bildenden Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel lag 2019 noch vor der Corona-Pandemie bei 357 Euro im Monat. Und genau deshalb beschäftigen wir uns in der Koalition intensiv mit der Situation der Berliner Künstlerinnen und Künstler und hier vor allem mit den Arbeitsräumen. Denn wenn wir über den Bedarf an Arbeitsräumen, Ateliers, Produktionsproben und Präsentationsräumen reden, dann reden wir über den Bedarf von Künstlerinnen und Künstlern mit sozialer Dringlichkeit. Nicht die großen, die können sich die Ateliers leisten. Wir reden über die sozialen Ansprüche unserer Kulturpolitik. Berlin ist nachgefragt und der Zuzug wirkt sich nicht nur auf den Wohnungsmarkt aus. Die Berliner Mischung mit Wohnen im Vorderhaus und Arbeiten und Produktion im Hof verschwindet immer mehr. Soziale Kulturpolitik ist deshalb dringend auf den Erhalt und die Erschließung von Räumen für die künstlerische Arbeit angewiesen. Und weil es um viel mehr geht und gerade weil wir erhebliche Haushaltsmittel einsetzen, die wir an die Kulturraum GmbH überweisen, können wir nicht akzeptieren, dass Arbeitsräume aus dem Bestand fallen, Staffelmieten vereinbart werden und dass sich die Aussicht auf angekündigte Nutzungen um Monate verzögert. Wir haben einem Arbeitsraumbündnis dabei zusehen müssen, Robin Juncker hat es erwähnt, wie es sich verzettelt hat, wie es sich letztendlich so zerstritten hat, dass keine Zusammenarbeit mehr möglich war. Manuela Schmidt hat die Kulturraum GmbH ja hier erwähnt. Was hat uns gefehlt? Was hat den Künstlerinnen und Künstlern, was hat den Spaten gefehlt? Eine klare politische Zielsetzung, eine eindeutige Rollenverteilung, Transparenz und Augenhöhe. Was ist neu? Das stimmt. Die Koalition bringt heute eine Antragsinitiative auf den Weg, die die politischen Ziele dazu feststellt. Eindeutig und nachvollziehbar für alle. Wir wollen, dass die vorhandenen Arbeitsräume im Bestand erhalten bleiben. Wir wollen neue Arbeitsräume sinnvoll, wirtschaftlich und nachhaltig erschlossen werden. Wir wollen, dass die Nutzungsbedingungen sozialverträglich gestaltet werden. Wir wollen, dass Transparenz herrscht bei Erschließung, Herrichtung und Vergabe und nicht zuletzt, dass die Erfahrungen der Künstlerinnen und Künstler ernst genommen werden, weil es um Berliner Künstlerinnen und Künstler geht. Muss ihre Expertise und Erfahrung mehr Bedeutung erlangen. Wer weiß denn sonst, welche Bedeutung die Arbeit mit Farbe, welche Bedingungen die Arbeit mit Farbe an Beleuchtung, Lüftung und Lagerung stellt? Wer weiß, wie viel Lärmschutz, Stromversorgung oder Sicherheit die Arbeit mit Musiktechnik erfordert? Wer weiß, wie viel Nutzungszeit, Raumtiefe und Sichtschutz die darstellenden Künste verlangen, wenn nicht die Künstlerinnen und Künstler selbst? Das ist der Maßstab, an dem sich alles messen lässt. Zum Antrag. Die Kulturverwaltung wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen. So weit, so gut. Die Kulturraum GmbH trägt die Verantwortung für die Umsetzung. Und ein neu eingerichteter Arbeitsraumausschuss unter Beteiligung aller Sparten wird Beteiligung und Augenhöhe herstellen. Außerdem wird der Senat dem Parlament alle drei Monate eine Dokumentation vorlegen, die einen Überblick über alle genutzten und ungenutzten Räume, die im Bestand und in Planung sind, gibt. Ich kann Thorsten Schneider an der Stelle beruhigen. Das muss nicht an den Hauptausschuss gehen. Das reicht dem Kulturausschuss völlig. Wir stärken außerdem die Kontrollgremien und haben eine verpflichtende Evaluation in der Mitte der Legislatur vereinbart. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Rahmenbedingungen für künstlerische Produktion zu verbessern. Das haben wir im Koalitionsvertrag so miteinander vereinbart. Und dann sind bezahlbare Räume für die Künstlerinnen und Künstler in Berlin entscheidend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Brusek jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das muss man insbesondere für diesen Antrag sagen. Es handelt sich um eine Art rot-rot-grünes Wolkenkuckucksheim, das wieder einmal aufgewärmt wird. Wir müssen uns doch mal vorstellen, was dieser Antrag bewirken soll. Bei Rahmenbedingungen, wo der Wohnungsmarkt einbricht, Leute ihre Mieträume nicht bezahlen können, eine ungeheure Migration über diese Stadt hereinfällt und sie wollen 10.000 Räume für Künstler und Künstlerinnen besorgen. Und dieses anhand von unglaublich nichts-sagenden Wortfloskeln. Ich möchte das mal zitieren. Es ist ja schon ganz viel genannt worden, aber die eigentlich Beteiligten merken nicht, wie lächerlich das ist, was sie sagen. Kulturelle Vielfalt, klare Rollenverteilung, transparente Beteiligung auf Augenhöhe, Einbringung von Expertise, Verlässlichkeit und Kooperation, geregeltes Miteinander. Dieses hat keinerlei Inhalt, weder politisch noch verwaltungstechnisch noch irgendetwas. Es war ein Bündnis, das die Kulturraum GmbH mit ganz vielen Beteiligten zusammen eingegangen ist. Und dieses Bündnis hat nicht funktioniert. Und es wird einfach nur noch mal neu aufgewärmt unter anderen Vorzeichen. Das kann nicht funktionieren. Man muss doch erkennen, dass das nicht geht. Warum ist die Zusammenarbeit nicht gelungen? Erstens, die Räume gibt es nicht. Zweitens, die Räume gibt es nur, wenn es Geld gibt. Deswegen müsste das ja gerade im Hauptausschuss sein. Soll es aber nicht. Es gibt nur Räume für Künstler, wenn es auch Geld für Künstler gibt. Das Verfahren ist total unklar. Die Zahl von Mitwirkenden ist überdimensional. Und was sind verbindliche Verträge und Vereinbarungen? Also, wohlgemeinte Absichten. Das ist eine Kulturpolitik, wie sich die vielleicht deutsche Lehrerinnen so vorstellen. Aber das ist nicht das, was sich Künstler vorstellen. Falsche Prioritäten, Vollalimentierung der Kunst, nunmehr auch durch Räume. Kunstförderung, ja, auch durch Räume, aber nicht durch einen rot-rot-grünen Nenni-Staat. Und deswegen lehnen wir diesen Unfug komplett ab. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Billig jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Gäste. Es ist natürlich noch viel zu früh nach einem guten Jahr Bilanz zu ziehen. Aber die Situation ist nochmal, wir wissen es alle so, wie sie ist. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit zuallererst nutzen, mich bei den Kolleginnen von der SPD und von der Linken zu bedanken für die wirklich gute Zusammenarbeit bis hierher. Und ich wünsche mir, dass wir in ein paar Wochen in der Kulturpolitik einfach weitermachen, nahtlos anschließen können. Denn wir haben uns für die Kultur viele Ziele in dieser Wahlperiode gesetzt. Wir möchten die Kultur krisenfest und klimaresilient machen. Schöne Worte, ne, Herr Brusek? Dazu gehören Klimaschutz und Energiesicherheit, dazu gehören soziale Sicherheit und dazu gehört die Sicherheit der Arbeitsräume. Und mit dieser Sicherheit der Arbeitsräume haben wir uns jetzt fast ein Jahr in der Koalition beschäftigt. Wir haben es in den Reden schon gehört, dass die Situation kompliziert ist. Es spielen sehr viele Akteure und Akteurinnen mit. Wir haben alle Betroffenen und Beteiligten angehört und uns mit ihnen getroffen. Viele Sitzungen haben wir gehabt. Und wir haben jetzt als Ergebnis heute diesen Antrag. Und schon morgen beschäftigen wir uns mit der konzeptionellen Arbeit zusammen mit den Künstlerinnen und Kulturschaffenden. Denn Partizipation und die Beteiligung der Künstlerinnen und Kulturschaffenden ist uns wichtig. Unser Ziel ist es, dass das Arbeitsraumprogramm funktioniert. Denn die Arbeitsräume sind die Arbeitsgrundlage für die Künstlerinnen und Kulturschaffenden. Das Arbeitsraumprogramm und das Bündnis Kulturräume Berlin ist bisher noch nicht so ganz richtig ins Laufen gekommen. Die Kulturraum Berlin G GmbH ist von der Verwaltung aufgebaut worden. Die Struktur haben wir durchaus kritisch gesehen. Aber wichtig ist, dass etwas passiert. Deshalb nehmen wir diese Konstruktion an. Aber ich möchte betonen, das ist noch kein Selbstläufer. Denn im Zentrum müssen immer die Künstlerinnen stehen. Die müssen die Ateliers, Probe, Übungs- und Aufführungsräume bekommen, die sie brauchen. Mit der Ausstattung, die nötig ist, zu den Mietpreisen, die sie sich leisten können. Das heißt, die Kulturraum G GmbH ist Dienstleisterin für die Kulturschaffenden. Die KRB, also Kulturraum Berlin, muss sich also an deren Bedürfnisse anpassen. Die wichtigste Aufgabe neben der Dienstleistung für die Künstlerinnen ist die Akquise von neuen Arbeitsräumen. Da ist in letzter Zeit noch nicht genug passiert. Denn der Automatismus geht leider in die falsche Richtung. Um neue Arbeitsräume aufzutun, müssen wir uns, muss die Kulturraum GmbH, muss die Verwaltung sich einfach ganz wirklich ins Zeug legen. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, daran werden wir, daran wird die Kulturraum Berlin GmbH und daran wird auch der Senat am Ende der Wahlperiode gemessen werden, wie viele neue Arbeitsräume haben wir in dieser Wahlperiode zur Verfügung stellen können. Aus dem Bündnis wird jetzt also die Kooperation. Wichtig ist, dass verbindliche Abmachungen getroffen werden, die die Arbeitsstrukturen regeln. Das funktioniert nur, wenn die Beteiligten auf Augenhöhe miteinander stehen und die Kulturraum Berlin absolut Transparenz arbeitet. Prosa und Atelierbüro müssen dabei als die unabhängigen Player der Kulturszene durch die Verwaltung anerkannt werden. Und vielleicht noch ein Satz zum Herrn Brussig. Auch wenn Sie meinen, dass das hier leere Worthülsen seien, wissen wir doch, dass Partizipation, Diversität, Nachhaltigkeit, Transparenz, dass das für Sie Teufelswerk ist. Aber ich finde es gut, dass Sie hier für die Wählerinnen und Wähler nochmal klarstellen, wer eine moderne, zukunftsgerichtete Kulturpolitik in Berlin möchte, dass Ihre Partei dann nicht die richtige Wahl ist. Und ich habe eher den Eindruck, dass Sie gar nicht wissen, wovon wir reden und es nur deswegen als Worthülsen betrachten. Mit dem Antrag haben wir jetzt ein Stück des Koa-Vertrags wieder eingelöst. Wir werden das als Parlament auf jeden Fall eng begleiten und wir werden noch nicht davor zurückscheuen, die Struktur wieder zu verändern, wenn sie nicht funktioniert. Wir sehen darauf mit Argus-Augen, denn Berlin hat keine Bodenschätze, aber eine einzigerartige Kulturlandschaft. Die hat eine besondere Bedeutung. Dazu müssen wir stehen. Sie ist die Grundlage von Berlins Attraktivität als Reiseziel, als Wirtschaftsstandort, als Wohnort. Aber die Kunst und Kultur stehen unter anderem wegen der herrschenden Raumnot auf der Kippe. Berlins Kultur ist aber kein Nice-to-have und die Unterstützung dafür ist keine freiwillige Leistung, sondern es ist für uns die Pflicht, für sie zu sorgen, wenn wir Berlin ernst nehmen und ernsthaft für Berlin arbeiten. Das tun wir. Dankeschön. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Kluckert das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt wurde viel über Berlin gesprochen. Ich bin ja einer derjenigen Menschen hier, die in Berlin aufgewachsen sind und nicht hinzugezogen sind. Und ich auch. Bei manchen hat man das Gefühl, dass sie das Dorf immer noch nicht gegen die Großstadt getauscht haben. Aber das ist nur eine andere Bemerkung. Jedenfalls, dadurch, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, an die Zeiten, wo Berlin noch sehr viele Freiräume hatte, auch für Kunst- und Kulturschaffende. Gerade auch nachdem die Mauer gefallen war, was dort alles an Kreativität möglich war in der Stadt. Das wünsche ich mir heute manchmal zurück. Aber seitdem hat sich Berlin nun mal verändert. Berlin ist gewachsen und viele Menschen sind nach Berlin gekommen, weil sie hier leben wollen. Viele Unternehmen sind nach Berlin gezogen und haben ihre Angestellten mitgebracht. Und in Neukölln, wo ich aufgewachsen bin und wo ich auch am 12. Februar dann wieder als Abgeordneter für die Wahl antreten werde, da kennen wir uns nur zu gut aus, was dieser Wachstum mit einer kreativen Szene macht. Es war nämlich so, dass in Nordneukölln viel Leerstand war, auch gerade alte Ladengeschäfte, wo Künstlerinnen und Künstler sich angesiedelt haben. Ein buntes, quirliges Leben entstanden ist, eine ganz neue Welt in Neukölln. Und dieses bunte, quirlige Leben mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern hat viele andere angezogen, die nach Neukölln dann gezogen sind, wodurch die Mieten gestiegen sind und diejenigen, die den Bezirk attraktiv gemacht haben, dann verdrängt wurden. Und die Verdrängung von Künstlerinnen und Künstlern, die diese Stadt ja auch urban und lebenswert machen, das ist ein sehr großes Problem. Und deswegen ist es auch vollkommen richtig, Arbeits- und Atelierräume zu sichern. Und der Senat, der scheitert hier einfach seit Jahren. Es wird viel zu wenig getan, denn nur Gelder in einen Haushaltsplan hineinzuschreiben, schafft nicht ein Atelier und schafft nicht einen einzigen Kulturraum. Und wenn wir in Berlin doch eigentlich eine Sache wissen müssten, dann ist, dass noch mehr Bürokratie, noch mehr Verwaltung, noch mehr Akteure mit Einbinden eben nicht zu schnelleren und besseren Ergebnissen führen, sondern alles unnötig verlangsamen. Und das ist das, was Sie hier mit diesem Antrag eigentlich genau machen wollen. Sie wollen noch mehr Akteure, die noch mehr mitsprechen, einbinden, alles aber transparent machen und, und, und. Das, was Sie hier fordern, das schafft nicht einen einzigen Atelierraum mehr, einen einzigen Arbeitsraum mehr. Und deswegen werden wir diesen Antrag nicht unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Europa. Widerspruch hierzu höre ich nicht, dann können wir so verfahren. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.3. Das ist die Priorität der AfD-Fraktion mit dem Tagesordnungspunkt 17. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 190543, Kleingartenflächensicherungsgesetz Berlin, Kleingartenkultur und Erholungsraum erhalten. Ich eröffne die erste Lesung des Gesetzesantrags und in der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Latsch. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Kleingärten sind Berliner Tradition, Berliner Kulturgut und nicht nur deshalb schützenswert. Immer öfter entstehen Begehrlichkeiten für andere Nutzungen. Stück für Stück wird an den vorhandenen Flächen für andere Zwecke geknabbert. Schreibt man die Entwicklung fort, kann man schon heute absehen, in wie vielen Jahrzehnten sie verschwunden sein werden. Manche Parteien negieren das Existenzrecht der Kleingärten ganz und wollen sie entgegen des Bundeskleingartengesetzes umformen in Grabeland. Die Datsche soll weg, die Fläche verkleinert werden und der Kleingärtner soll pädagogische Aufgaben übernehmen, statt sich von seiner Arbeit zu erholen. Das steht im Widerspruch zu geltendem Recht. Das Bundeskleingartengesetz sagt klar, was ein Kleingarten ist und was kein Kleingarten ist. Selbst die ehemalige Abgeordnete Frau Platter war sich sicher, dass der Kleingarten- Entwicklungsplan des Senats eher für weniger Kleingärten als für mehr sorgen würde. Mindestens 14 Anlagen mit rund 400 Parzellen und 114.000 Quadratmeter Fläche sollen schon jetzt weichen. Weitere Begehrlichkeiten sind schon angedeutet. Es ist Zeit, die Kleingärten in Schutz zu nehmen. Die Kleingärten erfüllen nicht nur die Aufgabe als repräsentatives Kulturgut, sondern eine wichtige Aufgabe für die ökologische Stadt. Die Kleingärten sind Erholungsraum für die hart arbeitende Bevölkerung. Kleingärten sind Schutz- und Entwicklungsraum für Insekten, für Bestäuber wie Bienen, die unermesslich wichtig sind für die Pflanzenwelt. Sterben die Bienen, sterben die Menschen, titelt die Welt. Aber auch Vögel und andere Kleintiere finden in den Kleingartenanlagen sichere Schutzräume. Kleingärten verbessern das Stadtklima, sie sind Wasserspeicher und nehmen Starkregen auf. Dabei dienen sie als unversiegelte Versickerungsflächen. Die Kleingärtenanlagen stellen Frischluftschneisen dar. Sie vermindern Feinstaub und Klimagase. Das Vereinsleben, typisch deutsches Kulturgut und unverzichtbarer Motor für gemeinnütziges Engagement, stabilisiert die Gesellschaft als Ganzes. Kleingärten bieten Fluchträume aus engen Wohnverhältnissen. Spätestens in Lockdown-Zeiten wusste man sie zu schätzen. Aber auch in Kriegszeiten, die manch einer auch wieder auf und von deutschem Boden sich vorstellen kann, waren sie von großem Nutzen für die Ernährung der Pächter. Kleingärten bieten Kindern Raum zur persönlichen Entwicklung, zu Kontakt mit der Natur und Bewegungsfreiheit ohne die Gefahren des Alltags. Was kann besser sein, als die eigene Nahrung wachsen zu sehen und damit Respekt vor der Natur zu entwickeln? Kleingärten, meine Damen und Herren, sind als Erholungsraum und für die Gesundheit ihrer Nutzer unverzichtbar. Gäbe es keine Kleingärten, man müsste sie erfinden. Ganz sicher aber sollte mal nichts tun, was ihre Existenz gefährdet. Seit den 90ern diskutieren sie und streuen den Kleingärtern wie schon den Mietern und den ÖPNV-Nutzern vor Wahlen Sand in die Augen. Heute werden Kleingärten von ideologischen Debatten und Flächenkonkurrenz gefährdet, die sozialistisch-ideologisches Gedankengut in den privaten Lebensraum transferieren. Für solche Debatten ist die AfD nicht zu haben. Dieses Kleingartenflächensicherungsgesetz beschäftigt sich ausschließlich mit landeseigenen Flächen. Andere Flächen müssen über Bebauungspläne geschützt werden, besser in Landesobhut überführt werden. Dieses Flächenschutzgesetz beschäftigt sich nicht mit der Definition von Kleingärten und stellt deshalb auch keinen Konflikt mit dem Bundeskleingartengesetz dar. Das Kleingartenflächensicherungsgesetz beschäftigt sich ausschließlich mit den Flächen, die das Land Berlin für Kleingärten reserviert und schützt. Analog dazu gibt es ein vergleichbares Gesetz mit dem Tempelhofer Feldgesetz. Das haben Sie ja mittlerweile auch erkannt. Wer es ernst nimmt mit dem Schutz von Kleingärten, hat jetzt die Möglichkeit zu handeln, zu reden und den Kleingärtern damit endlich Sicherheit und das Gefühl von Heimat zu geben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Hofer das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meiner Fraktion, der SPD-Fraktion sind die Kleingärten in Berlin sehr wichtig und wir sind bereit, mit einem Landesgesetz die Kleingärten in Berlin zu sichern, ihnen einen besseren Schutz zu verleihen. Der Antrag, den die AfD-Fraktion hier eingereicht hat, leistet dazu aber keinen Beitrag, denn er springt viel zu kurz. Wir haben deshalb gesagt, wir wollen eine rechtssichere Lösung. Wir wollen deshalb ein juristisches Gutachten einholen mit externem Sachverstand, wo wir uns detailliert auseinanderklammbüsern wollen, wo genau die Gesetzgebungskompetenz ist, an die wir als Land Berlin anknüpfen wollen und das ist auch der richtige Weg. Und darüber hinaus wollen wir auch alle übrigen Instrumente nutzen, neben der Verbindlichkeit eines Gesetzes, nämlich das Mittel des Flächennutzungsplans, den man ändern kann, wo man Kleingartenflächen schützen kann. Wir wollen die Bebauungspläne in den Blick nehmen, wollen auch die Bezirke dazu bringen, ihre Kleingartenflächen besser zu schützen. Viele Bezirke haben davon noch gar keinen Gebrauch gemacht, zum Beispiel auch mein Heimatbezirk Pankow, das missfällt mir sehr. Und wir wollen natürlich auch Ankaufsfonds einrichten, wo man eben auch entsprechende Grundstücke von Privaten erwerben kann. Das ist der richtige Weg und auf diesen Weg machen wir uns. Und die Frage ist, warum wollen wir eine externe Expertise einholen? Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass die Verwaltungen sich schwer tun mit dem Thema der Kleingartenflächensicherung. Das erleben wir in den Bezirken, dass die Bezirke eben nicht die Bebauungspläne entsprechend ausweisen. Und eine Zwischenfrage lasse ich nicht zu. Ich sehe das die nicht sofort beim kleinsten Widerstand aufgeben. Und ich glaube, damit kriegen wir dann ein Gesetz hin, was funktioniert. Und warum sind Kleingärten wichtig für unsere Stadt? Sie sind aus Sicht der SPD-Fraktion aus sozialen Gründen wichtig, sie sind aus ökologischen Gründen wichtig und sie sind aus urbanen Gründen mehr denn je unverzichtbar. Und wenn man sich anschaut, wo Kleingärten hergekommen sind, sie sind als Arbeitergärten entstanden, als Schrebergärten entstanden. Das ist eng verbunden auch mit meiner Partei, der sozialdemokratischen Bewegung. Und wir vergessen unsere Wurzel an dieser Stelle nicht. Und deshalb wollen wir eben auch die Kleingärten erhalten. Und in der heutigen Zeit, und in der heutigen Zeit, wo wir über den Klimawandel sprechen, ist es mehr denn je wichtig, dass wir diese Kleingartenflächen weiter erhalten. Denn Berlin und Brandenburg gehören heute schon zu den sich am stärksten aufheizenden Regionen in Deutschland. Und wir brauchen deshalb eine hitzeresistente Infrastruktur. Und dazu gehören ohne jede Frage eben auch die Kleingartenanlagen. Und da, wo die Kleingartenanlagen aktuell sind, da gehören sie auch hin. Wir brauchen sie nicht an anderer Stelle, sondern wir wollen sie da erhalten, wo sie sind. Und wir wollen möglichst viele von ihnen erfassen. Klar ist auch, wir brauchen die Kleingärten auch aus urbanen Gründen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns als Stadt bewusst machen, dass wir in der Bodennutzung eine Diversifizierung brauchen. Also, dass wir nicht sagen können, wir machen jetzt alles nur noch mit Wohnen, wir machen alles nur noch mit Gewerbeflächen, sondern auch die Kleingartenflächen gehören zu einer modernen Stadt mit dazu. Und ganz wichtig ist auch, und das will ich an der Stelle aber auch sagen, weil das gehört eben auch zur Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit mit dazu. Wenn wir als SPD-Fraktion sagen, wir sprechen uns für ein Kleingartenflächensicherungsgesetz aus, haben wir immer gesagt, es gibt eine Ausnahme, wo wir sagen, da wäre eine Bebauung auch möglich. Und das ist der Bau von Schulen und Kitas. Da lassen wir eine Ausnahme zu. Aber ich sage auch, dass es keine Ausnahme, die ein Schweizer Käse sein darf, sondern das muss genau begründet werden. Es reicht nicht aus, dass ein Bezirk um die Ecke kommt und sagt, da brauchen wir eine Schule hin, da gibt es nur die Kleingartenanlage, was anderes gibt es nicht. Und dann sagen wir, alles gut, so machen wir es. Sondern wir wollen das genau auseinandergesetzt haben, wollen das genau begründet haben. Und wenn es dann wirklich nicht anders geht, wenn keine andere Möglichkeit ist, dann sagen wir, okay, das akzeptieren wir. Aber es darf da keinen Freifahrtsschein geben. Und ganz wichtig ist, die Stadtgesellschaft wartet darauf, dass wir als Land Berlin uns zu unseren Kleingartenflächen bekennen. Und wir müssen wissen, 80 Prozent der landeseigenen Kleingartenflächen gehören uns als Land Berlin. Und wenn wir es schaffen, diese 80 Prozent zu sichern, dann wird uns auch eine Lösung einfallen, wie wir auch die jetzt derzeit in privatem Eigentum befindlichen Kleingartenflächen mit erfassen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Evers jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein bisschen wie Murmeltiertag. Wahl steht vor der Tür und alle wollen auf einmal über Kleingärten reden. Schön wäre es, wenn in der Zwischenzeit ein bisschen mehr für unsere Gartenfreunde getan worden wäre. Die AfD-Fraktion hat in der letzten Legislaturperiode schon einen untauglichen Gesetzesvorschlag gemacht. Dieser ist jetzt vollkommener Murks, aber darauf wollen wir ja auch gar nicht näher eingehen. Wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was eigentlich in dieser Legislaturperiode passiert ist. Was überhaupt passiert ist, seitdem dieses Abgeordnetenhaus, und zwar weit über die damaligen Koalitionsgrenzen hinaus, beschlossen hat, wir wollen einen Kleingartenentwicklungsplan, der die dauerhafte Sicherung der Berliner Kleingärten zum Ziel hat. Das war damals 2014. Der Bausenator, der es hätte umsetzen sollen, hat sich damit nicht näher beschäftigt. Wir haben dann festgestellt, als Regine Günther die Zuständigkeit übernommen hat, dass auch jahrelang nichts geschah. Und ehrlicherweise das, was die Koalition jetzt vorgelegt hat, als Prüfauftrag, man möge mal Machbarkeit, Expertise mitverlaubt, das ist ein krachendes Misstrauensvotum gegen Bettina Jarasch. Ich kann das gut verstehen, aber es ist ehrlicherweise auch Ausweis der Handlungsunfähigkeit dieser Koalition in Sachen Kleingartenpolitik. Und ich finde, die Berliner Gartenfreunde hätten es auch verdient, dass ihnen mehr als Geschwafel serviert wird. Herr Kollege, garten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Altug? Aber unbedingt. Bitte schön. Die Technik scheint nicht mitzuspielen. Noch mal drücken, bitte. Wir arbeiten dran. Jetzt. So, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Ebers, könnten Sie mir bitte sagen, weil Sie gesagt haben, dass Frau Jarasch das zuständig sei, welche Senatsverwaltung für die Flächennutzungspläne beziehungsweise B-Pläne in dieser Stadt zuständig, über die wir Kleingarten sichern können? Dankeschön. Wären Sie unserem Weg der Übertragung der landesärkenden Kleingärten in ein Stiftungsvermögen gefolgt, dann wäre der Finanzsenator in erster Linie zuständig. Fachlich zuständig für die Sicherung der Kleingärten ist Frau Jarasch als zuständige Senatorin. Und wenn es um die Sicherung der Kleingärten durch B-Pläne geht, sind es Bezirke. Nach meiner Zählung sind da relativ viele grüne Stadträte dabei. Also lasst uns doch einfach mal darauf konzentrieren, zu Ergebnissen zu kommen, statt hier im üblichen Ping-Pong nur einander Schuld zuzuweisen. Ich finde, wir hätten längst soweit sein können, die Kleingärten diesen politischen Spielereien zu entziehen, indem man sie in ein Stiftungsvermögen überträgt. Dann müssten wir all diese Diskussion überhaupt nicht mehr führen. Jedenfalls für diese 80 Prozent der Berliner Kleingärten, die im Landeseigentum sind. Da wäre schon eine Menge gewonnen. Und wir müssten uns beim Thema planungsrechtliche Sicherung tatsächlich nur noch um die übrigen kümmern. Auch da müssen wir uns übrigens mit dem Finanzsenator dann in die Augen sehen und entscheiden, was wir wollen. Wenn es dabei bleibt, dass wir parteiübergreifend die Sicherung der Kleingärten insgesamt erreichen wollen, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme. Dann setzen wir entsprechende Prioritäten. Was aber nicht geht und was eine verhohene Piepelung der Berliner Gartenfreunde ist, kurz vor einer Wahl ein Papier vorzulegen, in dem steht, wir brauchen jetzt nochmal externe Expertise, weil wir haben ja so wenige Juristen in den Senatsverwaltungen. Zumindest offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so wenige Juristen, die out of the box denken. Also viel Erfolg bei der Suche. Wir wären pragmatische Lösungen, die zu guten Ergebnissen führen, in der Zwischenzeit sehr viel lieber gewesen. Und ich glaube auch, die Berliner Gartenfreunde werden sich da nicht hinter die Buchsbaumhecke führen lassen. Zum Thema Gesetz. Das können wir alles machen. Ehrlicherweise nicht auf dem Weg, den die AfD hier vorschlägt. Das ist Murks. Der Weg, den Sie damals vorgeschlagen haben, gab allerdings auch nicht so viel mehr her. Dann lassen Sie uns einfach mal mit den Kollegen im Deutschen Bundestag darüber sprechen, in welchen Rahmenbedingungen wir denn eigentlich das Bundeskleingartenrecht vielleicht auch neu setzen wollen, was das für die landesrechtlichen Regelungskompetenzen und Möglichkeiten bedeutet. Dann können wir auch diesen Weg gerne beschreiten. In der Zwischenzeit sollten wir aber das Uns-Mögliche längst erledigt haben. Das ist unser Ansatz. Dafür stehen wir bereit. Und das, wie gehabt, über Parteigrenzen hinweg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Dr. Althoff jetzt das Wort. Herr Evers, ich habe von Ihnen erwartet, dass Sie die Antwort geben, wer wofür zuständig ist. Aber Sie haben diese Frage nicht geantwortet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wenn es um die Flächennutzungspläne geht und die Sicherung, darüber entscheidet nicht Frau Jarasch. Das wissen Sie auch. Weil die Kleingarten, ich bin dran, Herr Kollege, weil Kleingarten Grünflächen sind, heißt das nicht, dass dafür Umweltverwaltung zuständig ist, sondern es geht darum, dass diese Flächen über die Flächennutzungspläne bzw. B-Pläne gesichert werden können oder nicht. Und Sie, da fragt man sich, was Sie bitte schön in Ihrer Regierungszeit für die Kleingarten getan haben. Schauen Sie sich bitte die Zahlen an, wie viele Kleingarten in der Zeit, in der Sie zwischen 2011 und 2016 regiert haben, vernichtet worden sind. Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion, der den Namengesetz leider nicht verdient. Über diesen wurde in diesem Parlament im April und September 2021 beraten. Es hat sich am Antrag nichts geändert. Es gilt weiterhin, dass es ein populistischer Antrag ist und dass eine Sicherung der Kleingarten, so wie es im Antrag beschrieben, nicht funktioniert. Wenn der AfD dieses Thema wirklich wichtig wäre, hätte sie in der Zwischenzeit dran gearbeitet, Ideen entwickelt und Lösungsvorschläge eingebracht. Wie unwichtig der AfD dieses Thema ist, sieht man auch daran, dass kein Wort zu Kleingarten in ihrem Wahlprogramm zu finden ist. Beim Abschreiben des Tempelhofer Feldgesetzes haben Sie, AfD-Fraktion, nicht berücksichtigt, dass die Flughafenflächen ungenutzt waren. Dieses Gesetz auf verpachtete Kleingartenflächen einfach zu übertragen, geht so nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, in der letzten Legislatur wurde viel Zeit damit verbracht, darüber zu diskutieren, die Kleingarten mit einem Gesetz zu sichern. Wir Grüne haben immer gesagt, dass es so nicht geht und das auch mit einem Rechtsgutachten belegt. Uns war und ist wichtig, zuerst herauszufinden, ob das Land Berlin überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz bei dieser Frage hat oder nicht. Und das unterscheidet uns von unseren Koalitionspartnern. Sie versprachen den Kleingarteninnen und Kleingarten, bevor die Frage der Gesetzgebungskompetenz geklärt wird, alle, ich betone, alle Kleingarten gesetzlich zu sichern, wissend, dass es nicht geht. Zumindest die SPD-Fraktion redet aber mittlerweile nicht mehr davon, alle Kleingarten rechtlich zu sichern, sondern nur diejenigen auf den landeseigenen Flächen. Und was fordert die Fraktion Die Linke? Einerseits will sie alle Kleingarten sichern, sie kann uns aber nicht sagen, wie das rechtlich und finanziell möglich wäre. Andererseits bringt sie einen Antrag ein, über den gerade Koalitionsintern beraten wird, indem sie Güterumschlagzentren für Berlin fordert. Dabei sollen unter anderem alle geeigneten Eisenbahnflächen im Stadtgebiet gesichert und nicht für Bahn- oder Logistik-fremde Zwecke umgewidmet werden. Bekanntlich befinden sich ein Großteil der Kleingarten im privaten Besitz auf den Bahnflächen. Sollen diese Kleingarten als Umschlagzentren genutzt werden? Sehr geehrte Damen und Herren, die Grünen haben zu Beginn dieser Legislaturperiode das Thema Kleingartensicherung wieder aufgegriffen und in die Koalitionsarbeit eingebracht. Leider erst im letzten Herbst gab es Bewegungen in der Sache. An dieser Stelle möchte ich Herrn Thorsten Hofer von der SPD-Fraktion dafür danken, dass er sachlich und nicht populistisch an diesem Thema mitarbeitet, anders als sein Vorgänger. Seit dem letzten Herbst arbeiten wir daran, Wege zu finden, wie eine gesetzliche Sicherung möglich wäre. Vom Herrn Hofer kam der Vorschlag, ein Artikelgesetz zu machen. Wir haben die Eckpunkte eines solchen Gesetzes bereits entwickelt. Bevor wir aber daran weiterarbeiten, ohne sicher zu sein, ob das Land Berlin dazu eine Gesetzgebungskompetenz hat oder nicht, habe ich vorgeschlagen, ein weiteres Rechtsgutachten dieses Mal über den Senat durch externe Fachleute einzuholen. Dieser Koalitionsantrag steht heute auf der Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir Grüne stehen klar für eine seriöse Sachpolitik und kämpfen weiterhin dafür, die Kleingärten und mit der Karte für das Berliner Stadtgrün zahlreiche weitere Grünflächen zu sichern. Sehr geehrte Damen und Herren aus der Koalition, ich möchte die Serie dabei machen, das zu nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir neben der Sicherung der Kleingärten auch einen Transformationsprozess im Kleingärtenwesen anschieben, beziehungsweise die bereits vorhandenen Ansätze unterstützen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Grüne wollen aus sozialen, klima- und stadtentwicklungspolitischen Gründen erreichen, dass die Kleingärten und Grünflächen dauerhaft geschützt sind. Liebe Berliner und Berliner, gehen Sie bitte am 12. Februar wählen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann hat für eine Zwischenbemerkung der Abgeordnete Latsch das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Ja, ich glaube, das ist jetzt so der Moment, wo man wieder mal ein paar Korrekturen anbringen muss. Wir haben jetzt von Herrn Ebers gehört und von Herrn Dr. Alto gehört, dass unser Kleingartenschutz, Flächenschutzsicherungsgesetz inhaltlich untauglich wäre. Das ist ziemlich dicht angelegt an das Tempelhofer Feldgesetz. Heißt also, wir haben schon seit Jahren ein völlig untaugliches Gesetz, was Sie offensichtlich völlig unkritisch fanden. Ist irgendwie seltsam, oder? Nein, Sie werfen mit den üblichen Nebelkerzen, meine Damen und Herren, und das ist das Problem hier. Vor jeder Wahl werfen Sie irgendeine Nebelkerze. Ich erwähne nur mal die Nebelkerze Deutsche Wohnen enteignen. Da machen Sie jetzt seit anderthalb Jahren ein Gutachten. Eine Million Wähler haben Sie damit übers Ohrgauen. Übers Ohrgauen. Nur so kann man das nennen, meine Herrschaften. Seit anderthalb Jahren jetzt führen Sie die anderen am Nasenring durch die Manege und erzählen Ihnen, Sie müssten dringend noch ein Gutachten anfertigen. Und 2021 hat der Dr. Alltuck hier wirklich eine tolle Wollte hingekriegt und hat erzählt, er hätte ein Gutachten und das würde erklären, unser Kleingartenflächenschutzgesetz, das wäre nicht zulässig. Da er die Oberhuheit über dieses Gutachten hatte, konnten wir das nicht widerlegen, was da drinnen steht. Wir haben es dann hinterher in die Finger gekriegt und siehe da, kein einziger Satz in diesem Gutachten, keine einzige Frage, die Herr Dr. Alltuck an den wissenschaftlichen Dienst gestellt hat, beschäftigte sich in irgendeiner Weise mit unserem Kleingartenflächensicherungsgesetz. Und genau so ein Hornberger Schießen werden wir jetzt erleben, wenn Sie wieder Gutachten anfertigen, um die Kleingärtner zu vertrösten. Seit Jahrzehnten erzählt die SPD was davon, dass sie unbedingt die Kleingärten schützen möchte. Sie führen die Mieter an der Nase rum, sie führen die Wähler an der Nase rum, sie führen die ÖPV-Nutzer mit ihrem 29-Euro-Ticket an der Nase rum und sie führen jetzt auch noch die Kleingärtner an der Nase durch die Manege. Und dass ihnen das gelingt, das hat eine ganz einfache Geschichte. Wir haben nämlich nachdem 2021 plötzlich alle aufgescheucht, wie Hühner durch die Gegend rannten und die Medien total bemüht waren über die SPD und die Grünen und die CDU zu schreiben, haben wir diesmal gesagt, wir informieren die Medien vor und haben sie eingeladen. Und gekommen ist einer, eine genau genommen, von den Öffentlich-Rechtlichen. Und die hat gleich am Anfang klargemacht, dass sie darüber nichts schreiben wird. Und währenddessen wir schon wieder sehr viel über ihre seltsame Gutachtengeschichte gehört haben. Das Problem, meine Damen und Herren, ist, dass die Medien ihre Aufgabe in dieser Stadt einfach nicht erfüllen, nämlich die Bürger wirklich umfassend zu informieren. Sonst wären sie auch nicht damals auf ihren Mietnickel reingefallen, nicht auf ihr deutsche Wohnen enteignen, nicht auf ihr 29-Euro-Ticket. Die Medien sind einfach Komplizen ihrerseits und das ist das Problem in dieser Stadt. Dann hat zur Erwiderung der Kollege Dr. Altug das, keine Erwiderung, gewünscht. Dann hat der Kollege Ralf Schneider für die FDP das Wort. Ja, ja, kein Problem. Super. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also es ist schon eine seltsame Wendung dieser Debatte um ein eigentlich ernstes Thema, wenn wir von den Kleingärten und den Menschen, die dort eine Scholle gefunden haben und sich darüber freuen, zu einer breit gefächerten Medienschelte kommen. Also das passt hier wirklich nicht in die Debatte. Kleingärten sind eine Berliner Tradition, haben eine wichtige Funktion für die Menschen als Erholungsraum, als ein Ort für ihre Hobbys, als ein Ort, wo sie Träume auch verwirklichen können, anders als an vielen anderen Stellen in dieser Stadt. Auch das ist ein Scheitern übrigens des rot-grün-roten Senats, dass es so wenig Orte gibt, wo man seine Träume verwirklichen kann. Kleingärten haben eine wichtige Funktion für die Biodiversität, sind auch manchmal Brücken von Grünanlagen zu Grünanlagen. Und deswegen geht es natürlich darum, auch in Zukunft die Kleingärten in ihrer ökologischen Funktion zu stärken, diese Räume auch auf Dauer zu bewahren, soweit es eben geht. Wir lehnen den AfD-Antrag selbstverständlich als FDP ab. Die guten Gründe wurden hier teilweise schon dargelegt. Dieser Antrag ist untauglich mit Blick auf die Zielerreichung und wirft mehr Probleme auf, als er lösen kann. Wir wollen die Kleingärten in der Zukunft auch gerne weiterentwickeln. Und das müssen wir gemeinsam mit den sehr, sehr engagierten Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern machen, die sehr gut organisiert sind, mit denen man sehr gut auch staatlicherseits in den Dialog treten kann, um da gemeinsame Interessenabwägungen auch vorzunehmen. Uns ist wichtig beispielsweise, dass die Kleingärten sich stärker auch für die Nachbarschaften öffnen, beispielsweise indem auch Flächen für Gemeinschaftsgärten ausgewiesen werden, sodass mehr Menschen von den Kleingartenanlagen profitieren können, auch in der Nachbarschaft, auch wenn man keine eigene Scholle dort besitzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann hat für die Linksfraktion die Abgeordnete Genbog das Wort. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner, ich sage sehr klar für die Linke, wir wollen alle Kleingärten schützen. Seit Jahren sagen wir das. Wir wollen, dass Berlin noch mehr Kleingärten bekommt und nicht wie die letzten Jahrzehnte immer weniger. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Greff? Nein, später gern. Kleingärtenbebauung ist Klassenkampf von oben. Das habe ich übrigens schon 2019 gesagt. Es gibt einen tollen Text in der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu von mir. Friede den Hütten kann ich gerne jedem empfehlen. Warum sage ich das? Wer kriegt ja hier den Eindruck, dass jetzt Kleingartenschutz und Klimaschutz zum Wahlkampf-Slogan verkommt. Ich finde das unangemessen. Es ist völlig klar, dass wir hier anhand dieser Kleingartenflächen tatsächlich um eine soziale und ökologische Raumverteilung in der Stadt sprechen. Da wundere ich mich dann schon, warum hier die Immoparteien eigentlich so gar nicht über die Immobilienspekulanten in der Stadt sprechen und die Geschichten, die wir da erfahren durften. Ich helfe Ihnen da gerne nochmal auf die Sprünge. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzung um Oeynhausen. 2016 war das, glaube ich. Da wurde von der Grot-Gruppe also die Hälfte dieser riesigen alten Anlage zur Bebauung durchgesetzt. Und ich will jetzt auch die Oeynhausenerinnen und Oeynhausener grüßen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass die CDU und die SPD-Fraktion von der Grot-Gruppe regelmäßig große Geldspenden bekommen. So ein Zufall. Nun ja, also reden wir doch mal darüber, warum hier die Auseinandersetzung über die Raumverteilung so stockt. Ich meine, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, dass wir gemeinsam hier offenbar fraktionsübergreifend sagen, wir wollen Kleingärten schützen, ist doch schon mal ein richtig großer Fortschritt. Lassen Sie uns da entschieden voranschreiten. Wir als Koalition haben deswegen einen Antrag heute auch zur Besprechung vorgelegt. Wir wollen, dass der rechtliche Rahmen für ein Kleingartenflächensicherungsgesetz ausgelotet wird. Und warum wollen wir das rechtlich prüfen? Nun ja, es ist ja so, dass eben diese offenen Fragen im Raum stehen. Der Kollege Altug hat das jetzt auch schon ausdrücklich vorgetragen. Ich will aber auch sagen, dass wir natürlich ganz umfassende Folgeregelungen treffen müssen. Alle, die sich heute hier hinstellen, CDU, FDP und andere, die erklären, dass sie Kleingärten schützen wollen. Von ihnen erwarte ich dann die Mitarbeit, wenn wir mit dem Bausenator gemeinsam den Steppwohnen überarbeiten müssen und den Flächennutzungsplan. Da können Sie sich dann nämlich nicht hinstellen und wieder sagen, wir seien die Bauverhinderer. Deswegen lassen Sie uns das konsequent durchsetzen. Wir als Linke sagen ganz klar, wir müssen die Kleingärten schützen. Das ist eine Frage der sozialen und der ökologischen Raumverteilung. Und wir müssen ran, auch an die privaten Flächen. Wir überlassen doch nicht die privaten Flächen, die Immobilienspekulanten und die Landeseigenen schützen wir. Nein, wir brauchen eine Lösung für alle. Das ist klar. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Gesetzesantrags an den Ausschuss für Umwelt, Verbraucher und Klimaschutz. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.4. Das ist die Priorität der Fraktion der FDP mit dem Tagesordnungspunkt 47. Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 190779. Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz, endlich mehr Tempo für den Wohnungsbau. In der Beratung beginnt die FDP-Fraktion und hier die Kollegin Meister. Bitte schön. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren. Das ist ja heute schon ein vorherrschendes Thema, das es doch, glaube ich, viele gibt in diesem Raum, die der Meinung sind, wir bräuchten mehr Wohnungen. Der Meinung sind wir auch. Selbst die Linken haben ja ganz offensichtlich die Zeit über Weihnachten nochmal genutzt und haben nochmal nachgelesen, ob es nicht vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage geben könnte. Und insofern hat ja Dr. Lederer neulich nochmal gefordert, wir brauchen jetzt 80.000 neue Sozialwohnungen. So, am Ende des Tages bleibt natürlich die Frage, schaffen wir das überhaupt in Berlin, selbst wenn wir es alle wollten, schaffen wir es, so schnell so viele Wohnungen zu bauen. Wir sehen jetzt, dass es auf Bundesebene wieder heißt, nee, geht doch nicht so ganz raus, müssen wir haben, mal gucken. Ich glaube, dass wir mehr können. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Wenn wir es schaffen, in diesem Land in einem halben Jahr Flüssiggasterminals an der Küste für LNG-Gas zu bauen, dann muss es doch auch möglich sein, Wohnungen in einer anderen Geschwindigkeit zu bauen. Und deswegen haben wir mal geguckt, was denn in diesem LNG-Gesetz so drinsteht und was sich Robert Habeck dazu ausgedacht hat. Es geht jetzt, bevor mich wieder einer missversteht, es geht jetzt nicht um das kleine Bauprojekt, sondern es geht wirklich um die großen Projektentwicklungen, wo es auch darum geht, mal wirklich richtig zu bauen und neue Quartiere entstehen zu lassen in einem Mischgebiet, wo man auch nicht nur wohnt, auch Arbeit baut und vielleicht auch noch Verkehr dazu, auch das hatten wir ja. Wenn Sie sich nochmal dieses LNG-Gesetz vornehmen, Also da wird einem ja schon beim Lesen ganz schwindelig, da werden die Umweltverträglichkeitsprüfungen von vier Wochen auf eine Woche verkürzt, die Beteiligungsverfahren werden entsprechend verkürzt, die Auslegungen erfolgen überall digital. Das Vergaberecht wird eingeschränkt. Wir würden immer empfehlen, dass wir dann das Vergaberecht des Bundes nehmen. Auch Genehmigungsfiktionen und Typengenehmigungen bräuchte man dazu. Vergabe- und Nachprüfverfahren werden entsprechend beschleunigt. Das ist das LNG-Gesetz. Das ist jetzt nicht irgendeine Idee, sondern genau so hat man es beim Bau der Flüssiggasterminals gemacht. Und das hat ja gewirkt, wie wir gesehen haben. Voraussetzung dafür war, dass man gesagt hat auf Bundesebene, die Versorgung mit Energie ist für unsere Gesellschaft von besonderer Priorität, von übergeordnetem öffentlichen Interesse. Und ich frage Sie, warum nicht auch der Wohnungsbau? Was wollen wir denn all den Geflüchteten erzählen? Wollen wir ihnen erzählen, ihre Zukunft ist für die nächsten zehn Jahre in dem Move zu bleiben? Was wollen wir denn der Familie erzählen mit Nachwuchs, die aus einer Zweizimmerwohnung gerne in eine Drei- oder Vierzimmerwohnung ziehen würde? Was erzählen wir denn der alten Dame, die sagt, ich würde ja aus meiner 200 Quadratmeter Altbauwohnung gerne ausziehen, ist mir viel zu groß, nachdem die Familie weg ist, aber auch keine Chance hat, eine neue zu finden. Was ist das für ein Irrsinn, den wir machen? Und warum bauen wir hier nicht mehr Wohnungen? Wir brauchen dringend bezahlbare Wohnungen. Dringendst. Und ich glaube, es ist von großem öffentlichen Interesse, dass wir endlich zügig bauen. Und hier könnten wir wirklich von lernen, von dem LNG-Gesetz, wie man mal schnell Infrastruktur bauen kann. Und genau die haben wir nötig hier in Berlin. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Kühnemann-Grunow jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, wenn die FDP das Ziel der Koalition teilt, den Wohnungsbau in Berlin voranzutreiben. Denn ohne Wohnungsbau werden wir den Wohnungsmangel in der Stadt nicht beheben. Das ist klar. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, den Wohnungsneu- und auch Umbau in der Stadt mit höchster Priorität voranzubringen. Wer selbst auf der Suche nach einer Wohnung in der Stadt ist, ich kriege viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die für ihre Kinder kleine Wohnungen suchen. Wer die langen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen sieht, der kann mit einem sozialen Gewissen nur den Wohnungsneubau zur Priorität der Bemühungen in der Stadtentwicklung machen. Der Leerstand, den wir in Berlin derzeitig haben, beträgt inzwischen unter einem Prozent. Ich meine, ich gucke mal den Stadtentwicklungssenator an, wir sind bei 0,6 Prozent angekommen. Für die SPD ist das selbstverständlich. Die SPD hält am Ziel, 20.000 Wohnungen pro Jahr bauen zu wollen, fest. Und ja, auch mir persönlich dauern einige Bauvorhaben eindeutig zu lange. Wenn wir nicht bauen, dann verschärfen wir die soziale Situation in der Stadt. Und auch aus klimapolitischen Gründen ist es nicht gut, wenn die Wohnungen nicht dort sind, wo die Arbeitsplätze sind. Die Situation der Geflüchteten, Frau Meister hat es angesprochen, wurde bereits benannt. Über 400.000 Menschen pendeln täglich zu ihrem Arbeitsplatz. Wenn Menschen nicht dort wohnen können, wo sie arbeiten, dann nehmen die Verkehrsströme zu und es werden mehr Flächen im Umland zugebaut. Wir können nicht sagen, dass wir eine Stadt der kurzen Wege wollen. Wir bauen Radwege auf und dann durch fehlenden Wohnungsbestand neue lange Wege zwischen Berlin und Brandenburg provozieren. Wenn wir über Klimapolitik nachdenken, müssen wir über den Tellerrand schauen. Es ist eine Milchmädchenrechnung zu glauben, dass es hilft, die Klimabilanz zu verbessern, wenn wir an einer Stelle Wohnungsbau ausschließen, dafür dann aber an anderer Stelle in Brandenburg eine dreiflache Fläche versiegeln. Vielleicht verschlechtert sich nicht die Klimabilanz von Berlin. Das Klima unterscheidet aber leider nicht zwischen Bundesländern. Klima ist leider eine globale Angelegenheit und so kommen wir an dieser Stelle nicht weiter. So sehr wir hier also einen Konsens im politischen Ziel des Wohnungsbaus haben, so wenig Zustimmung kann ich Ihnen zu Ihrem Verfahrensvorschlag signalisieren. Liebe Frau Meister, denn mit den insgesamt sieben Punkten, die Sie hier auflisten, ist entweder bereits bestehende Gesetzeslage oder widerspricht Gesetzen im Bund und EU. Es tut mir leid, das so direkt sagen zu müssen, Ihr inhaltlicher Vorschlag für ein Gesetz läuft ins Leere und bringt wenig. Ich kann aber gerne noch mehr im Detail dazu sagen. Unter Punkt 2 fordern Sie, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen entfallen sollen. Der Bundesgesetzgeber hat mit der Einführung der Umweltprüfung in der Bauleitplanung im Jahr 2004 die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie über die strategische Umweltprüfung für Pläne und Programme in nationales Recht umgesetzt. Gleichzeitig sind bereits heute Ausnahmen möglich. Hiervon hat der Bundesgesetzgeber unter anderem mit dem beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a des Baugesetzbuches Gebrauch gemacht. Nächstes Beispiel. Unter der Nummer 4 schreiben Sie, Genehmigungsfiktionen sind vorzusehen. Solche Fiktionen gibt es im Baugenehmigungsverfahren schon seit mehreren Jahren. Ein Blick in § 69 der Berliner Bauordnung würde Ihnen da sicher weiterhelfen. Gemäß Absatz 4 gilt im vereinfachten Verfahren die Genehmigung per Gesetz als erteilt, wenn bestimmte Fristen abgelaufen sind und gemäß Absatz 2 gelten Stellungnahmen oder ein Einvernehmen nach Ablauf bestimmter Fristen als erteilt. Punkt 7. Sie schreiben, die Wohnungsbauförderung für den Bau von Sozialwohnungen soll weiterhin öffentlichen und privaten Investoren gleichermaßen zur Verfügung stehen. Das ist schön, dass Sie das hier noch einmal wiederholen, aber es ist Ihnen doch hoffentlich bekannt, dass die soziale Wohnraumförderung diskriminierungsfrei öffentlichen und privaten Investoren gleichermaßen zur Verfügung stehen muss. Für geltendes Recht ein neues Gesetz erlassen, nur damit die FDP es auch mal gesagt hat, ist nicht mein Verständnis von Gesetzgebung. Aber das müssen Sie selbst einschätzen. Insofern kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier der Antrag mit heißer Nadel zusammengestrickt wurde, dem es leider an Substanz fehlt. Nicht ohne Grund haben Sie für vermeintliches Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz auch keine konkreten Gesetzesänderungen vorgelegt, sondern nur allgemeine Aufträge und vor allem die Forderung nach bereits existierenden Gesetzeslagen. Das ist der Bedeutung, die der Wohnungsbau, der Neubau von Wohnungen für Berlins Zukunft hat. Leider nicht angemessen. Schade. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Stettner jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, im Ziel scheinen wir uns, sehr geehrter Herr Generalsekretär, im Ziel scheinen wir uns alle einig zu sein und zu wissen, dass wir Neubau dringend brauchen, um die Wohnungskrise Berlins auflösen zu können. Zumindest alle, die bisher gesagt haben, sind sich dort einig. Vielen Dank. Denn die Analyse stimmt ja, die die FDP aufgemacht hat. Die Berliner Mieterinnen und Mieter haben auf diesem Wohnungsmarkt schlichtweg keine Chance mehr. Es sind zwar nicht alle, Frau Meister, aber ich gönne es denen, die es haben, mit dem Problem verhaftet, 200 Quadratmeter Altbauwohnungen loswerden zu müssen, hätte ich gern das Problem. Aber insgesamt haben die Berliner Mieterinnen und Mieter ein Problem, neue Wohnungen zu finden. Das wissen wir. Und woran liegt das? Weil in den letzten sechs Jahren, und das ist das Ergebnis der Koalition von SPD, Grünen und Linken, der Wohnungsbau komplett an die Wand gefahren worden ist. Das ist Ergebnis Ihrer Tätigkeit. Es gibt quasi keine Fluktuationsreserve mehr. Wir haben die Wohnbauziele, die Sie selber gesteckt haben, sind dramatisch verfehlt worden. Sie haben über 20 Prozent weniger. Sie werden in diesem Jahr weniger bauen. Wenn wir uns angucken, wie das bei den Studentenwohnungen ausschaut, mein Kollege Adrian Grasse fragt das immer sehr aktuell ab. Da haben wir im Jahre 2015 mit der SPD gemeinsam beschlossen, es sollen 5.000 gebaut werden. Im Jahre 2015, bis heute haben Sie es geschafft, 2.700 zu bauen, sieben Jahre später. Bei rund 200.000 Studenten haben Sie ca. 13.800 Wohnheimplätze. Insgesamt, die verkehrliche Anbindung, die fehlende bei den Neuprojekten hatten wir schon als Thema intensiv diskutiert. Gleichzeitig wächst unsere Stadt. Insgesamt nach sieben Jahren Ihrer Regierungstätigkeit haben wir eine Wohnungskrise in Berlin. Und das schieben Sie jetzt bitte nicht auf den schrecklichen Angriffskrieg Putins, Russlands gegen die Ukraine. Schieben Sie es nicht auf gestiegene Baukosten. Die sinken nebenbei schon wieder mittlerweile, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und schieben Sie es nicht auf die gestiegenen Zinsen. Denn die Gründe dafür haben Sie alle schon vorher gelegt. Es ist doch peinlich, sich dahinter zu verstecken. Sie blockieren sich gegenseitig. Sie streiten die ganze Zeit. Sie fabulieren als Ergebnis, als Lösung über irgendwelche Enteignungen und lösen kein Problem. Unsere Vorschläge zur Lösung dieser Mietenkrise liegen auf dem Tisch. Und wir werden sie mit jedem, der die Nöte der Berliner Mieterinnen und Mieter lindern möchte, so wie wir das wollen, umsetzen, so wie wir die Chance dafür haben. Wir werden 25.000 neue Sozialwohnungen bauen. Und wir wissen auch, wie. Wir werden für Transparenz, Rechtssicherheit und Mieterschutz sorgen. Wir werden ein Förderprogramm für mieterneutrale energie- und sanierende Sanierung umsetzen. Wir möchten Mieterstrom- und Energiemodelle fördern. Wir möchten selbstgenutzten Wohnraum von der Grunderwerbsteuer befreien. Wir möchten Spekulationen dafür massiv besteuern. Und Neubau zusammen mit den Bürgern, Achtung, zusammen mit den Bürgern, mit Privaten wie Öffentlichen realisieren. Und da, sehr geehrte FDP, liebe Kollegen, wir sind in vielen Punkten einer Meinung, da haben wir einen großen Distanz. Dafür brauchen wir das Wohnraumbeschleunigungsgesetz in der Form, wie Sie es vorgestellt haben, ganz sicherlich nicht. Da haben wir eine ganz grundsätzlich andere Herangehensweise, als Sie das hier vorgetragen haben. Von einer Beteiligung der Öffentlichkeit ist abzusehen, schreiben Sie. Ich habe innegehalten, wenn ich das gelesen habe, wenn Sie das wirklich ernst meinen. Von einer Beteiligung der Öffentlichkeit ist abzusehen. Wenn wir doch eins wissen, wenn wir mit der Bevölkerung, mit den Bürgern vor Ort nicht offen auf Augenhöhe und ehrlich kommunizieren, dann gelingt ein Neubauvorhaben nicht. Im Gegenteil müssen wir machen. Das zeigen doch alle Projekte. Frau Lomsch hat es vorgeführt von den Linken, wie man das nicht machen muss. Indem man 5.000 Wohnungen bauen will im Blankenburger Süden, dann von 10.000 fabuliert. Alle fühlen sich freundlich ausgerübt, veräppelt und nachher will keiner mehr. Also genau das können wir doch wirklich nicht tun. Das Gegenteil müssen wir machen. Wir sorgen dafür, dass verkehrliche Anbindungen da sind. Wir diskutieren das vor Ort, auch wenn es weh tut. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Wir sprechen mit den Bürgern vor Ort und werden dann auch dafür sorgen können, dass Neubau möglich ist. Und wenn man dann den politischen Willen hat und sich nicht ständig streitet, wie es diese Koalition tut, dann geht es auch schneller. Das zeigen andere Beispiele ja auch. Und das wird der Weg sein, den wir versuchen, ab dem 13. Februar zu gehen. Dankeschön. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Otto jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause an den diversen Endgeräten. Wir alle und insbesondere auch die Fraktion Bündnis 90 die Grünen plädiert dafür, dass wir Wohnungsbau machen, Wohnungsbau beschleunigen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich denke, da sind wir uns auch weitgehend hier im Saal einig. Wenn wir uns mal angucken, und Sie haben ja verschiedene Werkzeuge als FDP in Ihrem Antrag angesprochen. Wenn wir uns mal angucken, wie läuft eigentlich Planung, wie läuft eigentlich Genehmigungswesen, dann müssen wir uns zuerst anschauen, den Flächennutzungsplan. Wir haben in unsere Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, dass wir den FNP von 1994 überprüfen wollen, überarbeiten wollen. Das geschieht. Der Flächennutzungsplan ist das Basiswerk für Wohnungsbau, für Gewerbe, für Grünflächen, für Verkehrswege, kurzum für die gesamte Stadt. Der nächste Schritt sind die Bebauungspläne. Wir wissen alle, davon haben wir zu wenige in Berlin. Und deshalb haben wir in die Koalitionsvereinbarung geschrieben, die Koalition unterstützt die Aufstellung von Bebauungsplänen als Regelinstrument, um die kooperative Baulandentwicklung anzuwenden und die Qualität zu sichern. Also Wohnungsbau, schnell und qualitätvoll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und auch die Beschleunigung steht auf dem Zettel der Koalition. Damit verbunden, ich zitiere, ist unter anderem der Aufbau von Personal, besser abgestimmte Verkehrsplanung, Beschleunigung von Bebauungsplänen, gute und zügige Beteiligungsverfahren, sage ich mal in Richtung FDP. Gut und zügig. Daran wird gearbeitet. Und was gehört alles noch dazu zu Bebauungsplanverfahren? Umweltverträglichkeit. Und da bin ich doch erschüttert, dass Sie die einfach so streichen wollen. Sie führen als Beispiel an das Gesetz zu den LNG-Terminals aus dem Deutschen Bundestag. Da ist in der Tat gespart worden an der Umweltverträglichkeitsprüfung. Aber dass Sie die ganz entfallen lassen wollen, das kann doch nicht Ihr Ernst sein als FDP. Das wollen Sie hier übertragen auf den Wohnungsbau in Berlin. Wie wollen Sie denn neue Wohngebiete einpassen in die Stadtnatur mit Grünflächen? Was ist mit Lärm? Was ist mit Schadstoffen, wenn Sie vorher gar nichts mehr prüfen möchten? Wollen Sie Leute an der Autobahn wohnen lassen? Wollen Sie Schornsteine ohne Filter? Wollen Sie Parks ohne Bäume? Meine Damen und Herren, das kann nicht ernst gemeint sein. Und ebenso wenig kann ernst gemeint sein, dass Sie mehrere hunderttausend Wohnungen in Berlin, denn darüber reden wir ja, ohne Bürgerbeteiligung errichten möchten. Auch das kann nicht ernst gemeint sein. Hier wurde, ich komme mal zurück auf die Fragestunde, hier wurde heute früh verlangt von der Opposition, dass der Senat für ein paar Meter Fußgängerzone eine riesige Beteiligung abhalten soll. Ja sogar, dass das Vorhaben wegen der Wahlen ausgesetzt werden soll, meine Damen und Herren. Das ist hier verlangt worden, wegen einer kleinen Fußgängerzone. Aber bei hunderttausenden Wohnungen wollen Sie auf die Bürgerbeteiligung verzichten. Sie müssen mal aufpassen, dass Sie konsistent sind, auch in der FDP. Nach der Nachbebauungsplanung und FNP geht es natürlich um das Baugenehmigungswesen. Und da sind wir auch bei etwas, was wir hier im Rahmen der Bauordnung selber behandeln und regeln können. Bedauerlicherweise muss ich mal jetzt doch in Richtung Senator Geisel gucken, ist die Bauordnungsnovelle hier nicht angekommen im Hohen Haus. Das ist sehr bedauerlich. Denn da ist zum Beispiel der Punkt Typengenehmigung enthalten. Den wollen wir, auch als Bündnis 90 Die Grünen. Denn auch wir wollen, dass zügig und rational, rationell gebaut wird. Wir wollen aber mit der Novelle erreichen, und auch das hatten wir im Koalitionsvertrag niedergelegt, dass wir mehr Dach- und Fassadenbegrünung bekommen, dass wir mehr Kreislaufwirtschaft am Bau bekommen, dass wir Artenschutz bekommen. All das ist in der Bauordnungsnovelle vorgesehen. Und die muss hier zügig nach der Wahl ins Haus und zügig verabschiedet werden. Dafür stehen Bündnis 90 Die Grünen. Und Sie stellen weiter fest in Ihrem Antrag, dass das mit den Baukapazitäten schwierig ist. Und natürlich wissen wir alle Zinsen, Fachkräftemangel, Schwierigkeiten. Kurzum, in diesem Jahr, das kann man beobachten, gehen die Zahlen runter, was fertiggestellt wird, auch was an Genehmigung beantragt wird. Und da würde ich sagen, da entsteht ein bisschen Luft in der Verwaltung. Und die muss genutzt werden, um Bebauungsplanverfahren abzuschließen, die hängen geblieben sind. Um die des Baugenehmigungswesens zu digitalisieren. Um Bürgerbeteiligung besser durchzuführen. All das ist in diesem Jahr, und ich würde es mal nennen, ein Jahr von Planung und Beteiligung in diesem Jahr zu absolvieren. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, denke ich, was wir selber tun können hier in Berlin, sollten wir machen. Eine Bundesratsinitiative, die Sie hier vorschlagen, halte ich nicht für sinnvoll. Frau Meister, wir sind ja beide mittelbar an der Bundesregierung beteiligt. Vielleicht sollten wir da mal mit den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag reden. Die haben sich das auch vorgenommen. Das steht auch dort im Koalitionsvertrag. Das machen wir da. Was wir hier in Berlin machen können, ist schneller bauen, mehr digitalisieren, eine ordentliche Planung. Und dafür stehen wir als Bündnisgrüne. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Latsch das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kollege Otto, da muss man doch noch mal was richtigstellen bei Ihrem Versuch, diese Geschichte mit der Friedrichstraße zu banalisieren. Das läuft ja schon den ganzen Tag hier so. Wir haben ja da verlaufen, die Wilhelmstraße, die ist gesperrt wegen der britischen Botschaft. Dann haben wir die Charlottenstraße, da wollen Sie einen Fahrradstraßen draus machen. Dann haben wir die Friedrichstraße, da wollen Sie eine Fußgängerzone draus machen. Der Fachmann wundert sich und der Laie erkennt den bösen Willen, nämlich die totale Blockade der Verkehrsverläufe innerhalb der Mitte. Das ist das eigentliche Ziel. Dabei habe ich gar nichts gegen Fußgängerzonen. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Da ist das völlig normal. In jeder Stadt gibt es eine Fußgängerzone und das ist die Mitte. Und ich habe auch gar nichts einzuwenden. Aber was Sie hier machen, ist eine systematische Blockade des Verkehrs. Darum geht es ja, Otto. Und nicht um irgendeine Fußgängerzone. Und das wollen wir doch mal an dieser Stelle klarstellen. So, jetzt zu Ihrem Gesetz, Herr Kollege, oder Frau Meister. Dieser Antrag fordert den Senat auf, ein Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz zu entwerfen. Wieso legen Sie nicht, wie wir, ein eigenes Gesetz vor? Sie wissen schon ganz genau, warum. Ihr Vorschlag, Bürgerbeteiligung einfach mal wegzulassen, verschößt gegen Bundesrecht, nämlich gegen das Baugesetzbuch. Ein Aushebeln der Bürgerbeteiligung stehen wir strikt ab. Die Bürger einen Monat Land aktiv zu beteiligen, wie es das Gesetz bisher vorsieht, ist sicher nicht der Grund, warum Bebauungsverfahren hier in Berlin drei, vier, fünf oder auch gerne mal zehn Jahre lang andauern. Wenn der Senat und die Bezirke vernünftig, zügig, sachgerecht und engagiert arbeiten und die Politik mitzieht, können Planverfahren und Baugenehmigungsverfahren vom ersten Vorentwurf bis zum rollenden Bagger in ein bis maximal zwei Jahren, bei komplexen Vorhaben vielleicht mal drei bis vier Jahren, durchgezogen werden. Mit Bürgerbeteiligung, mit Trägerbeteiligung, mit allen notwendigen Arbeitsschritten. Dass das in Berlin zehn, zwanzig Jahre dauert, ist traurig, liegt aber ganz bestimmt nicht daran, dass uns hier ein Gesetz fehlt. Es liegt an unwilligen und unfähigen Verwaltungen in Senat und Bezirken, an zu vielen Vorschriften, Richtlinien, Vorgaben, am Senatsbezirksbehörden, Pingpong, an teils absurden EU-Richtlinien und EU-Verordnungen, unzähligen Einzelnormen, die im Baunebenrecht inzwischen circa 20.000 einzelne Bestimmungen umfassen, bis hin zum einzelnen Dübel, zur einzelnen Schraube, die verwendet werden muss oder eben nicht verwendet werden darf. Dieses Gestrüpp, dieses Dickicht an Vorschriften müssen wir lichten, entrümpeln und verschlanken, statt ein noch weiteres Gesetz in die Amtsblätter zu schreiben, liebe Kollegen von der FDP. Die FDP hat uns dazu noch einige Überraschungseier in ihrem Antrag versteckt, die wir so nicht mittragen können. Bauen für Berliner. Die FDP will, dass Menschen aus aller Welt zu uns kommen und mit einer angemessenen Wohnung versorgt werden. Im Bundestag vertritt Ihr Vorsitzender diese entsprechenden Maßnahmen. 400.000 möchte er, glaube ich, pro Jahr nach Deutschland bringen. Unsere Ansage dazu ist klar, Menschen aus Kriegsgebieten ist schnelle Hilfe zu gewähren, um vorübergehend unterzukommen. Bis und darauf müssen wir alle Bemühungen gerichtet sein, in ihrer Heimat so schnell wie irgend möglich wieder Frieden herrscht. Und daran sollte sich auch Frau Strack-Zimmermann, meine Damen und Herren von der FDP, denken. Keinesfalls sollten wir für Kriegsfürchtliche aus anderen Ländern hier neue Wohnungen bauen. Wohnungen neu bauen müssen wir für unsere Berliner, meine Herrschaften. Das entspannt auch dann den Wohnungsmarkt insgesamt. Liebe FDP, man kann über alles nachdenken, aber das Tempelhofer Feld ist durch Volksgesetz geschützt. Ohne einen neuen Volksentscheid sind für uns die Finger vom Feld zu lassen. Nun zu Ihren Wohnungsbauzielen. Sie wollen 80.000 Wohnungen bauen bis 2028, das sind 13.000 pro Jahr. Der Senat will 20.000 pro Jahr Wohnungen bauen. Damit bleiben wir hinter den Ziehenzahlen des Senates zurück mit Ihren Vorgaben. Wollen wir das wirklich so machen? Ich würde sagen, nein. Was Sie da beantragt haben, ist populistischer Aktivismus in der Hoffnung. Keiner sieht genauer hin. Der Antrag bringt uns nicht in der Sache weiter. Herzlichen Dank. Für die Linksfraktion hat jetzt die Abgeordnete Genbock das Wort. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren und liebe Berlinerinnen und Berliner. Die FDP stellt sich erneut als echter Klimakiller dar und erklärt hier, dass das alles nötig sei, weil sonst der Zusammenhalt in der Stadt gefährdet sei. Die FDP ist bereit, einfach mal wirklich die hohen Standards, die guten und wichtigen ökologischen Standards des deutschen Baureichs einfach über Bord zu werfen und erklärt, wie immer bauen, bauen, bauen. Ja, also eigentlich weiß man da gar nicht mehr genau, was man da immer noch mal zu sagen soll, aber ich habe ja die Zeit, deswegen nutze ich sie. Also mein Kollege Herr Ronneburg hat heute schon darauf hingewiesen, dass es die linke Bausenatorin Katrin Lomscher war, die 2018 das Handlungsprogramm zur Beschleunigung des Wohnungsneubaus vorgelegt hat. Und ich würde mal sagen, der Schlachthof Bauen, Bauen, Bauen ist nachhaltig gescheitert. Sie schlagen jetzt hier wieder einmal vor, dass man die Genehmigungsfiktion ermöglichen solle und Umweltprüfungen verkürzen. Also da möchte ich mich dann schon fragen, der Abgeordnete Reifschneider, der jetzt hier immer sich darauf stürzt, was an der U2 los ist und wie der Alexanderplatz, wie das jetzt alles funktioniert mit dem Enteignungskandidaten Covivio. Da wundere ich mich dann schon, wie der Ruf nach Genehmigungsfiktion und Beinfreiheit für Investoren, ob Sie das eigentlich ernst meinen, dass Sie sich wirklich darum sorgen, dass die Menschen jetzt für eine super lange Zeit den Verkehr, den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen können, weil offenbar beim Bauen was schiefgelaufen ist. Wie kommen Sie ernsthaft darauf, jetzt noch mehr Genehmigungen beiseite zu räumen? Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass aufgrund dieses Fiaskos Sie hier so einen Antrag vorlegen, obwohl wir genau das Gegenteil bräuchten. Wir müssen die Investoren natürlich untersuchen, wir müssen natürlich überprüfen, was die machen und hier kann nicht jeder machen, was er möchte. Also Ihr Motto, alle Bedenken mal beseitigen, das können Sie schön einpacken und mit nach Hause nehmen. Und auch das Planspiel Hochhaus, also eine Genehmigungsfiktion, wie Sie sie vorschlagen, ist einfach nur abenteuerlich. Eigentlich wollen Sie aber nur das Tempo-of-Held-Gesetz kippen, das ist doch ganz klar. Und da sage ich Ihnen, verrate ich ein Geheimnis, nicht mit uns. Wohnungsbaubeschleunigung, kleine Anmerkung noch am Schluss. Wohnungsbaubeschleunigung funktioniert tatsächlich, indem man Spekulanten rausschmeißt, indem man Investoren aus Steueroasen das Handwerk legt, weil die nämlich nur darauf spekulieren und eben nicht bauen. Genau, Herr Jotz, so könnten Sie auch verstehen. Und ich sage es Ihnen, Immokonzerne sollten eben nicht neue Baugenehmigungen bekommen, sondern vergesellschaftet werden, meine Damen und Herren. Dann klappt es auch mit dem Wohnungsneubau. Dankeschön. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Widerspruch hierzu höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.5. Das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 15. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 190829. Zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Grün und der Fraktion Die Linke, Drucksache 190727. Gesetz über die Förderung von Gesundheitsfachberufsausbildungen. Der Dringlichkeit haben Sie bereits eingangs zugestimmt. Ich eröffne die zweite Lesung des Gesetzesantrags. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 und 2 des Gesetzesantrags und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmung miteinander zu verbinden. Widerspruch hierzu höre ich nicht. In der Beratung beginnt die Fraktion der SPD und hier die Kollegin König. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, manchmal sind es die Details, die einen großen Unterschied machen. So ist es für Azubis ein riesiger Unterschied, ob sie monatlich mehrere hundert Euro Schulgeld zahlen müssen oder eben nicht. Für das Leben der Auszubildenden ist das eine entscheidende Frage. Sie entscheidet darüber, ob sie nebenbei noch arbeiten müssen und damit kaum Zeit für Freizeit oder zum Lernen haben. Sie entscheidet darüber, wie viel Geld sie während der Ausbildung zur Verfügung haben. Sie entscheidet darüber, ob sie mit Gelassenheit oder eben dem nagenden Gefühl finanzieller Unsicherheit in die Ausbildung gehen. Und sie hat einen großen Einfluss darauf, ob eine Berufsausbildung attraktiv empfunden wird und sich junge Menschen dafür entscheiden, einen Beruf im Gesundheitswesen anzustreben. Und weil das eben so ist, ist es keine Kleinigkeit, das Schulgeld in den Gesundheitsberufen in Berlin abzuschaffen. Das ist ein großer Schritt für die vielen SchülerInnen und ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit in der Bildung. Wir beenden die Ungerechtigkeit, dass man in Gesundheitsberufen, anders als zum Beispiel in kaufmännischen Berufen oder auch im Medizinstudium, Geld für die Ausbildung bezahlen musste. Und wir tun damit etwas gegen den Fachkräftemangel in all diesen wichtigen Berufen und sorgen für einen höheren Stellenwert dieser Berufe in unserer Gesellschaft. Mit dem eingebrachten Gesetz über die Förderung von Gesundheitsfachberufsausbildungen hat die Koalition einen guten und stringenten Weg beschritten, die Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsberufen sicherzustellen. Und ich habe es gerade erwähnt, dass Details oft doch einen Unterschied machen. Wir halten Wort. Das Schulgeld entfällt nun rückwirkend ab dem 1. Januar 2022, weil es eben für viele Azubis kein kleines Detail, sondern ein großer Unterschied ist, ob wir ab dem 1. Januar oder erst acht Monate später, ab dem 1. September, kein Schulgeld mehr bezahlen müssen. Und wir sind sogar noch einen Schritt weitergegangen. Ich freue mich sehr, dass wir neben den Physio- und Ergotherapeuten und den Logopäden nun auch noch die Podologen, Medizinischen Bademeister und die PTAs in die Schulgeldfreiheit mit einbeziehen. Die Fraktionen der Koalition haben schon sehr lange deutlich gesagt, dass die Schulgeldfreiheit in Berlin schnell kommen muss. Die Senatsverwaltung hat jedoch leider etwas zögerlich agiert. Einen Teil der Verzögerung haben wir jetzt wieder gut gemacht und gemeinsam im Abgeordnetenhaus dafür gesorgt, dass der Gesetzentwurf innerhalb von sechs Wochen beraten und dann heute beschlossen wird. Für uns Sozialdemokraten ist aber auch klar, dass es noch weitere große Baustellen bei den Gesundheitsfachberufen gibt. Die Schulgeldfreiheit ist nur ein Baustein, um die Attraktivität dieser Berufe zu erhöhen und ihnen den Stellenwert zu geben, den sie verdient haben. Dies ist uns als Sozialdemokraten sehr wichtig. Wir wollen den Gesundheitsberufen wirklich greifbare Anerkennung geben, jenseits des berühmten Klatschens. Und das ist dringend erforderlich und zwar für uns alle, denn im Gesundheitswesen fehlen an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Das schränkt schon heute eine gute Versorgung ein. Laut des Verdi-Ausbildungsreports Pflegeberufe waren bei einer Umfrage unter Pflegefachkraft-Azubis nicht einmal 43 Prozent mit ihrer Ausbildung zufrieden. Das ist deutlich weniger als in anderen Ausbildungsberufen. Und mit so einem Wert werden wir Probleme bekommen, den Fachkräftebedarf zu sichern. Hoher Zeitdruck, mangelnde Vereinbarkeit vom Beruf und Privatleben, fehlende Pausen, zu viele Überstunden sind Gründe für diese Unzufriedenheit. Wir haben hier noch viel zu tun, wenn wir auch langfristig sicherstellen wollen, dass alte Menschen und Erkrankte jederzeit und ohne Einschränkung die individuell nötige Gesundheitsversorgung erhalten. Unser Ziel ist es, Ausbildung und Beruf so attraktiv zu gestalten, dass wir dauerhaft genügend Menschen finden, die diese für uns als Gesellschaft wichtigen Berufe ausüben wollen und gerne dort arbeiten. Wir müssen wegkommen von der schlechter Stellung der Berufsausbildung im Gesundheitswesen im Vergleich zu anderen Berufsausbildungen. Wir brauchen nicht nur die Schulgeldfreiheit, wir brauchen auch eine Ausbildungsvergütung in den Gesundheitsberufen. Wir müssen sehr genau prüfen, ob die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Realität funktioniert oder ob hier Nachbesserungsbedarf besteht, zum Beispiel indem der Spezialisierung mehr Gewicht gegeben wird. Gleichzeitig müssen wir auch im neuen Studiengang Pflege die Bedingungen attraktiver gestalten. Hier muss mindestens der Praxiseinsatz der Studierenden in den Einrichtungen angemessen vergütet werden. Und natürlich müssen auch die Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen weiter verbessert werden. Es müssen mehr Möglichkeiten der Entlastung für die Mitarbeitenden gefunden werden, dauerhaft. Es ist also noch einiges zu tun. Wir wollen und werden das in dieser Legislaturperiode angehen. Berlin braucht eine starke Kraft, die sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens einsetzt. Die SPD-Fraktion hat sich in den letzten Jahren als diese Kraft bewiesen und viel Positives in den Arbeitsbedingungen auf den Weg gebracht. Und so werden wir weitermachen. Die Berlinerinnen und Berliner haben also die Wahl. Sie können am 12. Februar entscheiden, ob die Gesundheitsversorgung und vor allem die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen weiter Priorität haben sollen. Wir stehen bereit, weiter jeden Tag für Verbesserungen zu arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Zander das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. In der Tat ist es ein nicht unwichtiges Projekt, was jetzt endlich in die Tat umgesetzt werden kann, dass es keine Ausbildungsvergütung mehr gibt in sämtlichen Gesundheitsberufen. Es war schon die Rede davon, dass es dadurch wieder gelingt, die Ausbildung attraktiver zu gestalten. Es ist aber auch gar kein unstrittiges Thema. Eigentlich sind sämtliche Parteien haben in ihren Programmen auch geschrieben, dass es ein Vorhaben ist, hier einen Schritt weiter zu gehen. Und der nächste Schritt wäre dann die eben angesprochene Ausbildungsvergütung. Allerdings muss man schon sagen, dass Sie sich hier mit diesem Projekt sehr, sehr lange Zeit gelassen haben. Vor über anderthalb Jahren haben Sie das Ganze ja versprochen, sodass sich ja auch Menschen in die Ausbildung gewagt hatten, für die es, sage ich mal, finanziell gar nicht wirklich zu leisten war. Und Sie haben ja sicherlich auch alle die Zuschriften bekommen, dass sich hier junge Menschen, zum Teil auch Alleinerziehende, in der Aussicht darauf, dass es bald eine finanzielle Entlastung gibt, auch sogar verschuldet haben. Und da tröstet es nur etwas wenig, wenn Sie sagen, es wird ja rückwirkend ab dem ersten Jahr 2022 das Schulgeld übernommen. Denn seit dem 01.01.2022 bis heute ist ein Jahr vergangen, in dem diese Menschen Geld brauchten, Geld selbst verausgabt haben, das Sie jetzt erst im Nachhinein bekommen, was Sie aber schon vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, vor drei Monaten dringend gebraucht hätten, meine Damen und Herren. Und hier wäre doch ein bisschen mehr Tempo geboten gewesen, zumal es ja die starken Preiserhöhungen in sämtlichen Lebensbereichen gab und das Geld noch umso dringender gebraucht worden ist. Und da komme ich nochmal auf den Kollegen Lux zurück, der am Anfang der Sitzung sich so ein bisschen gerühmt hat, wie toll die Politik der Grünen sei, um die Menschen zu entlasten, sie von steigenden Kosten zu befreien. Dabei hat das ja das auch von den Grünen geführte Haus nicht geschafft, hier überhaupt gut zu regieren und gut zu handeln. Denn das Ganze ist alles andere als ein Ruhmusblatt, was hier passiert ist. Denn was ist gutes Regieren? Gutes Regieren wäre doch schon gewesen, es von Anfang an im Haushaltsentwurf vorzusehen, dass diese Mittel bereitgestellt werden. Geschenkt. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, so wie das auch gekommen ist in den Haushaltsberatungen, dass die Koalition und wir alle haben ja dem zugestimmt, sofort danach den Senat zu animiert hätten, hier in die Arbeit endlich mal einzusteigen und das Ganze schon mal vorbereitet haben, was wir heute erst zur Abstimmung haben. Was war es stattdessen? Allenthalben war Überraschung, als wir nach drei bis vier Monaten gehört hatten, dass der Senat noch gar nicht angefangen hatte zu arbeiten, sondern im Gegenteil gar keine rückwirkende Schulgeldfreiheit haben wollte. Das ist kein gutes Regieren, meine Damen und Herren. Dass Vorgänge viel zu lange dauern, dass Vorgänge nicht abgestimmt sind, dass der Senat nicht weiß, was die Regierungsfraktionen möchten und umgekehrt, das zieht sich wie ein rot-grün-roter Faden seit den letzten Wahlen durch das Handeln des Berliner Senats, der Berliner Regierung. Das war auch vorhin schon ein Thema beim Mobilitätssab, wo der Kollege Kraft zu Recht gesagt hat, man fängt viel zu spät an zu planen und verstrickt sich dann. Und wenn man dann doch mal etwas zu schnell macht, dann wird das natürlich wieder von den Gerichten einkassiert, weil alles mit heißer Nadel gestrickt war und rechtswidrig, meine Damen und Herren. Insofern begrüßen wir sehr, dass wir heute wenigstens endlich dazu gekommen sind, die jungen Menschen zu entlasten. Wir wollen natürlich auch die Attraktivität insgesamt steigern. Das ist der nächste Schritt, wo wir auch darauf achten müssen. Denn was hilft das, wenn die jungen Menschen die Ausbildungen beginnen und wenn sie dann in die Praxis kommen, Arbeitsplätze vorfinden, die sie abschrecken, da vorne in den Beruf einzusteigen? Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Diejenigen, die im Beruf sind, im Beruf zu halten, weil viele über ihre Arbeitsbedingungen sehr stark, naja, sehr unzufrieden sind und immer mit dem Gedanken spielen, aus dem Beruf auszusteigen. Und dann natürlich den Menschen, die in der Ausbildung sind, auch eine vernünftige Ausbildung zu bieten, dass sie gut angeleitet werden können und dass sie dann auch Lust haben, darauf nachher im Beruf zu arbeiten und nicht schon während der Ausbildung anfangen, sich in einem anderen Berufsfeld umzuschauen. Wir stimmen denen natürlich heute zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat die Kollegin Super jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, meine Damen und Herren, Wachkräfte und Nachwuchssicherung im Gesundheitsbereich ist und bleibt ein zentraler Schwerpunkt der Koalition. Die Schulgeldfreiheit, die sich die Koalition bereits im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt hatte, setzen wir auch mit hoher Priorität bereits um. Mit der Abschaffung des Schulgeldes entlasten wir in großem Maße Auszubildende und deren Familien und steigern die Attraktivität der Gesundheitsberufe. Dieses Engagement für die Gesundheitsberufe, meine Damen und Herren, scheint so vielen in unserer Stadt über lange, lange Zeit als alles andere als selbstverständlich. Darum setzen wir die Gesundheitsberufe auf die Tagesordnung. Damit es selbstverständlich wird, Fachkräfte für morgen wertzuschätzen und heute verantwortungsbewusst mit unserem Nachwuchs umzugehen. Und ich kann mich gerne nochmal wiederholen, die Schulgeldfreiheit macht den Kopf frei für das Wesentliche. Und wenn mit der Freiheit des Schulgeldes mehr junge Menschen sagen, ja, unter diesen Umständen erfülle ich mir den Wunsch, eine therapeutische Ausbildung zu beginnen, dann eröffnen sich auch Chancen für den Fachkräftemagen entgegenzuwirken. Aber, meine Damen und Herren, eines ist uns auch wichtig zu betonen. Auch gegenüber den jungen Menschen, die vielleicht heute zuhören. Wir machen das nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern aus der Überzeugung heraus, dass es einfach richtig ist, mit Ressourcen und eben in diesem Fall jungen Menschen verantwortungsvoll und sozial umzugehen, sozial nachhaltig umzugehen. Uns geht es um die jungen Menschen, um ihre Zukunft. Sie sollen ihr selbstgewähltes Weg, ihre Ausbildung unbeschwert gehen können und nicht, weil sie nebenbei, neben der Ausbildung noch arbeiten müssen und sich Sorgen um die Finanzierung ihres Lebensunterhalts machen müssen, selbst vielleicht eventuell sogar die eigene Gesundheit in so jungen Jahren gefährden müssen. Unser Nachwuchs darf keine Sekunde das Gefühl bekommen, hier kümmert sich doch niemand um meine Situation. Denn es ist doch verrückt, es ist doch verrückt von unserem Nachwuchs, wenn es später ausgebildet ist, höchste Empathie im Beruf zu erwarten, zum Beispiel um den Umgang mit den Patienten. Aber selber als Gesellschaft, Politik, nicht auf die Nöte der Azubis zu reagieren, wenn sie uns brauchen. Deshalb betone ich heute diese Beziehungsebene, um die es auch geht. Es geht nicht nur um den Fachkräftemangel, sondern um das grundsätzliche, solidarische und verantwortungsvolle Miteinander. Auch deshalb ist die Schulgeldfreiheit so wichtig. Meine Damen und Herren, und die Opposition darf sich mit uns mitfreuen. Es freut mich, dass wir inzwischen schon über erste Umsetzungserfolge sprechen können. Die Schulgeldfreiheit ist seit dem Herbstsemester 2022 erfolgreich gestartet. Alle sechs Schulträger, die noch Schulgeld erhoben hatten, haben den Vereinbarungen zugestimmt. Alle Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe sind vom Schulgeld befreit. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis, liebe Opposition. Alle Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe sind vom Schulgeld befreit. Wir legen als Koalition einen Gesetzentwurf Nebensänderungsantrag zur rückwirkenden Einfügung der Schulgeldfreiheit mit Wirkung zum 01.01.2022 vor. Damit soll eine rückwirkende Erstaltung der Schulgeldersatzleistung für den Zeitraum 01.01.2022 bis Beginn des Halbjahrsemester Herbst 2022 erreicht werden. Ich freue mich darüber hinaus auch sehr, dass es auch zur Gestaltung der Schulgeldfreiheit für über 2400 Ausbildungsplätze durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung bisher ausschließlich positive Signale der Auszubildenden und Schulträger auf das bisher erreichte Verfahren gibt. Es gibt, um zu Freude, liebe Opposition, abschließend möchte ich im Namen meiner Fraktion danken, allen, die mitgewirkt haben, dass wir die Schulgeldfreiheit realisieren können. Vor allem den zuständigen Fachabgeordneten der Koalition, sowie der zuständigen Gesundheitsverwaltung, die am Ende ja die nicht so einfache Arbeit der Umsetzung hatte und hat, unter nicht immer leichten Rahmenbedingungen, so viel Ehrlichkeit gehört dazu, und auch nicht einfachen Voraussetzungen. Wir werden weiterhin alles tun, als Koalition, als grüne Fraktion, um Fachkräfte im Gesundheitswesen zu gewinnen, geradezu an ihnen greifen, zehren. Dazu gehört ganz zentral auch die konsequente Umsetzung der Schulgeldfreiheit. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Hansel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hätten wir alles viel früher haben können. Wir haben nämlich als AfD-Fraktion schon 2018 den Antrag gestellt, kostenfreie Physiotherapieausbildung in Berlin zu ermöglichen. Hätten wir alles schon haben können, dass es für Logotherapeuten und die anderen Gesundheitsfachberufe geht, ist wunderbar. Wir stimmen dem zu, das haben wir auch gesagt beim ersten Redeentwurf. Und ich hoffe, keiner kommt auf die dumme Idee, das jetzt Gesetzentwurf zurückzunehmen, weil die auf die zugestimmt hat. Wir stimmen nämlich vernünftigen Anträgen zu, sind da völlig ideologiebefreit und werden dies immer konstruktiv tun, wenn es Sinn macht. Ich gebe aber noch den Hinweis an die Kollegen der Sozialdemokraten. Sie haben einen Gesundheitsminister, der ist Sozialdemokrat, der kann das jetzt bundeseinheitlich durchsetzen. Wir brauchen diesen Fleckenteppich nicht. Ich bedanke mich. Schönen Abend. Für die Linksfraktion hat der Kollege Schulze das Wort. Ja, danke schön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Herr Zander, gutes Regieren war ja Ihr Stichwort. Zum guten Regieren würde gehören, dass man als Bundesgesundheitsminister einen gemeinsamen, einstimmigen Beschluss der GMK, der Gesundheitsministerkonferenz, ernst nimmt, die nämlich 2019 Jens Spahn aufgefordert hat, eine bundeseinheitliche Regelung zur Abschaffung des Schulgelds auf den Weg zu bringen. Und der war noch bis 21 Gesundheitsminister und passiert ist gar nichts. Gar nichts. Null. Keine Vorlagen. Nichts. So, also das bringt uns als Länder nämlich in die Lage jetzt mit dem schon erwähnten Flickenteppich anzufangen. Es haben einige Länder schon die Schulgeldfreiheit eingeführt und Berlin ist jetzt auch dabei. Aber wünschenswert ist natürlich was anderes. Wünschenswert ist, dass der Bundesgesetzgeber, der auch die Kompetenzen hat und die entsprechenden Gesundheitsberufegesetze erlässt, dass der die Schulgeldfreiheit bundesweit einheitlich und für alle regelt und natürlich auch die Kosten übernimmt und dass wir nicht uns hier mühsam sozusagen die Millionen abstoppeln müssen. Also insofern gutes Regieren hat immer mehrere Seiten. Aber trotzdem ist es so, wenn Rot-Grün-Rot was macht, dann dauert es manchmal einen Tag länger, aber dafür machen wir es auch richtig. Und richtig machen heißt in dem Fall, dass wir nicht nur die Ergo- und Physiotherapeutin und die Logopädin mit reinnehmen, die Schulgeldfreiheit, sondern dass wir auch die PTA, die Podologen und Podologinnen und die Masseurinnen und die medizinischen Bademeisterinnen mit reinnehmen in die Schulgeldfreiheit und tatsächlich alle Gesundheitsberufe jetzt schulgeldfrei stellen. Das machen übrigens nicht alle Bundesländer. Wir haben das gemacht. Das kostet auch noch mal ein bisschen Geld. Aber ich glaube, es ist richtig, das zu tun. Denn wir wollen hier die Berliner Willkommenskultur für junge Menschen in Gesundheitsberufen ausrufen. Wir brauchen diese jungen Menschen dringend und wir wollen, dass alle jungen Menschen in Berlin eine Berufschance haben, eine Chance ihr Leben selbst zu gestalten und was nützlich ist für unsere Gesellschaft zu tun. Und dazu gehört es einfach, dass man Ausbildungsberufe entgeltfrei stellt. Denn wir haben großen Fachkräftemangel, das wurde schon gesagt, in diesen Bereichen. Und wir als Berliner Koalition, wir kümmern uns hier um das Wesentliche und das heißt, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das heißt, dass wir gute Arbeit in allen Bereichen des Gesundheitswesens wollen. Und das kriegen wir tatsächlich nur hin, wenn wir mehr Fachkräfte haben, wenn die Stellen nicht frei sind, wenn die Leute nicht ständig überlastet sind und schon ihre Ausbildung erleben, dass sie in diesem Beruf niemals ihr ganzes Berufsleben verbleiben können. Sondern wir brauchen einfach mehr Menschen, die ausgebildet sind. Und nicht zuletzt, wir wollen eine kostenlose oder sogar bezahlte Ausbildung. Wenn wir die Pflegestudierenden gerade sehen, die ihr Studium reihenweise abbrechen, weil sie ihre Praxisphasen nicht finanziert bekommen, dann wissen wir als Land, müssen wir auch da einspringen, obwohl es eigentlich den Bund angeht, der das Gesetz gemacht hat. Also wir wollen alle jungen Menschen einladen. Lernen Sie einen Gesundheitsberuf in Berlin. Wir werden Ihnen gute Arbeitsbedingungen schaffen und dann können Sie hier sozusagen was Gutes für die Gesellschaft tun und werden auch ordentlich bezahlt. Das wäre unser Traum. Dankeschön. Das Wort hat dann der Abgeordnete Kluckert für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich hat es mich ja schon gewundert, dass die SPD das hier zur Priorität anmeldet, weil wir erst vor kurzem im Plenarsaal darüber gesprochen haben, über das Thema. Aber wahrscheinlich ist es auch in der Koalition so, dass Sie nur noch ganz wenige gemeinsame Nenner haben und deswegen einen Antrag zweimal beraten müssen, dem alle Fraktionen in diesem Haus zustimmen. Ich finde es aber nett, dass Sie den Antrag heute trotzdem noch mal zur Beratung angemeldet haben, weil er mir die Gelegenheit gibt, noch mal zu betonen, dass wir von der FDP es waren, die den Senat aufgefordert haben, die Schulgeldfreiheit endlich einzuführen. Sie lachen, das war nämlich genau vor zwei Jahren. Ich kann Ihnen das Datum sagen, am 3. Februar 2021 hat die FDP-Fraktion diesen Antrag gestellt unter dem Titel Vollständige Schulgeldbefreiung für physiotherapeutische Ausbildungsberufe durchsetzen. Und da muss man auch mal sagen, wie Frau Suka sich hier hinstellt und jetzt sein Loblied auf die Grünen singt oder auf die Koalition, also das ist ja schon eine Frechheit. Gerade Sie als Grüne haben diesen Antrag ewig verschleppt. Die grüne Gesundheitssenatorin hat nicht gehandelt, hat das immer vor sich hergetrieben, das Thema. Und dann hat man diesen Antrag zwar presseöffentlich verkündet, dass man das machen möchte, dann haben sich viele Leute zu einer Ausbildung entschlossen und gekommen ist nichts. Und dass Sie das jetzt heute feiern, dass Sie rückwirkend auch noch bezahlen, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass Sie das rückwirkend bezahlen. Sie haben es den Leuten versprochen. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Hansel von der AfD-Fraktion zulassen. Die Schulgeldfreiheit ist ein guter Schritt, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Es ist zwar nur ein Rädchen, was zu drehen ist, wir müssen noch weitere Rädchen drehen, aber es ist der richtige Schritt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Senat hier früher gehandelt hätte, weniger einfach nur versprochen und mehr gehandelt hätte, dass alle Azubis auch schon früher Sicherheit gehabt hätten, weil wir wissen, dass manche ihren Ausbildungsberuf wieder abgebrochen haben, weil sie befürchtet haben, das Geld kommt nicht mehr. Hier haben Sie viel kaputt geschlagen und sich dafür dann auch noch zu feiern, finde ich ein bisschen anmaßend. Gut, dass dieser Antrag jetzt hier durchgeht nach zwei Jahren, nachdem wir den gestellt haben, wir stimmen dem natürlich zu. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Gesetzesantrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 19-727 empfehlen die Ausschüsse einstimmig mit allen Fraktionen die Annahme mit Änderungen. Wer dem Gesetzesantrag gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-829 mit Änderungen zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gegenstimme und Haltung kann es entsprechend nicht geben. Der Gesetzesantrag ist damit angenommen. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.6, die Priorität der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 93. Das ist ein Antrag der Fraktionen der SPD, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19-800, Vorrang für Solarenergie. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 die Grünen und das übernimmt der Kollege Dr. Taschner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlins erneuerbarer Schatz liegt auf unseren Dächern und ja, auch an unseren Fassaden. Und diesen Schatz gilt es nun möglichst schnell zu heben, denn auch Berlin muss sein Potenzial an erneuerbaren Strom vollends ausschöpfen und seinen Beitrag dazu leisten, damit wir die Energiewende möglichst schnell umgesetzt bekommen. Und dafür werden wir Grüne uns auch weiterhin mit aller Kraft einsetzen. Und genau das erwarten auch die Menschen in Brandenburg von uns, denn sie wissen, wir hier in Berlin sind auf den Ausbau, insbesondere im Bereich der Windenergie, bei Ihnen vor Ort angewiesen. Und dieser Ausbau vor Ort wird nur dort auch auf Akzeptanz stoßen, wenn wir in Berlin hier unsere Hausaufgaben machen. Dies hat die Parlamentarische Konferenz letzten Freitag in Schwedt erneut deutlich gemacht. Und auch wenn wir natürlich das Potenzial an Windenergie hier heben werden, so spielt dennoch die Solarenergie die vorrangige Rolle bei uns in Berlin. Das Potenzial wurde bisher auf so circa 25 Prozent am Berliner Stromverbrauch geschätzt. Doch Experten sprechen mittlerweile sogar, dass es sogar mindestens 35 Prozent sind. Und das liegt auch an der jetzigen Bundesregierung. Hier wurden bereits viele Fesseln von 16 Jahren CDU-Blockade in Sachen der Energiepolitik im Bund endlich gelöst und dafür gesorgt, dass wir hier auch in Berlin endlich mit einem Huflauf an PV-Anlagen rechnen können. Und viele Eigenheimbesitzende wollen sich mit einer PV-Anlage auf dem eigenen Dach an ihren Beitrag dazu leisten. Und auch die Nachfrage nach Balkonmodulen ist in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen. Denn viele wissen eben, mit dem Strom vom eigenen Dach oder vom Balkon schütze ich nicht nur das Klima, sondern sorge auch für bezahlbare Strompreise. Doch nicht selten wird diese Begeisterung vom Denkmalschutz eingeholt und das Engagement ausgebremst. Die Studie Berlin-Paris-Konform machen kommt zu dem Ergebnis, dass ein hoher Anteil des Berliner Gebäudebestandes unter Denkmalschutz steht oder zur sogenannten erhaltenswerten Bausubstanz gehört. Der Masterplan SolarCity zufolge liegen fast 20 Prozent des Dachflächenbestandes auf denkmalgeschützten Gebäuden. Ich denke, diese Zahlen machen deutlich, dass die Beschränkung des Solarausbaus durch den Denkmalschutz ein Thema von hoher Relevanz in Berlin ist. Immer wieder halte ich dann auch Post von Bürgerinnen und Bürgern, die sehr gerne an ihrem Balkon ein Solarmodul befestigen müssen, dies ihnen aber aufgrund von Denkmal- oder Ensembleschutz versagt wird. Und dabei erscheint mir die Auslegung des Denkmalschutzes in Berlin besonders streng zu sein, verglichen mit anderen Bundesländern. Dazu gehört zum Beispiel, dass eine PV-Anlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem öffentlichen Raum nicht einsehbar sein soll. Denn sonst kann dies den optischen Eindruck des Bauwerkes beeinflussen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht darum, den Denkmalschutz komplett über den Hauf zu werfen. Viele Beispiele zeigen, dass Klimaschutz und Denkmalschutz sich nicht ausschließen. Zahlreiche Praxisbeispiele, wie zum Beispiel die Solaranlage auf dem Roten Rathaus oder eben auch hier auf dem Abgeordnetenhaus, machen dies deutlich. Aber ich denke, wir müssen Zeiten des Klimawandels auch den Denkmalschutz einfach weiterentwickeln und alte Regeln, wie die von mir geschilderte zum Beispiel, auch überprüfen. Dazu soll kurzfristig ein Leitfaden durch das Landesdenkmalamt Berlin zusammen mit der Senatsverwaltung für Kultur erstellt werden, die eben genau diesen Aspekt, dieses Weiterentwickeln des Denkmalschutzes in Betracht zieht. Wir als Koalition sind durchaus an einer Lösung im Konsens mit der Denkmalschutzbehörde, mit dem Denkmalschutzamt interessiert. Ich sage es aber auch, wir schließen eine gesetzliche Änderung nicht aus, wie zum Beispiel in Niedersachsen schon umgesetzt worden ist oder in Baden-Württemberg geplant. Denn was wir brauchen, sind klare Vorgaben für die Denkmalschutzämter, sodass es für Standardfälle nicht mehr in das Ermessen der jeweiligen Behörde fällt, ob genehmigt wird. Das spart Zeit bei den Denkmalschutzämtern und schafft endlich Klarheit. Doch lassen Sie sich meine Ausführungen mit einem sehr schönen Beispiel beenden, die auch einen Hinweis geben, wie es in Zukunft auf besonders denkmalgeschätzten Gebäuden laufen kann. Und dabei handelt es sich nicht um weniger als den Sitz unseres Bundespräsidenten. Ein kleines Unternehmen aus NRW hat Dachziegel mit Solartechnologie erfunden, die sich von herkömmlichen Dachziegeln kaum noch unterscheiden. Und diese sollen nun auf Initiative des Bundespräsidialamtes, da auf das möglich ist, auf das Dach des Schlosses Bellevue installiert werden und auch dort für erneuerbare Energie sorgen. Auch so können wir Berlins Dächer zum Glitzern bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Freimark das Wort. Er ist offenbar nicht im Raum, dann würde ich vorher schon mal machen mit der SPD-Fraktion weiter. Herr Ströter ist bereit. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Freimark kommt dann anschließend und redet dann anschließend. Wir bringen heute unseren Antrag zum beschleunigten Ausbau der Solarenergie ein. Damit setzen wir ein ganzes Bündel zusätzlicher Maßnahmen in Gang, mit dem wir den schnellen Ausbau der Solarenergie auf den maximal, maximal möglichen Dach- und Wandflächen der Gebäude vorantreiben. Seit dem 01.01.2023 gilt in Berlin bereits für Eigentümer und Eigentümer von nicht öffentlichen Gebäuden die Solarpflicht, beim Neubau und auf Dächern von Bestandsgebäuden, die wesentlich saniert werden. Und durch den Krieg, der seit einem Jahr in Europa tobt, ist dieser Grund, etwas zu machen im Bereich Solar, glaube ich, noch bedeutender, noch wichtiger geworden. Auf Dächern öffentlicher Gebäude regelt das Berliner Klimaschutz- und Energiewende-Gesetz auch bereits eine weitgehende Solarpflicht. Auf Neubauten müssen immer Solaranlagen gebaut werden und bei Bestandsgebäuden muss die öffentliche Hand bis Ende 2024 nachrüsten. Das gilt übrigens auch für unsere Landesbeteiligung. Und ich habe den Eindruck, dass das bei mancher Landesbeteiligung noch nicht so hundertprozentig angekommen ist. Mit dem vorliegenden Antrag setzt sich die Koalition dafür ein, dass das Solargesetz und das Energiewende-Gesetz so zu ergänzen ist, dass der Ausbau beschleunigt wird. Wir wollen das gesamte Berliner Solarpotenzial heben und dafür müssen wir rechtliche und bürokratische Barrieren, insbesondere im Denkerrecht, abbauen. Der Ausbau der Solarenergie darf nicht am Denkmalschutz scheitern, zumal die Dächer meist ohnehin nicht einmassen. Und Herr Kollege Teichner, ich gehe da einen Schritt weiter. Ich glaube, wir müssen da etwas machen. Die Blockade muss aufgelöst werden. In Berlin macht der denkmalgeschützte Gebäudestand je nach Stadtbezirk bis zu 20 Prozent des gesamten Gebäudebestands aus. Das ist eine erhebliche Anzahl von Gebäuden und Dächern, die mit Solaranlagen nachgerüstet werden müssen. Die SPD setzt sich auch schon länger für die Ermöglichung von baulichen Veränderungen ein, damit Fenster verschattet werden können und Gebäude an Klimaveränderungen wie die Sommerhitze angepasst werden können. Mit unserem Antrag sind wir bauliche Verschattungsmaßnahmen aus Energieeffizienz und Klimaschutzgründen dem Einbau von Klimaanlagen vorzuziehen und sollen genehmigt werden, damit die zunehmende Sommerhitze und die winterliche Kälte weniger Energiekosten und CO2 verursachen. Daneben müssen wir auch die Mindestabstände auf Dächern ändern. Auch das ist ein Ärgernis und da müssen wir natürlich auch über das Thema Bauordnung reden, damit auf Doppelhaushälften Solaranlagen aufgebaut werden können. Auch in Milieuschutzgebieten müssen Anlagen für erneuerbare Energien gebaut und nicht verhindert werden. Sie dürfen nicht als wohnwerterhöhende Merkmale gewertet werden. Auch da müssen wir zwingend dran. Wir wollen mit verbindlichen Vorhangsregeln für mehr Photovoltaik auf Berliner Dächern sorgen. Das ist unser aktiver Klimaschutz. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das Berliner Solargesetz noch einmal nachschärfen müssen. Die öffentliche Hand muss ja, wie gesagt, bis 2024 alle ihre Dächer nachrüsten. Das ist eine schwierige Aufgabe. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass auch jedes private Berliner Dach angeschaut wird. Wo Solaranlagen möglich sind, müssen wir Solaranlagen aufbauen. Das kann nicht jeder selber händeln. Und deshalb, wo es der Eigentümer nicht selber schaffen kann, kann die Photovoltaik auch mit Contracting-Unternehmen ermöglicht werden. Und die Berliner Stadtwerke stehen da für jeden bereit. Wir können und wir dürfen es uns nicht mehr leisten, nur den Neubau mit Photovoltaik auszustatten und viele Bestandsdachflächen einfach nur ungenutzt zu lassen. Deshalb wollen wir an die landesrechtlichen Regeln an, die den Ausbau behindern. Und auch auf Bundesebene muss geprüft werden, wo noch nachgeschärft werden kann und muss. Der Vorrang für den Ausbau von Solaranlagen, auch für Kleinwindanlagen auf Dächern muss gelten. Da gibt es auch in Berlin enorme Potenziale. Auch hier muss das Denkmalrecht an moderne, neue Infrastrukturen angepasst werden. Standard-PV-Anlagen müssen genehmigungsfähig sein. Ohne Wenn und Aber, weil es bei Denkmälern zu höheren Kosten kommen kann, brauchen wir möglicherweise ein weiteres Förderprogramm des Bundes für den Ausbau von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden. Berlins Energiehunger ist groß und die Stadt wächst weiter. Daher werden die Herausforderungen nicht kleiner, sondern größer. Trotzdem bleibt unser Ziel eindeutig. Wir wollen künftig 25 Prozent des Berliner Strombedarfs aus Solarenergie decken. Das ist ein großes, ein notwendiges, aber auch ein erreichbares Ziel, wenn wir den Ausbau konsequent beschleunigen. Die Energiewende wollen wir mit voller Kraft vorantreiben. Wir haben ja eins schon erreicht, Braunkohle seit 2017 nicht mehr beim Strom dabei, Steinkohle spätestens 2030. All diese Anstrengungen lohnen sich. Und auch für die Wirtschaft, für die Handwerker und Handwerker ist das eine Chance, wenn wir den Ausbau der Solarenergie vorantreiben und unsere Klimaziele erreichen. In dem Sinne bitte ich um Unterstützung des Antrags der Koalition. Vielen Dank. Applaus Herzlichen Dank. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich das Einvernehmen feststellen, dass der Kollege Freimark seine Rede jetzt noch halten darf? Bitte sehr, Herr Kollege. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, bitte entschuldigen Sie. Das ist natürlich nicht meine Art, hier zu spät zu erscheinen. Ganz im Gegenteil. Ich war schon ganz motiviert und freue mich ja über den Antrag, über die Initiative der Koalition, die, ja, vielleicht auch ein bisschen zu spät kommt, Herr Dr. Taschner und Herr Ströter. Ja, ich wusste, dass ich für Stimmung sorge. Und ich glaube, das ist auch ganz angemessen, um 16.20 Uhr noch mal kurz nach oben zu schauen und festzustellen, dass wir noch in den Debatten sind. Wir haben die Situation in Berlin, dass wir erheblich hinter den Zielen hinterher hinken. Wir haben ja seit 2015 die Gewissheit mit dem Pariser Klimaabkommen, dass wir unsere CO2-Neutralität nicht erreichen werden, indem wir nur auf irgendetwas warten. Seit 2016 haben SPD, Grüne und Linke die gemeinsame Verantwortung in Berlin übernommen, genau diese Ziele, die sie sich selber auch gesetzt haben, in Koalitionsverträgen etc. umzusetzen. Es sind einige Gesetzesverschärfungen entstanden. Das ist so. Wir haben auch einen Masterplan SolarCity seit dem Jahr 2019. Das hat die CDU-Fraktion auch immer aktiv mitbegleitet und unterstützt. Aber das eine ist das Handeln der Koalition beziehungsweise der Legislative. Das andere ist die Umsetzung durch die Exekutive. Und da stelle ich einfach fest, dass wir eine erhebliche Lücke sehen müssen, nämlich eine Lücke, dass die Solardächer in Berlin schlichtweg fehlen. Ich hatte vor einigen Tagen mal die Gelegenheit, oben auf dem Fernsehturm mal die Dächer zu zählen, die mit Solarpanels besetzt sind. Fast keine, meine Damen und Herren. Versuchen Sie fünf zu finden, dann sind Sie schon gut im Spiel. Sie sind schlichtweg zu spät. Und das ist das Problem dieser Koalition, das ist das Problem dieses Senates und das ist das Problem damit der Bürgerinnen und Bürger in Berlin. Und das können wir so nicht wollen, meine Damen, meine Herren. Ich will Ihnen gerne noch Gelegenheit geben, noch zwei, drei andere Erinnerungen hervorzurufen. Im Jahr 2019 haben Sie die Klimanotlage ausgerufen, weil Sie glaubten, damit einen neuen Akzent zu setzen, einen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik des Landes Berlin. Geändert hat sich nichts. Dann wurden Sie 2021 wiedergewählt und haben sich gedacht, wir trennen uns mal von unserem gesamten Senatspersonal in dem Bereich und von allen umweltpolitischen Sprechern in den Fraktionen außer der CDU. Da könnte man sagen, das hat also die ersten fünf Jahre nicht so gut funktioniert und die Ansätze, dann alles umzukrempeln, kann Sinn machen. Man erkennt womöglich, dass man Fehler gemacht hat. Aber dass man jetzt, jetzt im Jahr 2023, einen Antrag auf den Weg bringt, in dem man sagt, wir müssen die Potenziale besser nutzen. Wir müssen über denkmalgeschützte Bereiche nachdenken, dass wir da auch das Solarpotenzial nutzen dürfen. Und wir müssen den Masterplan SolarCity, der immer ursprünglich bis 2050 konzipiert war, doch irgendwie auf diese 25 Prozent umsetzbar machen. Das alles ist Ihnen nicht gelungen. Und jetzt 14 Tage vor der Angst, 14 Tage vor der Neuwahl, der Wiederwahl, die von Ihnen verschuldete Wiederwahl, jetzt mit so einem Antrag zu kommen, finde ich dann schon wirklich merkwürdig. Und es passt nicht zu dem, was Sie nach außen gerne vorgeben zu sein, nämlich engagiert, motiviert und ja, eine Partei der Klimaneutralität oder eine Fraktion oder Koalition dessen, sondern ganz im Gegenteil sind eine Koalition, ein Senat des Stillstands, meine Damen, meine Herren. Was sind die Herausforderungen? Damit es auch die maximale Konstruktivität Ihnen vielleicht auch dienlich ist, sollten Sie gemeinsam mit uns dafür zukünftig Verantwortung tragen. Es ist ganz klar eine finanzielle, eine Budgetfrage. Wir müssen schlichtweg mehr Geld investieren. Wir müssen auch das Förderprogramm für SolarPlus stärken und bekannter machen. Es gibt es ja. Es wird nur nicht oft genutzt. Wir brauchen eine andere Form der Schnelligkeit. Bei den landeseigenen Gesellschaften, bei den Gebäuden, für die wir selber Verantwortung tragen, sind wir übrigens mit die Langsamsten. Ich sage es Ihnen jedes Mal aufs Neue, die Sanierungsquote unter ein Prozent. Sie finden im öffentlichen Bauten de facto keine Solardächer. Und wir können nicht darauf warten, bis die irgendwann einbruchsgefährdigt sind, sondern wir müssen sie jetzt schon ertüchtigen. Seit dem 24. Februar 2022 wissen wir, dass es einen Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine gibt. Wir wissen, dass die Energiekosten sich erheblich verteuert haben. Und in Berlin sind wir fast die Einzigen gewesen, die nicht gegengesteuert haben als Land Berlin, als Senat. Und es kann doch nicht richtig sein, dass wir jetzt ein Jahr später erst auf die Idee kommen, das also voranzubringen. Also meine Damen, meine Herren, wir werden ja im Ausschuss über diesen Antrag noch zu sprechen haben. Sie werden ihn ja nicht sofort abstimmen lassen. Und ich glaube, Sie sind einfach richtig, richtig spät dran. Und deswegen kann ich mir nur wünschen für die Bürgerinnen und Bürger Berlins, dass vielleicht in Zukunft andere die Verantwortung für dieses Ressort tragen, um dann endlich Tempo reinzubringen. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Kollege Hansel das Wort. Also wenn es noch eines Beweises bräuchte, Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass wenn man CDU wählt, man Grün bekommt, hier war er gerade zu hören, meine Damen und Herren. Aber zur Sache. Es fällt auf, dass es in dem relativ überschaubaren Antrag achtmal, achtmal um das Thema Denkmal geht. Nach einem Bürokratieabbauoppell im ersten Satz, mit dem man durchaus noch mitgehen könnte, folgt ab Absatz 3 eine ganze Litanei an denkmalpflegerischer Deregulierung, mit denen letztlich, und das ist so, der Denkmalschutz ausgehebelt werden soll. Auch wenn Sie sagen, Herr Ströter, das ist nicht so. Denn eins ist doch klar. Solaranlagen sind in der Masse hässliche, industriell gefertigte elektronische Bauelemente, die man auf- oder angebäuden anbringen muss, denn nur dann kann die Sonne draufscheinen. So können das Stadtbild, sobald sie zur Massenerscheinung werden, unangenehm und verunstalten, stören, wenn man nicht aufpasst. Nach der Verschandelung und Zerstörung des Landschaftsbildes durch die industrielle Großanlagen in freier Natur, durch teils gigantische Windparks, geht man nun offenbar dazu, über das Stadtbild zu verschandeln und zu zerstören. Nochmal, wir haben nichts gegen Solarzellen. Und wer das privat machen möchte, der soll das machen. Kann ja auch teilweise günstig sein. Das ist nicht unser Thema. Aber dass man es vorschreibt, wie Sie das wollen, das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man den Denkmalschutz der Solarenergienutzung in Berlin unterordnen will. Unterordnen. Das geht nicht. Man kann im Wege einer Güterabwägung durchaus, zum Beispiel bei Flächen, die von außen nicht sichtbar sind, typischerweise also auf Dächern, bei Denkmalen, die dadurch weder verunstellte noch beeinträchtigt werden. Sie hatten das, glaube ich, angesprochen, Herr Kollege, Solarnutzung durchaus in angemessenen Rahmen vernünftigerweise zulassen. Noch gar keine Frage. Hier sind Einzelfälle zu prüfen. So kann es zum Beispiel sein, dass man von außen, unscheinbar aus den Dachziegeln, thermische Solarnutzung integriert werden kann. Diese Lösung, denkmalgerecht zu verwirklichen, ist teuer. Allein deswegen dürfte das nur ausnahmsweise umgesetzt werden. Aber der Gesamtantrag ist klar abzulehnen. Finger weg von unseren Denkmalern und vom Gedanken, den Denkmalschutz auszuhüllen und grüner Ideologie zu unterwerfen. Aus gutem Grund sind Denkmale von allerlei Vorschriften der grünen Energiewende ausgenommen. Und das muss auch so bleiben. Will man nicht unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Wurzeln zerstören? Es gibt ja einige, die das massiv betreiben. Was sagt eigentlich die oberste Denkmalschutzbehörde in Berlin dazu? Wurden die konsultiert? Frag mal in die Runde. Ah, ich höre nichts. Also wahrscheinlich nicht. Tolle Beteiligung. Zumal es ja auch, wie ich Ihnen hier schon mehrfach erläutert habe, in Berlin eine ziemlich dumme Idee ist, Herr Ströter, mit Solarenergie die ganze Stadt oder auch nur 25 Prozent unserer Energieversorgung absichern zu wollen. Es geht nicht. Müssen wir doch mal langsam begreifen. Denn erstens scheint die Sonne hier nur gut 1.500 Stunden im Jahr, ungefähr 17 Prozent der Gesamtszeit. Und sie scheint überwiegend im Sommer. Aber wir brauchen die Energie eben im Winter, wenn es kalt ist. Und zweitens strahlt die Sonne in Berlin eher flach ein, muss man auch wissen, mit entsprechend geringerer Energieausbeute verglichen mit Italien oder Spanien. Da macht das alles Sinn. Die Solarpaneele kommen industriell mit Kohlestrom gefertigt aus China, habe ich heute Morgen schon gesagt. Die werden 200 Kohlekraftwerke brauchen, um den Energiehimmern zu stellen, um so einen Blödsinn umzusetzen. Als Hinweis für all die, die immer noch glauben, global denken und lokal handeln. Ist leider nicht. Funktioniert nicht. Zumal die Solarzellen nach etwa 20 Jahren teuer, aufwendig zu entsorgen sind. Sondermüll. Geothermie wäre eine viel klügere und auch in aller Regel auch sehr denkmalgerechte Lösung für unsere Gebäude, insbesondere unseren hochwertigen Altbautenbestand. Das sollten wir vorantreiben, statt Denkmale und generell Altbauten mit bläulich-silbrig-schwarzen elektronischen Bauelementen zu drapieren, die nichts mit der Zeit zu tun haben, mit den schönen Gründerhauses, aus denen sie stammen, und uns in Zukunft eher weitere Probleme als eine Lösung der Energiegewinnung einhandeln. Nochmals, wir sind nicht gegen Solarzellen und diesen Solarausbau, aber privat, wer es will, wer es selbst bezahlen will, ja, aber öffentlich vorschreiben, nein. Danke, Emde. Für die Linksfraktion hat der Kollege Dr. King das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, den wir hier diskutieren, kann helfen, weitere Hürden beim PV-Ausbau abzubauen. Und ich gehe deshalb davon aus, dass er hier auf breite Zustimmung stößt. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt findet, dass er zu spät oder zu früh eingebracht wurde. Ich finde, das ist kein Argument, sorry. Im Ausschuss können wir ja dann wirklich weiter diskutieren, aber nur, wenn alle pünktlich erscheinen. Wir wollen hier auch gar nicht erst, ich finde, wir sollten hier nicht den Eindruck erwecken, eines Widerspruchs zwischen Klima- und Denkmalschutz. Ich bin auch nicht ganz einverstanden, wenn hier von Blockaden und so weiter gesprochen wird. Im Gegenteil, in Berlin kann das Hand in Hand gehen. Unsere Kulturverwaltung ist da auch schon in Vorleistung gegangen. Hallo? Vielleicht mal zuhören, bitte. Die Kulturverwaltung und konkretes Landesdenkmalamt hat bereits mit der Erarbeitung eines Leitfadens begonnen. Das heißt, es wird dem Auftrag, den wir hier formulieren, auf jeden Fall nachkommen. Und das wird ein wichtiger und konstruktiver Schritt sein. Ziel ist nämlich genau das, eine regelmäßige Genehmigungsfähigkeit. Und das ist ja das, was wir hier erreichen wollen. Die Gewissheit für die Bewohner von denkmalgeschützten Wohnhäusern oder die Betreiber von denkmalgeschützten Gewerbeeinheiten oder Verwaltung, dass PV-Anlagenbau möglich ist und möglich gemacht wird. Auch das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, ganz aktuell, sieht ja Maßnahmen vor zur energetischen Sanierung und erneuerbaren Energiegewinnung an denkmalgeschützten Gebäuden. Inzwischen gibt es ja auch vielfache Lösungen, die sich mit dem Denkmalschutz gut vereinbaren lassen. Davon ist ja schon die Rede gewesen. Und auch unser Förderprogramm Solar Plus enthält entsprechende Förderkomponenten für die dann gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten. Es ist also dank dieser rot-grünen-roten Koalition durchaus schon vieles auf den guten Weg gebracht worden. Dazu kommen Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene, wo sich ja jetzt auch einiges bewegt hat in letzter Zeit. Wir wollen daran ansetzen und prüfen, wo wir dann eventuell noch weitergehen können, wie die Kollegen Taschner und Ströter ja auch ausgeführt haben. Und keine Angst, also Ausnahmen wird es natürlich weiterhin geben. Brandenburger Tor bestückt mit Solarpanelen. Das würde wahrscheinlich zur maßlosen Enttäuschung vieler Touristen beitragen und ist nicht sinnvoll. Aber solche herausragenden Kulturdenkmäler entsprechen auch nur drei Prozent der Bausubstanz, von der wir hier reden. Insofern werbe ich um ihre Zustimmung im Sinne von Klima- und Denkmalschutz. Für die FDP-Fraktion hat Kollege Wolff das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über drei Prozent des Gebäudebestands sprechen, dann weiß ich nicht, warum hier so viel Wind darum gemacht wird. Aber grundsätzlich, mehr Windenergie ist auch gut, ja. Im Plenum am 6. Oktober 2022 hat die FDP-Fraktion Ihnen einen Antrag mit dem Titel Planung und Genehmigung von Energieinfrastruktur beschleunigen vorgelegt. Und das beinhaltet natürlich den Ausbau der Photovoltaik ebenso. Das heißt also, es ist nichts Neues. Er wurde natürlich in den Ausschuss überwiesen und betriebliche Übung entsprechend erwartbar abgelehnt. Heute legen die Koalitionsfraktionen SPD, Grün und Linke einen Antrag mit dem Titel Vorrang für Solarenergie vor, in dem sie ihren eigenen Senat auffordern, den Abbau von rechtlichen und bürokratischen Barrieren voranzutreiben und das Tempo des Ausbaus deutlich zu beschleunigen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Koalition, dass Ihnen ein Licht aufgegangen ist und Sie die Notwendigkeit des beschleunigten Ausbaus erkannt haben von Energieinfrastruktur. Jetzt muss dieser Punkt bloß noch ankommen beim Senat, dass auch das endlich Umsetzung findet. Wir erleben hier wieder Regierungshandeln im Schneckentempo. Ich darf Sie gern daran erinnern, dass Sie es waren, die eine Solardachpflicht eingeführt haben und jetzt fällt Ihnen auf, dass Vorschriften und Gesetze im Land Berlin den Ausbau von Solardächern behindern und verzögern. Sie haben wohl den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt gemacht. Wie wäre es gewesen, wenn Sie erst die Hürden abgebaut hätten und dann auf die Pflicht verzichtet hätten, dann wäre es nämlich viel interessanter gewesen, Solarmodule zu installieren. Deswegen ist Ihr Antrag leider zu kurz gedacht, denn ohne eine leistungsfähige Energieinfrastruktur werden Sie nicht die Solarwände hinbekommen. Denn der erzeugte Strom muss auch entsprechend eingespeist werden und deswegen ist es notwendig, die Energieinfrastruktur dahinter auch beschleunigt auszubauen. Machen Sie eben nicht, sonst würde es nicht fünf Monate dauern, bis die Solaranlage in Betrieb gesetzt würde. Und gleichzeitig, und warum wir diesem Antrag auch nicht zustimmen können, sondern uns enthalten, fordern Sie den Bund auf, weitere Förderungen reinzustecken. Dabei ist durch Regierungshandeln das schon längst passiert, denn das liberale Finanzministerium hat die Umsatzsteuer abgeschafft für Solarpanele, Speicher und Module und damit die größte Preissenkung für Solaranlagen realisiert. Und das beschleunigt den Ausbau in der Tat wirklich. Und im Land Berlin haben Sie auch die Solarplus-Förderung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist. Dort ist auch denkmalgeschützte PV beinhaltet. Deswegen brauchen wir nicht noch mehr Förderung und deshalb können wir dem Antrag nicht zuführen. Deshalb kann ich an dieser Stelle Sie nur erneut auffordern. Schalten Sie den Planungs- und Genehmigungsturbo ein für unsere Energieinfrastruktur. Dann können wir auch über die Erreichung von Klimazielen sprechen. Anders wird es nicht möglich sein. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Gesetzesantrags federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe und mitberatend an den Ausschuss für Kultur und Europa und den Ausschuss für Umwelt, Verbraucher und Klimaschutz. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Und damit kommen wir jetzt zu den geheimen verbundenen Wahlen. Ich rufe dazu auf. Den Tagesordnungspunkt 5, Drucksache 19038. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der G10-Kommission des Landes Berlin. Den Tagesordnungspunkt 6, Drucksache 1992. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses für Verfassungsschutz. Den Tagesordnungspunkt 7, Drucksache 19100. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Richterwahlausschusses. Den Tagesordnungspunkt 8, Drucksache 19039. Die Wahl einer oder eines Abgeordneten zum Mitglied und einer oder eines Abgeordneten zum stellvertretenden Mitglied des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Den Tagesordnungspunkt 9, Drucksache 19041. Wahl einer Person zum Mitglied und einer weiteren Person zum Ersatzmitglied des Kuratoriums des Lettevereins Stiftung Öffentlichen Rechts. Den Tagesordnungspunkt 10, Drucksache 19042. Die Wahl einer Person zum Mitglied und einer weiteren Person zum stellvertretenden Mitglied des Kuratoriums des Pestalozzi-Fröbelhauses Stiftung des Öffentlichen Rechts. Den Tagesordnungspunkt 11, Drucksache 19204. Die Wahl eines Mitglieds des Beirats der Berliner Stadtwerke GmbH und den Tagesordnungspunkt 12. Die Drucksache 19279. Die Wahl der des stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens. Im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgten rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln. Die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion für diese Gremien haben in den letzten Sitzungen keine Mehrheit gefunden. Die AfD-Fraktion schlägt heute erneut zur Wahl vor. Und zwar für die G10-Kommission, den Abgeordneten Frank-Christian Hansel als Beisitzer und den Abgeordneten Ronhard Gleeser als stellvertretenden Beisitzer. Für den Ausschuss für Verfassungsschutz, den Abgeordneten Harald Latsch als Mitglied und den Abgeordneten Gunnar Lindemann als stellvertretendes Mitglied. Für den Richterwahlausschuss, den Abgeordneten Mark Wallenda als ständiges Mitglied und Herrn Abgeordneten Antonin Brusek als ständiges stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium der Benille-Landeszentrale für politische Bildung, Herrn Abgeordneten Karsten Woldert als Mitglied und Frau Abgeordnete Jeanette Auricht als stellvertretendes Mitglied. Für das Kuratorium des Lette-Vereins, Herrn Abgeordneten Tommy Thabor als Mitglied und Herrn Abgeordneten Martin Trefzer als Ersatzmitglied. Für das Kuratorium des Pestalozzi-Fröbelhauses, den Abgeordneten Mark Wallenda als Mitglied und den Abgeordneten Thorsten Weiß als stellvertretendes Mitglied. Für den Beirat der Berliner Stadtwerke GmbH, die Frau Abgeordnete Dr. Christine Brinke als Mitglied und für den Untersuchungsausschuss erneut Herrn Abgeordneten Antonin Brusek als stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahl für den Richterwahlausschuss erfolgt gemäß § 88 Absatz 1 Satz 1 des Berliner Richtergesetzes geheim. Für die übrigen Wahlen hat die AfD-Fraktion eine geheime Wahl beantragt und die Fraktionen haben einvernehmlich vereinbart, diese acht Wahlen in einem Wahlgang durchzuführen. Sie erhalten nun also für jedes Gremium einen Stimmzettel, also acht unterschiedlich farbige Zettel, auf denen Sie für jeden Vorschlag Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen können. Sofern in einer Zeile kein Kreuz oder mehrere Kreuze gemacht werden, gilt dies für den jeweiligen Wahlvorschlag als ungültige Stimme. Stimmzettel, die zusätzliche Bemerkungen enthalten, sind insgesamt ungültig. Stifte werden gleich in den Wahlkabinen bereitgestellt. Ich bitte nun den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen. Bitte räumen Sie die Plätze direkt hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum. Ich weise außerdem darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen ausgerichtet werden dürfen. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. 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 dass also die demokratische Wahl dieses Parlaments Mangelbehaftung ist und damit die demokratische Legitimation dieses Parlaments nicht gegeben ist. Selbstverständlich erschöpft sich unsere Verantwortung aber nicht auf der Ebene des Landes. Ich denke, wir müssen uns auch mit guten Gründen mit all den Fragen beschäftigen, die über dieses Abgeordnetenhaus, über die Abgeordnetenhauswahl hinaus mit dieser Wahlwiederholung verbunden sind. Es ist erst recht, wenn sie mit unserer Regelungskompetenz einhergeht und da sind wir bei den Berliner Bezirken. Denn auch die BVV-Wahlen werden am 12. Februar vollständig wiederholt in allen Berliner Bezirken. Und so wie im Abgeordnetenhaus von Berlin es damit zu rechnen ist, dass wir hier zu einer veränderten Zusammensetzung kommen, denn die Wähler haben eine freie Entscheidung zu treffen, sie sind nicht irgendwie verpflichtet, die gleiche Entscheidung zu treffen, die sie beim letzten Mal getroffen haben. So ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich, dass es in den Bezirken zu einer veränderten Zusammensetzung der BVV entkommen. Und auch für jede einzelne BVV gilt das Gleiche wie das, was ich für das Abgeordnetenhaus gesagt habe. Es ist im Moment jede einzelne BVV nicht in der Weise demokratisch legitimiert, wie es sein müsste, um vollständig die Geltung und Durchsetzung des Demokratieprinzips in Berlin zu gewährleisten. Nun gehen aus den dann neu zusammengesetzten BVVen aber bisher nicht automatisch neue Bezirksämter hervor. Die Berliner Verfassung sieht aber genau das vor, dass die demokratische Legitimation der Bezirksämter hervorgeht aus den gewählten, von den Berlinerinnen und Berlinern gewählten Bezirksverordnetenversammlungen. Sie ist sozusagen unmittelbar daran geknüpft und aus ebenfalls guten Gründen nach der heutigen Systematik ist die proporzmäßige Zusammensetzung der Bezirksämter an dieses Wahlergebnis, an die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen geknüpft. Der Gesetzgeber hat den Fall einer vollständigen Wiederholungswahl bisher so wenig vorhergesehen wie wir. Der Gesetzgeber hat allein geregelt den Fall einer vorzeitigen Parlamentsauflösung, einer vorgezogenen Neuwahl. Der ist bezogen auf die Bezirksamtsmitglieder übrigens sehr, sehr vergleichbar. Die vorgezogene Neuwahl muss auch mit dem Umstand umgehen, dass obwohl die Legislaturperiode endet, wir es mit Bezirksamtsmitgliedern zu tun haben, die Ernennungsurkunden für einen Zeitraum von 55 Monaten erhalten haben. Also eine sehr, sehr vergleichbare Situation hinsichtlich der Frage, wie gehen wir damit um, dass wir es hier mit Beamten auf Zeit zu tun haben. Was bedeutet der Umstand, dass eine Neuwahl stattfindet eigentlich für Ihre demokratische Legitimation? Und die Antwort, die der Gesetzgeber gegeben hat auf diese Frage, ist sehr eindeutig. Dass nämlich selbstverständlich zu respektieren ist, die Ernennung auf Zeit, die geht nicht verloren. Aber das Demokratieprinzip gebietet, die Rechtsetzung gebietet, dass sie daraufhin sich neu wählen lassen müssen, aus der neu gewählten BVV heraus. Und ich glaube, niemand kann redlich argumentieren, dass das im Fall einer vollständigen Wiederholungswahl anders zu regeln wäre. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat gestern im Ältestenrat auf Empfehlungen auch des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes ja ähnliche Konsequenzen gezogen und in weiten Teilen gesagt, wir müssen in Analogie zu der Verfahrensweise uns verhalten, die auch bei einer vorgezogenen Neuwahl zu praktizieren wäre. Einziger Unterschied ist, die Legislaturperiode wird hinsichtlich ihrer sachlichen Kontinuität nicht unterbrochen. Also machen wir mit dem Gesetzentwurf, den wir hier heute vorlegen, ein Angebot an alle demokratischen Fraktionen des Hauses mit uns gemeinsam, die Regelungslücke, die allein für den Fall der Wiederholungswahlen hinsichtlich der Zusammensetzung der Bezirksämter besteht, noch vor der Wahl zu schließen. Wir haben gutachterlich prüfen lassen, ob ein späteres Verabschieden dieses Gesetzes sozusagen verhindern würde, dass anschließend demokratisch legitimierte, also wieder neu gewählte Bezirksämter zustande kommen können. Das ist ausdrücklich nicht der Fall und wir haben aus Gründen dabei auch auf Expertise gesetzt, auf die regelmäßig ja auch der Senat von Berlin vertraut, damit es hier nicht heißt, die CDU hätte hier Parteifreunde mit Freundschaftsgutachten beauftragt. Ich glaube, diese Frage muss jenseits von Parteigrenzen, muss jenseits von Koalition und Opposition, muss auch über Parteigrenzen hinaus im Einverständnis und in großer Eintrag gelöst werden. Und ich bin auch für jeden besseren Vorschlag dankbar. Eins darf aber auf gar keinen Fall passieren, dass dem Wähler in Berlin das Signal vermittelt wird, dass es vollkommen egal ist für die Zusammensetzung der Exekutive in den Bezirken, welches Votum er am 12. Februar abgibt. Das wäre ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip und da bin ich am Ausgangspunkt meiner Rede. Demokratie ist ein sehr verletzliches Gut. Und das Vertrauen in die Demokratie hat durch die Umstände der vergangenen Wahl sehr gelitten. Das Ansehen unserer Institutionen hat gelitten. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung im Rahmen unserer gesetzgeberischen Möglichkeiten, dieses Vertrauen wieder herzustellen, das Vertrauen in die Demokratie sicherzustellen und den Wählerinnen und Wählern in Berlin klar und eindeutig zu sagen, dein Wille zählt, dein Wille gilt. Du bist der Souverän. Du bist der Souverän. Mit deinem Wählervotum entscheidest du darüber, nach welchen politischen Maßgaben in den Bezirken von Berlin regiert wird. Und das entscheidet sich nicht nur nach Mehrheiten in den BVVen, sondern selbstverständlich auch nach der Zusammensetzung der Bezirksämter. Insofern freue ich mich auf die Diskussion in den Ausschüssen. Wir stellen alle begleitende Expertise, auch gerne allen Fraktionen zur Verfügung. Und noch einmal, ich freue mich auf jeden besseren Vorschlag. Ich halte es aber für entscheidend, dass wir dieses Problem im Sinne eines glaubwürdigen Angebots, einer glaubwürdigen Aussage an die Berlinerinnen und Berliner, an die Berlinerinnen und Berliner, es hätte Ihnen freigestanden, jederzeit einen Vorschlag zu machen. Ehrlicherweise wundere ich mich, dass die Opposition erst diesen Vorschlag machen muss. Aber noch einmal, Sie werden sich Ihre Gedanken gemacht haben. Die Frage wird ja nicht erst seit gestern diskutiert. Insofern bin ich gespannt auf Ihre Antworten und bin gespannt auf den gemeinsamen Lösungsweg, den wir finden. Wenn Sie sagen wollen, es interessiert Sie, Herr Lux, wenn Sie den Wählerinnen und Wählern in Berlin das Signal vermitteln wollen, es interessiert Sie nicht, wie in den Bezirken gewählt wird, dann ist auch das ehrlich. Dann bin ich aber sehr gespannt, wie Sie das hier begründen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Hochgräber das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in gut zwei Wochen finden die vom Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin angeordneten Wiederholungswahlen statt. Eine vollständige Wiederholungswahl, die in der Tat eine Vielzahl von Rechtsfragen aufwirft. Einige davon hat der Verfassungsgerichtshof klargestellt, ganz ausdrücklich, wie etwa die Fortdauer der Legislaturperiode. Andere Rechtsfragen sind zu klären, so auch die vorliegende. Es ist ja zunächst klar, dass es hier nach der derzeitigen Rechtslage eine Situation gibt, in der sich etwaige nach den Wiederholungswahlen ergebende Machtverhältnisse nicht zwingend in den Bezirksämtern widerspiegeln. Andererseits ist es aber auch klar, dass es für die Bezirksämtsmitglieder keinen absoluten, auch keinen absoluten beamtenrechtlichen Vertrauenstatbestand gibt. Dies zeigen gleich mehrere Umstände, nämlich einerseits die eröffnete Möglichkeit, mit einer qualifizierten Mehrheit abzuwählen. Andererseits, dass von vornherein der Status hier nur ein politischer Beamtenstatus auf Zeit ist und letztlich auch der im Gesetz sogar vorgesehene und im Jahre 2001 schon zur Anwendung gekommene Fall einer Neuwahl. Und all diese Fälle haben die politischen Beamten gar nicht selbst in der Hand. Sie sind von den Entscheidungen anderer insoweit abhängig. Es gibt also, meine Damen und Herren, keinen absoluten Vertrauenstatbestand. Es gibt aber auch derzeit keine gesetzliche Handhabe, außer der freiwillige Verzicht. Den gibt es natürlich auch. Dieser Antrag soll also die Möglichkeit eröffnen, hier neue Mehrheitsverhältnisse abzubilden. Und das ist natürlich insbesondere verständlich aus Sicht derer, die sich hier mehr erhoffen. Aber der Antrag zeigt eben auch, dass es ohne gesetzliche Regelung mutmaßlich gar nicht geht. Vorstellbar ist ja allenfalls, dass man die im Gesetz schon vorhandenen Regelungen einer Neuwahl in analoger Anwendung auch auf die Regelungen einer vollständigen Wiederholungswahl erstrecken würde. Wir wissen ja, dass der Fall der vollständigen Wiederholungswahl auch im Wahlgesetz nicht hinreichend abgebildet ist. Das führte ja, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, gerade dazu, dass es gestern im Ältestenrat eine Verständigung gab. Es liegen verschiedene Rechtsmeinungen vor. Und das ist heute nicht entscheidungsreif, was sich möglicherweise schon deswegen verbietet, weil es eine weitreichende Regelung darstellt. Wir sind da bisher in keiner Weise festgelegt. Wir werden das, meine Damen und Herren, handwerklich, wir werden das vor allen Dingen rechtlich miteinander diskutieren. Dafür haben wir die Ausschussberatungen. Insoweit wünsche ich uns dabei allen eine glückliche Hand. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat nun der Kollege Woldeit das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Wir stehen vor einem Umstand, den es so in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben hat. Ihr Hochgräbe, Sie sprachen von den Neuwahlen im 2001 und versuchen, das analog zu übertragen. Aber das ist schwer, das funktioniert nicht. Und wenn ich mich erinnere an die Beratung der Arbeitsgemeinschaft Wahlen letzte Woche im Ältestenrat, welche Herausforderungen wir besprochen haben, allein schon der Terminus, wie gehen wir denn mit der Sitzung am 16. März dann um? Ist es eine Rekonstituierung? Ist es eine Neukonstituierung? Wählen wir ein neues Präsidium, ja oder nein? Fragen, die man sich bis dato gar nicht stellen musste, weil es einstfach unvorstellbar war, dass so ein Wahldesaster wie im September letzten Jahres überhaupt zustande kommt. Und um es deutlich zu sagen, und auch wenn die Verantwortung immer wieder von rechts nach links geschoben wird, es war der rot-rot-grüne Senat, der das zu verantworten hatte. Und das wollen wir auch immer wieder wiederholen, meine Damen und Herren. Herr Evers, Sie haben viele richtige Dinge angesprochen. Es ist in der Tat eine Rechtslücke. Und auch Herr Hochgräbe, Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass die Rechtsgrundlagen, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung diese verschiedenen Dinge gar nicht berücksichtigen, wie gesagt, weil es so unvorstellbar ist, dann müssen wir in der Tat überlegen, wie wir diese Rechtslücken schließen. Und ich sehe hier in dem vorliegenden Gesetzentwurf in der Tat eine Möglichkeit, eine Rechtslücke zu schließen und eine Rechtssicherheit für die dann zukünftig gebildeten Bezirksämter zu schaffen. Und ich halte das durchaus für ein probates Mittel. Also Sie haben uns da in der Beratung mit Sicherheit eher an Ihrer Seite als dagegen. Aber ich bin vorsichtig geworden, meine Damen und Herren Kollegen. In der letzten Legislaturperiode hatten wir schon mal eine Novellierung des Bezirks der kommunalen Gesetzgebung. Und da ging es um die Etablierung eines weiteren Stadtrates. Und ich dachte, okay, das macht Sinn. Wir haben gesehen, es gibt Herausforderungen. Die Bündelung von verschiedenen Ressourcen führten bei dem einen oder anderen Bezirksamtsmitglied eventuell zu einer Überlastung. Aber was haben Sie gemacht? Was haben Sie in den Kommunen gemacht? Sie haben diese Möglichkeit, die Novellierung des Bezirkswahlgesetzes, des Bezirkswahlengesetzes so genutzt, um unserer Partei zu schaden und verschiedene Stadträte, die uns zustehen, die dem Wählervotum entsprechen, nicht zu wählen. Deswegen sind wir da vorsichtig. Und das ist ein Punkt, den sollen Sie sich auch hinter die Ohren schreiben, meine so verehrten Damen und Kollegen. Insbesondere, wenn es dann um die Neubesetzung und die Neubildung der Bezirksämter geht. Und ich werde es auch nicht müde zu erwähnen, warum wir diese Wiederholungswahl haben werden am 12. Februar. Es war eine einzige hier im Parlament vertretene Partei, die erfolgreich geklagt hat. Es war die AfD, die als Fundament der Verfassung, als Demokratiefreund durch und durch es erzwungen hat, dass wir am 12. Februar 2023 eine Wiederholungswahl haben, eine neue Zusammensetzung unseres Parlaments, eine neue Zusammensetzung von zwölf Bezirkswahl und Versammlungen. Und ich weiß, dass der Wähler das honorieren wird. Ich danke Ihnen. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Herr Kollege Ziller das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, viel wurde schon gesagt. Aber lassen Sie mich zu Beginn gleich sagen, der Alleingang der CDU in dieser Frage ist, glaube ich, in der Sache nicht dienlich und fördert auch die Rechtssicherheit in den kommenden Jahren nicht. Wir haben nach dem Urteil zur Wahlwiederholung viele Fragen als demokratische Parteien und Fraktionen gemeinsam diskutiert und auch entschieden. Der Beschluss des Ältestenrates gestern auf Basis des unabhängigen WPD-Gutachtens ist hier sicherlich ein gutes Beispiel. Und für meine Fraktion kann ich sagen, in einer solchen Zeit der Rechtsunsicherheit aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen einer Wahlwiederholung ist es ein Zeichen von Verantwortung gemeinsam und auf Basis von unabhängigen Rechtsgutachten zu einer gemeinsamen Rechtsauffassung zu kommen. Ich bin überzeugt, dass niemand von uns profitiert, wenn nach dem 12. Februar alle möglichen Fragen vor Gericht geklärt werden müssen. In Sachen Bezirksamtsmitglieder nun also Ihr Alleingang. Ob das mit den aktuellen Umfragewerten zu tun hat, bleibt wohl Ihr Geheimnis. Aber da das angekündigte Gutachten zur Frage der Bezirksamtsmitglieder auch vom WPD erst noch kommt, ist für meine Fraktion klar, wir werden das genau prüfen und auch dann den demokratischen Konsens suchen. Ob dann am Ende eine Gesetzesänderung der richtige Weg ist und wie genau dieser aussieht und ob es möglich ist, das auch rückwirkend zur Geltung zu bringen, das werden wir sehen. Wichtig ist aber auch meiner Fraktion, Wahlen müssen sich auch in der Folge in den demokratischen Gremien widerspiegeln. Sei es unser Präsidium, im Senat, in den Ausschüssen und sicher auch in den Bezirksämtern. Aber klar ist auch, die rechtliche Ausgangslage ist unterschiedlich. Das Gutachten in Sachen Abgeordnetenhaus gibt uns einige Hinweise, die ich mit Ihnen teilen möchte. Darin steht in Sachen des Präsidenten des Abgeordnetenhaus zum Beispiel, die Verfassung von Berlin hat die Ämter des Präsidenten und der Vizepräsidentin ETC damit mit einem besonderen Bestandsschutz versehen. Und es steht dann weiter, eine vollständige Wiederholungswahl ist der einzig denkbare Fall, dass es innerhalb einer Wahlperiode eine komplette Wahl des Abgeordnetenhaus gibt. Es spricht daher einiges dafür, dass die Verfassung an der Stelle sinngemäß so auszulegen ist, dass jedes neu gewählte Abgeordnetenhaus den Präsidenten ETC wieder wählt. Ob das am Ende ein Hinweis für die Rechtsstellung auch von Bezirksamtsmitgliedern ist und ob es einen rechtlichen Unterschied zwischen dem Bezirksamtsmitglied und der Frage des politischen Beamtenstatus gibt, das werden die angekündigten Gutachten zeigen. Wir werden da genau hingucken und in dem Sinne rufe ich Sie auf, kommen Sie zurück an den Tisch der demokratischen Parteien und Fraktionen und befördern Sie für Berlin die maximale Rechtssicherheit auch in dieser Frage. Vielen Dank. Vielen Dank und nun hat der Kollege Jotzow für die FDP-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es kann kein Zweifel bestehen, dass wir überhaupt heute hier sind und über diese Frage diskutieren müssen und dass wir eine Rechtsunklarheit haben, die uns sowohl hier im Parlament als auch in allen bezirksverordneten Versammlungen belastet. Das ist das Ergebnis einer organisierten Verantwortungslosigkeit im Land Berlin, einer organisierten Verantwortungslosigkeit im Land Berlin und in den Bezirken, die dieser Senat zu verantworten hat, aber die auch die verantwortlichen Personen in den Bezirksämtern zu verantworten haben. Und deshalb muss man hier ganz klar Rot-Rot-Grün und auch der CDU die Verantwortung für dieses Desaster an dieser Stelle auch zuweisen, meine Damen und Herren. Wenn wir über die Frage sprechen, wie wir mit der Situation in den Bezirken umgehen, dann zeigt sich ja durch diesen Antrag mehr als deutlich, dass wir vier Probleme identifizieren können. Und diese vier Probleme müssen wir lösen. Die Frage ist, ob dieser Antrag tatsächlich das leistet. Die vier Probleme sind letztlich der Konstruktionsfehler, der Konstruktionsfehler der Bezirksämter als solcher. Der erste ist, die Benennung der Bezirksstadträtinnen und Bezirksstadträte erfolgt auf 55 Monate ab Zusammentritt des Abgeordnetenhauses auf feste Zeit. Da fragt man doch, warum, meine Damen und Herren, warum weicht man hier ab von dem Verfahren, was wir beispielsweise bei Senatorinnen und Senatoren haben? Warum gibt es die hohe Dauer der Ruhegehaltsbezüge bei einer vorzeitigen Abberufung, nämlich bis zum Ende dieser Zeit? Warum ist dieser Bezug so hoch? Drei Viertel. Schließlich, warum haben wir nicht schon längst das, was die FDP-Fraktion seit langem in diesem Haus fordert, ein politisches Bezirksamt, bei dem nämlich ganz klar wäre, dass aus einem solchen politischen Bezirksamt dann auch politische Schlussfolgerungen kommen. Nein, die Mehrheit in diesem Haus hat sich stets für das Proporzbezirksamt entschieden, mit Beamtinnen und Beamten auf Zeit. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Hansel? Ja, gern, Sie müssten nur meine Zeit anhalten. Ja, danke. Herr Kollege Jotzow, der Hinweis auf das politische Bezirksamt, von dem wir wissen, dass Sie das wollen, ist ja richtig, nur Sie haben zuletzt einen Antrag eingereicht, wo Sie die Bezirksämter quasi abschaffen wollen. Da ist ein gewisser Widerspruch, merken Sie auch, oder? Ja, herzlichen Dank, Herr Hansel. Sie kommen ja, das ist ja der vierte Punkt, denn wir sind ja bei der Frage, da kann ich das gleich beantworten, wie es nämlich darum geht, dass wir diese Bezirksämter an sich haben. Und das ist nämlich der letzte und größte Konstruktionsfehler, Herr Hansel. Da haben Sie völlig recht, denn sinnvoll wäre es, und das ist der große Wurf, den ja die FDP-Fraktion auch Ihnen allen vorgeschlagen hat, dass wir tatsächlich zu einer vollständigen Neuregelung kommen. Dass wir nämlich von diesen Proporzbezirksämtern, und danke, Herr Hansel, dass wir nämlich von diesen Proporzbezirksämtern abrücken und dass wir hinkommen zu einer verantwortlichen Verwaltung, einer verantwortlichen Verwaltung, wo auch jede Berlinerin und jeder Berliner sicher sein kann, dass am Ende des Tages nicht jemand da ist in den Bezirken, der nach oben zeigt und sagt, ach, der war verantwortlich und oben ist jemand, der da runter zeigt und sagt, nee, die waren gerade verantwortlich, am Ende ist keiner verantwortlich. Wir wissen doch alle, Herr Hansel, wohin das führt in diesem Land. Und deswegen ist genau Ihr Ansatz der richtige, den ja hier die FDP-Fraktion auch vorgeschlagen hat, nämlich, dass wir auf diese Bezirksämter absolut verzichten. Und das wäre auch die richtige Maßnahme. So, nachdem Ihre Frage nun beantwortet ist, kommen wir zu der Frage CDU-Antrag. Ich meine, dass dieser CDU-Antrag einen systemischen Fehler hat. Er perpetuiert nämlich genau diese Konstruktionsfehler für die Dauer der Amtszeit. Aus meiner Sicht ist die Forderung der FDP, des FDP-Landesverbandes richtig. Der FDP-Landesverband hat ja einen entsprechenden Brief an alle anderen demokratischen Parteien geschickt, mit der Bitte, die dortigen Bezirksamtsmitglieder aufzufordern, in dem Zeitpunkt einer abweichenden Neuwahl einfach von Ihren Ämtern zurückzutreten. Und das wäre auch sauber, das wäre eine gute Lösung. Und damit, glaube ich, wäre auch der demokratischen Verantwortung eines jeden Bezirksamtsmitglieds genügt. Und ich glaube, das wäre auch die richtige Lösung. Und worüber man sich unterhalten kann, ist für die, die das wirklich nicht tun wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann eben wirklich zu sagen, wir finden eine kurze Übergangszeit, ein kurzes Übergangsgeld, vielleicht so, wie bei den Senatorinnen und Senatoren oder wie bei den Abgeordneten, einen Monat pro Jahr der Amtszeit. Das wäre vielleicht etwas, worüber man reden kann, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie uns da zu einem vernünftigeren Ergebnis kommen, als das auch noch zu perpetuieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun der Kollege Schlüsselburg. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Jotzow, wenn man als Partei hier vorne spricht und kein einziges Mitglied eines Bezirksamtes mit seiner Parteifarbe in den Bezirken hat, dann lässt sich natürlich der Vorschlag und die Rekurierung auf den Brief Ihres Landesvorsitzenden an die anderen Landesvorsitzenden der hier vertretenen Parteien leicht darstellen, weil man schlichtweg nicht betroffen ist. Wir haben aber eine Situation, und das hat die Debatte hier gezeigt, die ja sehr nachdenklich war und dem Thema angemessen, dass diese Frage, diese offene, vom Verfassungsgerichtshof des Landes auch offengelassene Rechtsfolgenfrage sehr komplex ist, weil wir tatsächlich auf der einen Seite die Erfordernisse des Demokratieprinzips haben und auf der anderen Seite die ebenfalls mit Verfassungsrang versehenden, wie man im Studium so schön lernt, althergebrachten Grundsätze des Beamtentums etwas modifiziert aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den BA-Mitgliedern nicht um Berufsbeamte handelt, sondern um politische Wahlbeamte auf Zeit. Aber auch dort gibt es Überformungen beamtenrechtlicher, verfassungsrechtlicher Art, die es wahrscheinlich, Herr Leutzow, nicht so einfach machen würden, wahrscheinlich sogar rechtswidrig machen würden, wenn man mit einem Sondergesetz ohne Anbetracht des jeweiligen Einzelfalls, der jeweiligen einzelnen Beamtenkarriere dann jemanden absägt, wenn er sozusagen nicht freiwillig zurückgetreten ist. Um diese Fragen substantiiert miteinander zu diskutieren, ist es wichtig, dass wir das in den Ausschüssen tun und ich schließe mich der sehr sachlichen Kritik des Kollegen Zillers an. Ich hätte mir gewünscht, liebe CDU, dass wir diesen Antrag hier gemeinsam vorbereitet hätten im Ältestenrat oder in dem vom Ältestenrat eingesetzten Arbeitsgruppe. Sie haben Ihr Ziel erreicht, Sie haben heute den Blätterwald vollgemacht. Es ist geschenkt in Wahlkampfzeiten, aber es ist leider der Schwierigkeit und auch sozusagen dem Stellenwert der Verfassungsgüter, die wir hier miteinander verhandeln, nicht so ganz angemessen. Ich hoffe, wir können das im weiteren Beratungsverlauf zusammen miteinander reparieren. Vielen Dank. Vielen Dank und weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Gesetzesantrages an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung sowie an den Hauptausschuss. Widerspruch höre ich nicht, dann Verfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 14, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen, Drucksache 19-807 zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90, die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-728, Gesetz zur Änderung des Berliner Wohnraumversorgegesetzes. Ich eröffne die zweite Lesung des Gesetzesantrags. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 und 2 des Gesetzesantrags und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmungen miteinander zu verbinden. Widerspruch höre ich dazu nicht. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Herr Kollege Schlenker, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass wir noch mal über das Wohn- und Versorgungsgesetz sprechen. Für uns als Linke ist die Entwicklung des kommunalen Wohnungsbestandes ja ohnehin die vielleicht wichtigste wohnungspolitische Frage. Klar, weil hier tragen wir als Berliner Politik auch direkt Verantwortung, als gesellschaftliche Unternehmen, direkt Verantwortung dafür, dass es vor Ort vernünftig läuft. Und da bin ich den Mieterbeiräten für ihre Arbeit vor Ort auch wirklich unendlich dankbar. Die Mieterbeiräte sind vielleicht die einzigen, die wirklich schonungslos den Finger in die Wunde legen, da, wo das auch sein muss. Ohne die wüssten wir oft gar nicht, was vor Ort eigentlich los ist. Und auch, dass wir heute dieses Wohn- und Versorgungsgesetz beschließen, ist im Grunde genommen ihr Verdienst Ergebnis eines jahrelangen Kampfes, dass wir ihre Mitwirkungsrechte heute endlich gesetzlich verankern und damit ihre wichtige Arbeit auch endlich offiziell anerkannt wird. Genauso wichtig aber, wie dass wir heute das Gesetz beschließen, ist, dass wir auch in der nächsten Zeit drei Dinge tun, den Mieterinnen und Mietern vor Ort besser zuhören, ihr Interessen auch gegenüber den Wohnungsunternehmen stark machen und die von ihnen aufgeworfenen Probleme vor Ort lösen. Jedes Gesetz muss auch mit Leben gefüllt werden und ich glaube, kann für meine Fraktion sagen, wir werden auch weiterhin an der Seite der Mieterinnen und Mieter stehen, wenn die nun ihre neuen Rechte gegenüber den Wohnungsunternehmen eben auch einfordern möchten. Welche Themen werden denn so von den Mieterbeiräten aufgebracht, wenn man mal mit dem spricht? Also es geht um Sicherheit, es geht um Sauberkeit, man könnte auch sagen, schöner Wohnen bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Anders ausgedrückt, es geht um mehr Investitionen ins Wohnumfeld und den Wohnungsbestand. Die Mieterinnen und Mieter wünschen sich vor Ort einen besseren Service, dass der Fahrstuhl funktioniert und völlig zu Recht. Und das schaffen wir, aber nur mit guten Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, wieder Eingliederung vom Hausmeister über den Handwerker bis zur Reinigungskraft. Das ist eben auch für die Mieterinnen und Mieter ein wichtiges Anliegen. Und immer wieder geht es auch um sicheres Wohnen im Quartier im Sinne von Wohnen muss bezahlbar sein, niemand darf am Kalten sitzen und alle müssen ihre Wohnung behalten. Und deshalb gut und richtig, dass wir einen Mieten- und Kündigungsstopp bei den landeseigenen durchgesetzt haben, der jetzt zunächst bis 2023 gilt, aber verlängert werden sollte, wenn es nach uns geht. Und es geht um Mitbestimmung bei Neubau im Quartier, der Ansiedlung von sozialer Infrastruktur, also mit Einbeziehung bei der Quartiersentwicklung. Ja, wir brauchen Neubau und auch sehr viel davon und gerade bei den Kommunalen, aber nicht jeder Innenhof, nicht jede Grünfläche eignet sich dafür. Und dort, wo gebaut wird, ist es entscheidend, dass es einen Mehrwert für die Nachbarschaft gibt und die Bedarfe, die die Mieterbeiräte eben häufig auch kennen, tatsächlich auch gedeckt werden. Also wie Sie sehen, auch nach dieser Novelle des Wohn- und Versorgungsgesetzes haben wir noch eine ganze Menge zu tun. und auch insgesamt, wenn wir uns die Lage bei den Landeseigenen angucken, darüber haben wir heute auch schon teilweise in der Frage geredet, die steigenden Baukosten und insgesamt die Schwierigkeiten, auch den Wohnungsbestand instand zu setzen und zu investieren. Die Landeseigenen haben ja grundsätzlich zwei Aufgaben, die sie beide gleichermaßen erfüllen müssen. Sie müssen bezahlbar bauen und bezahlbar wohnen ermöglichen. Der Expansionskurs der Landeseigenen, also durch Ankauf und Neubau, der ist natürlich genau richtig, weil dadurch der Anteil bezahlbaren Wohnraums in Berlin gesteigert wird. Aber das Entscheidende, das darf nicht zu Lasten des Wohnungsbestandes gehen. Die entscheidende Frage ist also herauszufinden und Konzepte zu entwickeln, wie wir einerseits die Mieten weiter stabil halten können und die Bestände sanieren und trotzdem mehr bezahlbar bauen. Und dazu haben wir ein Konzept vorgelegt, ein kommunales Wohnungsbauprogramm. Wir schlagen vor, den kommunalen Neubau künftig direkt zu finanzieren durch Eigenkapitalzuschüsse, denn das hat mindestens zwei entscheidende Vorteile. Der Wohnungsbau, der gerade einzubrechen droht oder schon eingebrochen ist, wird auch in der Krise weiter ermöglicht und wir entlasten die Wohnungsunternehmen. Denn durch die Investitionen in den Neubau werden eben mehr Mittel für stabile Mieten und die Sanierung frei. Das ist nicht nur gut für die Mieterinnen und Mieter, die heute schon in den Wohnungen wohnen und die Mieterbarriete, sondern auch für die von morgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Stettner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Gesetz in der zweiten Lesung und ich glaube, wir haben am 15. Dezember, glaube ich, dazu in der ersten Lesung alle gesprochen. Die Linke möchte ganz gerne jetzt wieder zu einem nicht veränderten Gesetz sprechen. Ich erspare es Ihnen jetzt, die gleiche Rede noch einmal zu halten, die wir vor sechs Wochen gehalten haben. Das ist ein Gesetz, das hat CDU und SPD, haben CDU und SPD gemeinsam im Jahre 2015 auf den Weg gebracht. Wir sind also quasi geistiger Vater des Gesetzes und selbstverständlich, so haben wir es auch letztes Mal dargestellt, freuen wir uns, wenn die Mieter weiter gestärkt werden. Ich bin jedem bei Zwischenfragen immer dankbar. Frau Schmidberg, können Sie gerne machen. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Was wir nicht glauben, ist, dass es hier darum geht, dass die Geschäftsführungen, die Vorstände der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften kontrolliert werden müssten durch die Mieter. Das glauben wir, ist nicht die Aufgabe der Mieterräte und Mieterbeiräte. Es geht um ein gutes Miteinander. Es geht auch nicht darum, dass da eine Kontrolle ausgeübt werden soll. Dafür gibt es Unterausschüsse und Ausschüsse, die tun das. Herr Schenker, Sie sitzen drin, Sie könnten das dort ja tun, dann wissen Sie, was die Wohnungsbaugesellschaften machen. Die machen auch keinen schlechten Job, der durch dieses Gesetz hier verbessert werden müsste. Nein, es geht darum, dass unsere landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften immer ein Vorbild sein müssen für die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken von Mieterinnen und Mietern und Vermietern, für Quartiersmanagement und für die Lösung von den Problemen vor Ort. Und dafür ist diese Stärkung, die hier in diesem Gesetz beschrieben und entschieden wird, richtig und gut. Und deswegen stimmt die CDU dem auch sehr gerne zu. Dankeschön. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat nun die Frau Kollegin Aydin das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, eine Gesetzesänderung zu diskutieren, die ein ganz wichtiges Thema sozialdemokratischer Wohnungspolitik betrifft. Im Grunde hat es Herr Stetner gesagt, das Wohnraumversorgungsgesetz wurde ja bereits 2015 mit Stimmen der, also durch die SPD geführte Koalition mit der CDU und mit Stimmen der Oppositionsgründen beschlossen. Damals nochmal als Erinnerung, waren die Linken ja nicht beteiligt. Und ja, es geschah natürlich auf Druck von Mieterinitiativen, das war gut und richtig. Und wir haben dieses Gesetz im Ausschuss ohne Änderungen beschlossen. Deshalb werde ich mich auf die wichtigsten Punkte nochmal konzentrieren. Herr Schenke hat das ja nochmal ausgeführt und ich denke, die Mieterbeteiligung und daran erinnere ich mich auch nochmal gerne, dass es ein ursozialdemokratisches Thema ist, denn das berühmte Gießener Modell der Mieterräte, dass die Linke ja gerne als Paradebeispiel für Mieterbeteiligung heranzieht, war bereits in den frühen 90er Jahren eine Idee des sozialdemokratischen Bürgermeisters von Gießen, Notar Schüler. Er hat damit das kommunale Wohnungsunternehmen, viele bezahlbare Wohnungen in seiner Stadt gerettet und das funktioniert ja bis heute. Und ich möchte gerne nochmal natürlich daran erinnern, dass wir 2015 das Gesetz beschlossen haben und damit die Mieterräte gesetzlich verankert haben. Auch die Mieterbeiräte waren als Kahnregelung vorgesehen und von Anfang an war klar, dass wir dieses Gesetz weiterentwickeln und evaluieren und in der Praxis erproben. Und ja, jetzt tun wir das auch nochmal. Wir stärken die Mieterbeiräte, indem wir sie von einer Kann-zu-einer-Muss-Bestimmung machen und vertiefen die Zusammenarbeit mit den Mieterräten unter anderem durch eine Ombudsstelle und verstärken natürlich auch die Informationsrechte gegenüber den Mieterräten. Das bedeutet künftig, es gibt eine bessere Verzahlung zwischen Mieterräten, Mieterbeiräten, die ja auf der Quartiersebene die Interessen der Mieter vertreten. Mit anderen Worten, wir stärken die Mitwirkung der Mieter an den Entscheidungen der landeseigenen Wohnungsunternehmen und fördern damit den Demokratisierungsprozess. Das ist ein wichtiger Erfolg bei der Absicherung einer sozialen Wohnungspolitik. Und ich danke dem SPD-geführten Senat, der diesen Entwicklungsprozess begleitet und unterstützt hat. Natürlich möchte ich auch jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, um den Mieterbeiräten, die ehrenamtlich ihre Zeit und Kraft aufwenden, nochmal Danke zu sagen. Und ich möchte auch nochmal einen Punkt zum Ausdruck bringen, das ich auch in meiner letzten Rede nochmal zum Ausdruck gebracht habe. Die Berlin ist sehr vielfältig und die Mieterschaft ist sehr vielfältig. Und ich finde, diese Vielfalt der Gesellschaft muss sich in diesen Gremien widerspiegeln. Und wir auf der politischen Ebene müssen diese Rahmenbedingungen dafür schaffen. Denn auch die Herstellung der Chancengleichheit bei der Möglichkeit der Mitwirkung ist für mich sozialdemokratische Wohnungspolitik. Und ich freue mich, dass wir dieses Gesetz jetzt in die Bann lenken und heute darüber abstimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion spricht nun der Kollege Lahrt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist viel darüber geredet worden. Wir haben auch schon einmal hier im Parlament über diesen Antrag gesprochen. Wir lehnen das grundsätzlich ab. Und zwar nicht, weil wir Mieterbeiräte ablehnen im Sinne von Menschen, die vor Ort sich um die Belange der Mieter kümmern und da eine Knüpfstelle zu den entsprechenden Vermietern darstellen. und Probleme lösen, sondern in dem Sinne, dass hier der völlig nutzlosen, sogenannten Wohnraumversorgung Berlin, die niemanden in dieser Stadt mit Wohnraum versorgt, ein neuer Job besorgt werden soll. Hier hat ja mittlerweile die AfD das zweimal beantragt, diese Wohnraumversorgung Berlin aufzulösen. Die FDP einmal und die CDU nach drei Jahren dann auch nochmal. Also es gibt mittlerweile vier Anträge, diese Wohnraumversorgung aufzulösen. Und jetzt hat man sich ein neues Modell einfallen lassen, wie man über die Mieterräte und die Mieterbeiräte noch die Wohnraumversorgung oben drüber setzt und dann noch ein Sachverständigenkollegium da bei Bedarf mit anschließt. Man schafft also dieser Wohnraumversorgung eine Verknüpfung, die sie dann irgendwann unentbehrlich machen soll. Aber sie ist und bleibt überflüssig. Sie ist und bleibt keine Wohnraumversorgung, sondern einfach nur ein Kropf, ein Wasserkopf, ein linker Wasserkopf, der nur Leute mit Jobs versorgt und sonst gar nichts. Und deswegen lehnen wir das natürlich ab. Wir lehnen nicht Bieterbeiräte ab, sondern diese Konstruktion. Vielen Dank. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Schmidt-Berger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, nach über acht Jahren beschließen wir heute die gesetzliche Verankerung der Mieterinnenbeiräte. Endlich bekommen die Mieterinnen die Auskunfts- und Anhörungsrechte, die sie brauchen, um auf Augenhöhe mit den landeseigenen Wohnungen agieren zu können. Ein guter Tag für den Mieterinnenschutz in Berlin. In der letzten Rederunde zu diesem Thema hier im Plenum wurde kritisiert, dass die Mieterinnenbeiräte Nachwuchsprobleme haben. Ja, leider, das stimmt. Auch mir wurde von einigen Mieterinnenbeiräten berichtet, dass Nachfolgerinnen fehlen. Aber nicht aus Desinteresse, sondern eben auch, weil nicht klar war bis heute, welche Rechte die Mieterinnenbeiräte gerade im Umgang mit dem Unternehmen haben. Und auch, weil einige landeseigene Wohnungsunternehmen diese zu oft einfach ignorieren in ihren Anliegen oder sogar übergehen. Einige Mieterinnenbeiräte haben daher auch in den letzten Jahren entnervt aufgegeben. Daher, dass sie Bittstellerinnen sind, damit muss ab heute Schluss sein. Denn Mieterinnenmitbestimmung ist für uns als Koalition auch kein Zuckerbrot oder irgendein Zugeständnis, sondern aus unserer Sicht zwingend notwendig, gerade um den sozialen Zusammenhalt in den Quartieren zu stärken. Ja, es gibt in einigen Beständen Probleme, schlechte Wohnumfeldverhältnisse, mangelnde Instandhaltung, es gibt Armut und es gibt Konflikte, auch mit den Landeseigenen. Gerade deshalb müssen wir Menschen, die sich für das Quartier engagieren, für die Menschen dort auch stärken und sie in die Lage versetzen, die anderen Mieterinnen mitzunehmen. Und ja, auch mal zu überzeugen, gerade bei sinnvollen Nachverdichtungsprojekten. Dass zwei Fraktionen hier heute gegen unseren Gesetzentwurf stimmen aus reiner Ideologie wundert mich natürlich nicht, denn beide Parteien stehen für das Recht des Stärkeren, Ackerreicheren auf dem Wohnungsmarkt auf Kosten der MieterInnen. Das ist sehr bedauerlich, aber umso mehr freue ich mich, dass die CDU heute beim Wohnraumversorgungsgesetz auch einmal auf der Seite der Mieterinnen und Mieter steht und gemeinsam mit uns dieses Gesetz abstimmt. Aber liebe CDU, es reicht nicht, hier bei einem Mieterschutzthema der landeseigenen Wohnungsunternehmen mal dafür zu sein. Gerade die MieterInnen von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt brauchen endlich mehr Schutz. Dazu gehört eben auch ein verbessertes Mietrecht und das haben sie leider auf der Bundesebene in den letzten 16 Jahren vor der Ampel komplett blockiert. Und anders als hier immer behauptet wird, gerade in der letzten Rederunde vor sechs Wochen im Plenum wurde das angesprochen, bitte ich die Opposition mal zur Kenntnis zu nehmen. Erstens, die Mieten- und Baukrise ist kein Berliner Phänomen, sondern wir haben in allen großen Städten ganz ähnliche Probleme mit gestiegenen Baukosten und fehlenden Kapazitäten. Zweitens, die Mieten steigen und auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, wir haben dieses Problem in allen großen Städten. In allen Städten galoppieren die Mieten der Einkommensentwicklung davon. Und deshalb reicht es auch nicht immer zu betonen, dass man ja einfach nur bauen, bauen, bauen wollen muss, sondern die politischen Rahmenbedingungen müssen auch dafür geschaffen werden. Und da hat die CDU mehrere verheerende Fehler gemacht in der Vergangenheit. Zum Beispiel hat sie die Bodenpreise explodieren lassen. Die Bodenpreisberechnung wird nämlich durch den Bund geregelt. Die CDU hat dafür gesorgt, dass spekulative Kaufpreise in diese Bodenwertberechnung einfließen. Und so der Wert von Grundstücken leistungslos steigt und steigt. Das ist fatal für Berlin. Allein letztes Jahr sind die schon hohen Werte noch mal um bis zu 30 Prozent gestiegen. Gerade in den zentralen Lagen machen die Bodenpreise heute circa 40 Prozent der Baukosten aus. Also, wer Neubau in den letzten Jahren vor dem Krieg befördern hätte wollen, hätte an der Bodenpreisberechnung drehen müssen. Jan-Marco Lutschak und Kai Wegener haben also nichts unternommen, um Neubau in Berlin zu erleichtern. Im Gegenteil. Und sie haben den Mietendeckel zu Fall gebracht und feiern sich auch noch dafür. Statt für das Grundrecht auf Wohnen, kämpfen sie leider weiter für das Grundrecht auf unendliche Renditen. Wir als Rot-Grün-Rot dagegen stehen weiterhin für den sozial gerechten Umbau des Wohnungsmarktes für und mit den Mieterinnen. Deshalb, liebe CDU, klären Sie endlich Ihr Verhältnis zu den Mieterinnen, denn auch Sie sind Ihnen verpflichtet. Vielen Dank. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Förster das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Schmidberg, ich hatte ja schon bei der letzten Lesung der ersten Runde hier erläutert, warum wir das Gesetz ablehnen, weil es nämlich weiterhin ein Nebeneinander von Mieterräten und Mieterbeiräten geben wird und wir das nicht für zielführend erachten, weil die Mieterbeiräte in den Wohngebieten eine wertvolle Funktion haben und dort Hinweise geben und darauf aufmerksam machen, was dort im Ohrenumfeld zu verbessern ist, aber Mieterräte eben am Ende auch so ein zweiter Aufsichtsrat für städtische Gesellschaften sind und die haben schon genug Aufsichtsräte, die haben Expertise und wir können ja nicht immer ständig nur eine neue Räterepublik etablieren wollen und neue Gremien schaffen, das wollen wir nicht und deswegen nehmen wir das ab an der Stelle. Und wir können ja uns gerne, wir können uns ja gerne auch mal darüber unterhalten, wie denn die städtischen Gesellschaften in den letzten Jahren in Schieflage geraten sind, indem sie eben gleichzeitig neue Schulden aufnehmen sollten, die Mieten senken sollten, Neubau finanzieren sollten und allerlei andere Dinge, die sie in das Stammbuch geschrieben haben. Das ist doch das Problem, dass wir mittlerweile sechs städtische Wohnungsgesellschaften haben, die nicht mehr wirtschaftlich agieren, die in Schieflage geraten sind, wo die Geschäftsführer reihenweise auch die Gesellschaft verlassen, weil sie sagen, diese Vorgaben der Politik, die tue ich mir nicht mehr an und dann gegebenenfalls in der freien Wirtschaft sogar deutlich bessere und attraktivere Angebote finden, wo sie ihren Sachverstand einbringen können. Das ist doch an der Stelle genau das Problem. Wenn wir künftig weiter einen bezahlbaren Wohnraum dieser Stadt haben wollen, dann müssen die städtischen Gesellschaften auch in der Lage sein und Senator Geiser hat den Vorschlag ja gemacht, der bei Ihnen nicht auf inhaltliches Wohlwollen gestoßen ist, dass man eben am Ende auch, um preiswerte Wohnungen in Mietbestand zu finanzieren, auch an der anderen Stelle selbstgenutztes Eigentum auch schaffen muss in diesen Gebäuden. Dann kann man quersubventionieren, kann das finanzieren. Das war ein guter Vorschlag von Senator Geiser. Sie waren taub auf den Ohren. An solchen Themen müssen Sie sich entlangarbeiten, damit wir mit dem Bauern vorankommen. Es wird pragmatische Lösungen brauchen, damit wir auch weiterhin Neubau finanzieren können, auch bei städtischen Gesellschaften. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und wenn wir am Ende dann eben auch, das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, eben Mietenstopp für alle machen bei den städtischen Gesellschaften, unabhängig davon, ob ein Bedarf da besteht oder nicht, unabhängig von Einkommensprüfungen und ähnlichen, werden wir am Ende eben auch bei steigenden Kosten einer Inflation von 10 Prozent die städtischen Gesellschaften weiterhin die Verschuldung treiben und weiterhin in eine Schieflage bringen, dass sie irgendwann dann gegebenenfalls auch Insolvenz anmelden müssen oder andere wirtschaftliche Probleme bekommen. Das kann es doch am Ende auch nicht sein. Wenn wir weiterhin Neubau in dieser Stadt wollen, wenn wir auch weiterhin preiswerte Mieten haben wollen, dann müssen die städtischen Gesellschaften weiterhin eine Eigenkapitalquote haben, die ihnen auch beides ermöglicht, nämlich zu bauen und zu vernünftigen Konditionen zu vermieten. Und dann dürfen eben nicht nur Wahlkampfgeschenke an alle Mieter gemacht werden, unabhängig davon, ob sie bedürftig sind oder nicht. Das gehört dann auch zur Wahl dazu. Wir bekennen uns ja ausdrücklich zu starken städtischen Gesellschaften auch zu 400.000 kommunalen Wohnungen. Da haben wir gar nichts dagegen als langfristiges Ziel. Aber bitte mit städtischen Gesellschaften, die wirtschaftlich agieren können. Und das wollen sie gerade nicht. Sie wollen weiter Gremien. Sie wollen, dass Kreti und Pleti dann mitregieren, wie Gesellschaften ausgestaltet werden, wie sie arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Das geht in keinem einzigen Unternehmen. Deswegen lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank und weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Gesetzesantrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 19-728 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion und die Fraktion der FDP die Annahme. Wer den Gesetzesantrag gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-807 annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen sowie die CDU-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die FDP- und AfD-Fraktion. Enthaltungen gibt es keine. Damit ist der Gesetzesantrag angenommen. Ich darf Ihnen verlesen die Ergebnisse der Wahl von Punkt 5 der Tagesordnung. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds der G10-Kommission des Landes Berlin Drucksache 19-38 Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Frank-Christian Hansel gültig 124, ungültig keine, ja, 13, 902, Enthaltungen 9, damit nicht gewählt. Als Stellvertretensmitglied Herr Abgeordneter Ronald Leser gültig 123, ungültig eine, ja, 14, 906, Enthaltungen 3, damit nicht gewählt. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertretenden Mitglieds des Ausschusses für Verfassungsschutz Drucksache 19-92 Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Harald Latsch gültig 122, ungültig 2, ja, 14, 903, Enthaltungen 5, damit nicht gewählt. Als Stellvertretensmitglied Herr Abgeordneter Gunnar Lindermann gültig 121, ungültig 3, ja, 11, nein, 109, Enthaltungen 1, damit nicht gewählt. Wahl des Richter-Wahlausschusses Drucksache 19-100 Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfielen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Mark Wallender gültig 121, ungültig 3, ja, 14, nein, 100, Enthaltungen 7, damit nicht gewählt. Als Stellvertretensmitglied Herr Abgeordneter Antonin Brusek gültig 120, ungültig 4, ja, 14, nein, 99, Enthaltungen 7, damit nicht gewählt. Wahl einnäher eines Abgeordneten zum Mitglied und einnäher eines Abgeordneten zum stellvertretenden Mitglied des Kuratoriums der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, Drucksache 19-39. Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Carsten Woldeit gültig 123, ungültig 1, ja, 15, nein, 99, Enthaltungen 9, damit nicht gewählt. Als stellvertretendes Mitglied Frau Abgeordnete Janett Aurecht, gültig 122, ungültig 2, ja, 15, nein, 99, Enthaltungen 8, damit nicht gewählt. Wahl einer Person zum Mitglied und einer weiteren Person zum Ersatzmitglied des Kuratoriums des Lette-Vereins Stiftung des Öffentlichen Rechts, Drucksache 19-41. Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Tommy Tabor, gültig 124, ungültig keine, ja, 14, nein, 102, Enthaltungen 8, damit nicht gewählt. Als Ersatzmitglied Herr Abgeordneter Martin Treffzer, gültig 123, ungültig eine, ja, 14, nein, 100, Enthaltungen 9, damit nicht gewählt. Wahl einer Person zum Mitglied und einer weiteren Person zum stellvertretenden Mitglied des Kuratoriums des Pestalozzi-Fröbelhauses, Stiftung des Öffentlichen Rechts, Drucksache 19-42. Auf die Wahlvorschläge der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Herr Abgeordneter Mark Wallender, gültig 124, ungültig keine, ja, 15, nein, 101, Enthaltungen 8, damit nicht gewählt. Als stellvertretendes Mitglied Herr Abgeordneter Thorsten Weiß, gültig 123, ungültig eine, ja, 15, nein, 101, Enthaltungen 7, damit nicht gewählt. Wahl eines Mitglieds des Beirates der Berliner Stadtwerke, Drucksache 19-204. Auf den Wahlvorschlag der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen. Als Mitglied Frau Abgeordnete Dr. Christine Brinker, gültig 124, ungültig 0, ja, 17, nein, 99, Enthaltung 8, damit nicht gewählt. Wahl der, des stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Untersuchung des Ermittlungsvorgehens im Zusammenhang mit der Aufklärung der im Zeitraum von 2009 bis 2021 erfolgen rechtsextremistischen Straftatenserie in Neukölln, Drucksache 19-279. Auf den Wahlvorschlag der AfD-Fraktion empfiehlen folgende Stimmen als stellvertretender Vorsitzender Herr Abgeordneter Antonin Prussek, gültig 120, ungültig 4, ja, 15, nein, 99, Enthaltung 6, damit nicht gewählt. Ich fahre fort in der Tagesordnung und komme zu Tagesordnungspunkt 15, das war die Priorität der Fraktion der SPD unter der Nummer 4.5. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16, dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 19-830. Zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90, die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-771. Gesetz zur Erinnerung des Bürger- und Polizeibeauftragtengesetzes und weiterer Gesetze. Der Dringlichkeit haben Sie bereits eingangs zugestimmt. Ich eröffne die zweite Lesung des Gesetzesantrags. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 und 9 des Gesetzesantrags und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmungen miteinander zu verbinden. Widerspruch höre ich dazu nicht. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Gesetzesantrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 19-771 empfiehlt der Hauptausschuss einstimmig bei Enthaltung der Fraktion der CDU und der AfD-Fraktion, die Annahme. Wer den Gesetzesantrag gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-830 annehmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen sowie die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sehe ich nicht. Und Enthaltungen? Das sind die CDU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzesantrag angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 16a, dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Antidiskriminierung, Drucksache 19-0840, zur Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-0773, Gesetz über die Neuordnung der Berliner Landgerichtsstruktur. Der Dringlichkeit haben Sie bereits eingangs zugestimmt. Ich eröffne die zweite Lesung der Gesetzesvorlage. Ich rufe auf die Überschrift, die Einleitung sowie die Artikel 1 bis 18 der Gesetzesvorlage und schlage vor, die Beratung der Einzelbestimmung miteinander zu verbinden. Widerspruch sehe ich dazu nicht. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu der Gesetzesvorlage auf Drucksache 19-0773 empfiehlt der Fachausschuss einstimmig mit allen Fraktionen die Annahme. Wer die Gesetzesvorlage gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-0840 annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, CDU-Fraktion, FDP-Fraktion und AfD-Fraktion. Damit ist die Gesetzesvorlage einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 17 war Priorität der AfD-Fraktion unter der Nummer 4.3. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18, Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-08-04. Drittes Gesetz zur Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes. Ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. Eine Beratung ist hier nicht vorgesehen. Ich habe die Gesetzesvorlage vorab an den Ausschuss für Wissenschaft und Forschung überwiesen und darf hierzu ihre nachträgliche Zustimmung feststellen. Dazu höre ich keinen Widerspruch. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 19, Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-08-06. Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 20-22-2023. Ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Ich habe die Gesetzesvorlage vorab an den Hauptausschuss überwiesen und darf hierzu ihre nachträgliche Zustimmung feststellen. Dazu höre ich keinen Widerspruch. Der Tagesordnungspunkt 20 wurde bereits nach Tagesordnungspunkt 13 behandelt. Die Tagesordnungspunkte 21 bis 24 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 25, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Antidiskriminierung, Drucksache 19-08-03. Zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-05-08-0. Spezialisierte Zuweisung bei der Staatsanwaltschaft Berlin für Straftaten gegen die betriebliche Bestimmung nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 19-05-08-0 empfiehlt der Fachausschuss einstimmig bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen die Annahme mit Änderungen. Wer den Antrag gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-08-03 mit Änderungen annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, Gegenstimmen, Enthaltungen? Bei Enthaltungen der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag so angenommen. Tagesordnungspunkt 26 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 27, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Europa, Drucksache 19-08-1-1. Zum Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 19-02-1-9. Endlich ein Mehrfunktionsgebäude für das Museumsstoff Düppel errichten. Sowie hierzu Änderungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 19-02-1-1. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zunächst erfolgt eine Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU. Wer den Änderungsantrag der Fraktion der CDU auf Drucksache 19-02-1-1 annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen und der FDP-Fraktion ist der Änderungsantrag damit abgelehnt. Dann erfolgt nun die Abstimmung über den Antrag der AfD-Fraktion. Zu dem Antrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19-02-1-9 empfiehlt der Fachausschuss gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-08-1-1 mehrheitlich gegen die AfD-Fraktion und bei Enthaltung der CDU-Fraktion die Ablehnung. Wer den Antrag dennoch annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen und der FDP-Fraktion Enthaltungen? Und Enthaltungen der CDU-Fraktion ist der Antrag damit abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 28, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Europa, Drucksache 19-08-1-2. Zum Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 die Grüne und der Fraktion Die Linke, Drucksache 19-07-4-0. Ein Bibliotheksgesetz für Berlin. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Grüne und hier die Kollegin Neugebauer. Bitte schön. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, werte Zuschauende. Heute gehen wir einen wichtigen Schritt dahin, unsere Bibliotheken in die Gegenwart zu holen und für die Zukunft fit zu machen. Egal, ob wir uns in Marzahn, Charlottenburg oder im Wedding befinden. Bibliotheken sind schon längst die meistgenutztesten Kulturorte Berlins. Sie bieten niedrigschwelligen Zugang zu Wissen und kultureller Teilhabe. Sie sind schon oft dritte Orte, leisten Bildungsarbeit in Form von Hausaufgabenhilfe oder Fortbildung, öffnen Teilhabemöglichkeiten mit digitalen Endgeräten oder zum Ausprobieren einfach nur in Makerspaces. Oder sie sind einfache Orte der Begegnung, mit Veranstaltungen oder als ein Aufenthaltsort ohne Konsumzwang. Stadtteil- und Kiezbibliotheken nehmen Aufgaben in ihren Kiezen wahr. Sie bieten Räume zu entfalten, wo diese fehlen. Sie sind die Herzen ihrer Kieze. Sie sind essentieller Bestandteil für kulturelle Teilhabe und eine bildungsgerechte Stadt. Deshalb gilt es, sie weiter zu schützen und auszubauen. Mit diesem Antrag zeigen wir, dass wir uns dieser großen Bedeutung bewusst sind und den Auf- und Ausbau unserer Bibliotheksinfrastruktur nachhaltig stützen wollen. Das Bibliotheksentwicklungskonzept war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nun gilt es, diese Ziele, Standards und Bedarfe, die dort entwickelt wurden, in ein Gesetz fließen zu lassen, dass unsere Bibliotheken nachhaltig auf krisenfeste Füße stellt. Wir fordern ein Gesetz, das die Position der Bibliotheken stärkt und sie zu einer zentralen Pflichtaufgabe macht. Mit Standards, die überall gelten, aber auch weiterentwickelt werden können für eine Bibliothekeninfrastruktur, die wächst zusammen mit der modernen, vielfältigen Gesellschaft, für die sie da sind. Egal, ob wir uns in Innen- oder Außenbezirken befinden. Zum Schluss möchte ich aber auch nochmal den Kolleginnen und Kollegen danken für die Zusammenarbeit an diesem Antrag, aber auch den Verantwortlichen in den öffentlichen Bibliotheken, die uns auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Dr. Junke jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Fachleute und darüber hinaus ist die Diskussion bekannt. Bibliotheken haben heute ganz andere Aufgaben als in der Vergangenheit. Sind neben der Reihen Buchausleihe oder dem Leseort Orte für Austausch und Weiterbildung, Orte der Schärfung der Medienkompetenz, Orte des gemeinsamen Lernens, kurzweg alles das, was mit dem Begriff dritter Ort mittlerweile bezeichnet wird. Leider sind die Berliner Bibliotheken von diesen Zuständen weit entfernt. Trotz des erheblichen Engagements aller Beteiligten, ihre Ausstattung ist leider sehr unterdurchschnittlich und sie ist vor allem auch sehr heterogen. Das kommt auf den Bezirk an, das kommt auf den jeweiligen Standort im Bezirk an. Das zu harmonisieren wäre schon eine große Aufgabe, also Standards und Kenngrößen dafür zu bilden. Eine verpflichtende Grundlage dafür, das auch zu finanzieren, in einem Gesetz zu schaffen, das wäre die andere. Die CDU hat daher in der vergangenen Legislaturperiode ja bereits die Forderung aufgestellt, ein Kulturgesetz zu schaffen, welches die Kulturförderung erstmals in Berlin auf eine gesetzliche Grundlage gestellt hätte. Das wurde von der Koalition damals abgelehnt. Nun fordern sie aber ein Bibliotheksgesetz, um zumindest einen Teil der Kulturlandschaft eine bessere Basis zu verschaffen. Das könnte auch ein erster Schritt sein auf dem Weg zu dem von uns favorisierten Kulturfördergesetz. Von daher hat auch meine Fraktion ihren Ansinnen in der Vergangenheit, das Ansinnen mit Wohlwollen begleitet. Auch wenn ich bei diesem Antrag, der heute vorliegt, ein merkwürdiges Déjà-vu habe. Ich fühle mich so ein bisschen an die Debatte von 2018, wo wir über das Bibliothekskonzept diskutiert haben. Und auch damals war der Antrag vergleichsweise unbestimmt. Es war kein Mut oder Wille erkennbar, deutlicher zu formulieren, was man eigentlich final erwartet. Beispielsweise das Thema Standards oder Kenngrößen. Es hat dann breiten Prozess gegeben. Die Fachleute haben die Aufgabe gemacht, die eigentlich auch die Politik hätte ein bisschen vorgeben können. Nun entdecken sie die Eile und fordern den Senat auf, unverzüglich ein Berliner Bibliotheksgesetz auf den Weg zu bringen. Und jetzt haben sie plötzlich diese Konkretisierung, Ziele, Aufgabe, Rechten und Pflichten und diese Dinge drin. Das hätte man auch von Anfang an einbringen können und dann hätte man vielleicht auch keinen Verzug zu beklagen gehabt, den man nun zu unverzüglicher Handlungen weiterführen möchte. Aber das am Rande. Sie geben dem Senat relativ freie Hand, hier zu handeln. Von daher vermeiden sie auch weiterhin klare Festlegung, aber zumindest die Grundrichtung ist eine Verbesserung. Ob allerdings die vorgegebene Zeitschiene von einem Jahr dafür realistisch ist, das darf man durchaus mit Skepsis begleiten. Es gibt noch eine weitere Parallele zu der Debatte um das Bibliothekskonzept von 2018, die mir auffällt und die ist weitaus unerfreulicher, weil nämlich in diesem Zeitraum damals auch die Entscheidung für den Standort der Zentral- und Landesbibliothek fiel, nämlich der auch von der CDU favorisierte Standort Blücherplatz. Und wir hatten damals alle gehofft, die Kuh sei nun vom Eis und es gehe endlich in die Umsetzung. Aber im fünften Jahr sind wir auch etwas eines Schlechteren belehrt. Nach wie vor gibt es Unklarheiten und Fragezeichen bei der Finanzierung. Aber nun wurde auch noch zu allem Überfluss die Standortfrage wieder aufgemacht und was auch immer Senator Geisel und seine Verwaltung geritten hat, den Standort Tempelhof hier wieder ins Spiel zu bringen. Es hat der Bibliothekstaat Berlin insgesamt einen Bärendienst erwiesen, meine Damen und Herren. Unsere Bibliotheken brauchen einen verlässlichen Planungshorizont, unsere Bibliotheken brauchen homogene Standards in der Versorgung. Sie sind von der Zahl her die größte, von der Zahl der Besucher die größte Kultureinrichtung in der Stadt. Und auch auf Nachfragen im Ausschuss war auch Klaus Lederer nicht zu einer klaren Äußerung bereit, dass es mit diesem Senat kein Rütteln am Standort Blücherplatz geben wird. Und das finden wir mehr als befremdlich. Aber auch die Kultur in Berlin braucht ein solides Fundament. Daher halten wir nach wie vor in unserer Forderung fest, eine gesetzliche Grundlage für die Kulturförderung in Berlin einzurichten. Schön, dass die Koalition sich unserer Grundidee nicht mehr verschließt und mit den Bibliotheken einen ersten Schritt in diese Richtung gehen möchte. Der vorliegende Antrag ist sicherlich nicht besonders konkret und überlässt sehr vieles der Verwaltung. Aber er ist zumindest eine Grundlage. Von daher werden wir diesem Antrag auch zustimmen. Auch als Ausdruck unseres Vertrauensvorschusses in alle bisher beteiligten Fachleute aus den Berliner Bibliotheken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Hat die Kollegin Kühnemann-Brümer das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es heißt im Zusammenhang mit politischem Engagement ja immer, dass man in der Lage sein muss, dicke Bretter zu bohren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag für ein Bibliotheksgesetz für Berlin ist so ein dickes Brett. Sehen Sie es mir nach, ich muss ganz kurz persönlich werden. Als ich 2001 Bezirksverordnete in Tempel-Schöneberg wurde, irgendwann kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion, später Vorsitzende des Kulturausschusses, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, die Voraussetzungen für verlässliche Bedingungen mit quantitativen wie die qualitativen Standards für unsere Berliner Bibliotheken zu schaffen. Nach der Enquete-Kommission des Bundestags, dem Olympiamodell und dem Bibliothekenentwicklungsplan bekennt sich Berlin mit dem heutigen Antrag für ein Bibliotheksgesetz dazu, kulturelle Teilhabe und niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und Wissen nachhaltig abzusichern, um Bibliotheken als Orte des Austauschs und des gemeinsamen Lernens zu verbessern und die kulturelle Bildung im ganzen Stadtgebiet auszubauen. Im Zuge der Entwicklung von Bibliotheken zu dritten Orten, die neben dem Zuhause als erstem Ort und dem Arbeitsplatz als zweitem Ort, sind Bibliotheken längst mehr als Wissensspeicher. Bibliotheken erfüllen inzwischen auch viele soziale und öffentliche Aufgaben. Hier bekommen Seniorinnen und Senioren Hilfe im Umgang mit dem Internet und Schülerinnen und Schüler für ihre Präsentationsprüfungen in MSA und Abitur. Deshalb gehört zur Absicherung der Versorgung mit Bibliotheksstandorten, neben der Festlegung von Aufgaben und Standards auch der gesetzlich verankerte Auftrag ihrer Erfüllung. Bibliotheken müssen zu einer Pflichtaufgabe werden und die Finanzierung durch den Landeshaushalt und die Bezirke muss gewährleistet sein. Das Bibliotheksgesetz dient der Verbesserung von Planungssicherheit und Verbindlichkeit, damit die Bibliotheken fit für die Zukunft sind und ihre öffentlichen Aufgaben besser wahrnehmen können. Ich hatte es erwähnt, Bibliotheken sind weit mehr als Lesestuben. Selbstverständlich bleiben sie ein Ort des Buches, sie sind aber längst auch Orte des Wissens und des Lernens und wirken sozialräumlich. Und sie sind inzwischen auch Orte für digitale Teilhabe. Denn digitale Teilhabe bedeutet auch digitale Zugänglichkeit und Unterstützung bei der Nutzung von Online-Funktionen und digitaler Angebote, insbesondere im Übrigen für ältere Menschen. Es ist an der Zeit, qualitative und quantitative Standards rechtlich zu verankern, um unsere Bibliotheken zu stärken und in der Zukunft für Einsparmaßnahmen zugunsten anderer kommunaler Anliegen zu schützen. Nachdem der Kulturausschuss dem Antrag bereits zugestimmt hat, freue ich mich über die Zustimmung hier heute zu diesem Antrag, der mir wirklich am Herzen liegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Brusek das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir, die AfD, sind selbstverständlich die Partei von Büchern und Bibliotheken. Das wurde schon im Kulturausschuss selbst vom Kultursenator Dr. Lederer ausdrücklich festgestellt. Deswegen lacht er so begeistert, weil er was dazu gelernt hat. Der Zustand der Bibliotheken ist aber gar nicht so wirklich rosig. Wenn wir uns die Stadtteilbibliotheken anschauen, gab es 1991 230 Stück. Momentan haben wir ungefähr 70 in Berlin. Es gibt einen Sanierungsstau schon seit Jahren und diesen versucht man nun mit einem Gesetz abzuhelfen. Warum ein Gesetz? Brauchen wir dafür ein Gesetz? Nein. Gab es ein Gesetz für die Bibliothek in Alexandria oder für die British Library oder für die Anna-Analia-Bibliothek in Weimar? Nein. Es geht letztendlich darum, durch dieses Gesetz irgendwas nach außen zu tragen und zwar zu zeigen, wir kümmern uns. Das ist das Eigentliche. Denn worum es wirklich geht bei den angeblichen dicken Brettern, ist es doch Butter bei die Fische zu geben. Nämlich ganz klar zu sagen, wie viel Geld es für welche Bibliotheken gibt. Da steht aber gar nichts davon drin. Da steht drin, dass es dort Makerspaces gibt. Ich weiß nicht, was das ist. Möchte das auch lieber gar nicht wissen. Dass es Community-Arbeit gibt. Und fit für die Zukunft soll man dort auch werden. Herr Abgeordneter, bestatten Sie einen Zwischenfrage? Wo sind die Parkplätze zum Beispiel für die Leute, die mit schweren Büchern beladen, nach draußen kommen? Die müssen Sie wegbringen. Die haben Sie natürlich auch vergessen. Ideologie belastet, wie sie sind. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kluckert? Nein, vielen Dank. Wir hatten ja drüber nicht. Wir hatten darüber nicht gesprochen. Herr Zillig, ich kann Sie nicht hören, aber das war bestimmt irgendwie so ein Geifern, wie das üblich ist bei Ihnen. Sie sind drüben wie Pavlovsche Hunde. Man braucht nur einmal zu klingeln und dann kommt schon irgendwas. Das kann ja nicht richtig sein. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Der Grundansatz ist gut. Die Ausführung ist wieder einmal ganz, ganz mies. Und deswegen werden wir dem nicht widersprechen. Wir wollen uns aber enthalten, denn wir wollen, dass vernünftige Projekte auf den Weg gebracht werden und nicht solch ein Unfug. Der zweite Unfug an diesem Tag, der aus dem Kulturbereich kommt. Vielen Dank. Für die Linksfraktion hat die Kollegin Dr. Schmidt das Wort. Sehr verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, verehrter Herr Kollege Brosek, ich weiß nicht, warum Sie so schreien. Vermutlich hat das zu häufige Halali der Lackkultur Ihnen das Gehör getrübt, aber Sie müssen nicht so laut mit uns reden. Aber lassen Sie mich meine Ausführungen mit einer Frage beginnen. Kannst du mit einer Bibliothek eine Stadt verändern? Ja, mit einer gut ausgestatteten Bibliothek kannst du sehr wohl eine Stadt verändern und nachhaltig das gesellschaftliche Klima beeinflussen. Doch dafür braucht es Rahmenbedingungen. Im November letzten Jahres haben wir uns mit dem Verband öffentlicher Bibliotheken die Deichmann Bibliothek in Oslo angeschaut und ich bin außerordentlich beeindruckt zurückgekehrt. Diese Bibliothek ist sozialer Ort, ist Ort der Bildung und Kreativität, ist Ort für alle Generationen und alle Ethnien. Selten habe ich einen lebendigeren Ort und einladenderen Ort als diesen erlebt. Als wir für Berlin das Bibliotheksentwicklungskonzept erarbeitet haben, wollten wir unsere Bibliotheken genau zu solchen Orten entwickeln. Orte des Austausches, des gemeinsamen Lernens und der kulturellen Bildung mit niedrigschwelligem Zugang zu Informationen und Wissen als Orte der Integration für Menschen unterschiedlichster Bildung für alle Generationen und alle Ethnien. Und nun müssen wir den zweiten Schritt gehen. Für diese Orte auch die Standards und Bedarfe umsetzen, wie sie im Ergebnis des Bibliotheksentwicklungskonzepts ermittelt wurden. Und diese Standards und Bedarfe sollen in ein Gesetz gegossen werden, um unseren Bibliotheken auch die entsprechende rechtliche Sicherheit zu geben. Die Bibliotheken sind schon jetzt die meistgenutzten kulturellen Einrichtungen unserer Stadt und doch sind sie in der Vergangenheit immer wieder dem Rotstift zum Opfer gefallen. Doch gerade in Krisenzeiten wie diesen sind Investitionen in Bibliotheken, Investitionen in Bildung und Teilhabe und damit in eine funktionierende Gemeinschaft. Deshalb brauchen wir Infrastrukturerneuerungen, die Bereitstellung und den Ausbau von digitalen Angeboten und Bildungsmaßnahmen für wichtige Zielgruppen wie Menschen mit erschwerten Bildungszugängen, Seniorinnen, Menschen mit Behinderungen oder Geflüchtete. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht es die Einstellung von zusätzlichem und gut ausgebildetem Personal, braucht es eine gute Bezahlung des vorhandenen Personals, es braucht einen verlässlichen Fortbildungsetat, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance zu geben, sich für die ständig verändernden Bedingungen qualifizieren zu können. Die Finanzierung von Bibliotheken ist kein Luxus, sondern grundlegend für Bildungszugänge und Teilhabechancen aller Menschen. Seit Jahren wachsen die Aufgaben der Bibliotheken gerade jetzt, übernehmen sie zusätzlich zu ihrem Bildungs- und Kulturauftrag weitere zentrale Aufgaben. Als Anlaufstelle für Geflüchtete bei der Verbreitung von Informationen zum Energiesparen ebenso, als Aufenthaltsort für Menschen, die darauf angewiesen sind, öffentlich frei zugängliche Räume zu nutzen. Und sie können gleichfalls eine wichtige Rolle bei der Vermittlung aktueller Themen oder wichtiger gesellschaftlicher Fragestellungen übernehmen. In den Medienbeständen konsequent aktualisiert, richtig angewendet und nutzbar gemacht, lassen sich auf die meisten der aktuellen Fragen und Krisen der Zeit Antworten finden. Und manchmal sind sie einfach nur Orte der Freude, der Neugier, des Wohlfühlens und sie können wichtige Ankerfunktion in einem sozialen Kiez sein. Meine Damen und Herren Abgeordnete, es waren Expertinnen und Experten der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek, der Bezirksbibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes und aus den Bezirken und dem Senat, die im breiten Dialog das Bibliotheksentwicklungskonzept erarbeitet werden, haben. Lassen Sie uns nun mit dem Bibliotheksgesetz die hier ermittelten Standards und Bedürfnisse für unsere Bibliotheken umsetzen, dann wird aus Vision Wirklichkeit. Und Herr Junke, lassen Sie mich noch eines sagen, für die ZLB soll der Bücherplatz auch Wirklichkeit werden. Dazu habe ich mich immer bekannt und auch der Kultursenator. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Förster jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Goini sagte gerade, ich soll das nochmal klarstellen, was den Bücherplatz betrifft. Nicht nur die CDU-Fraktion, auch die FDP-Fraktion würde es sehr begrüßen. Offenbar die Linksfraktion, auch wie die Kollegin Manuela Schmidt gerade sagt, wenn wir am Bücherplatz zu Potte kommen, ist es oft genug über Standort diskutiert worden. Wir haben da einen Standort, der ist geeignet. Ich glaube, das steht außer Frage. Und umso länger wir darüber rumdiskutieren, wird es nur teurer am Ende. Es kommt gar nicht auf den Weg. Also lasst uns anfangen. Wir brauchen die Bibliothek dort am Bücherplatz. Der Kultursenator würde das auch begrüßen. Das ist klar, dass da an der Stelle endlich etwas passiert. Zum Bibliotheksgesetz. Wir haben generell keine Vorbehalte gegen ein Gesetz, würden uns aber die Ausgestaltung dann ganz genau ansehen. Deswegen werden wir uns heute beim Arbeitsauftrag auch erstmal enthalten, weil wir in der Tat am Ende schauen müssen, was kommt bei raus und welche Punkte werden berücksichtigt. Aber klar ist, das ist auch von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt worden, Bibliotheken sind nicht etwas, was man irgendwie als freiwillige Kulturarbeit abtun kann. Bibliotheken sind Lernräume, Sozialräume, Bildungsräume. Sie sind unerlässlich in einer Stadt. Und es muss am Ende natürlich auch gesichert sein, dass auch in den Bezirken, die am Ende ja bis auf die großen Landesbibliotheken das Angebot vor Ort bereitstellen, dass in den Bezirken auch vergleichbare Bedingungen herrschen. Denn wir haben ja jetzt die Situation, dass zum Beispiel in Stege-Zehendorf es drei kommunale Bibliotheken gibt. In meinem Heimatbezirk Trebekübny gibt es sieben. Wenn man dann die Kosten-Leistungsrechnung bei der Produktbudgetierung nebeneinander stellt, dann ist es natürlich so, dass Bezirke, die auch mehr Einrichtungen unterhalten, möglicherweise eben auch teure Infrastrukturkosten haben, damit das Produkt der Bibliotheken dann an der Steuer teurer wird. Und das muss am Ende auch glatt gezogen werden. Wir müssen Standards definieren. Das kann so ein Gesetz vielleicht leisten. Pro wie viel hunderttausend Einwohner, welches Angebot an Bibliotheken zu leisten ist. Und das müssen dann die Bezirke auch verbindlich umsetzen. Dann haben wir eine Vergleichbarkeit und da haben wir bei der Produktbudgetierung auch keinen Nachteil für die Bezirken, die freiwillig eben mehr Bibliotheken anbieten, schon jetzt, als sie müssten. Und wir wollen an der Stelle auch ganz klar sagen, dass heute moderne Bibliotheken nicht nur eine klassische Bücherausleihe sind. Das ist auch schon angeklungen. Sondern es sind Orte auch der Begegnung, des Austausches, des Lernens. Und da gibt es ja schöne Beispiele, gerade in skandinavischen Ländern, die Bibliothek in Helsinki kennt. Es gibt aber auch viele andere Beispiele, wo das sehr gelungen ist, mit moderner Architektur auch entsprechende Angebote zu schaffen. Das kann natürlich auch bei Neubauten auf kommunaler Ebene der Fall sein. Im Kleinen, das was am Plücherplatz, im Großen entstehen soll, das auch nochmal im Kleinen an einzelnen Stellen in den Bezirken. Ich bin ein großer Freude auch von zentralen und Mittelpunktbibliotheken in den jeweiligen Bezirken, weil die einfach mehr Angebote haben, länger auf sind und natürlich auch das leisten können, was wir heute von modernen Bildungseinrichtungen, die hier Bibliotheken auch sind, erwarten können. Die Zeiten, wo wir Ortsteilbibliotheken haben, die Dienstagnachmittags und Freitagvormittag geöffnet haben, die sind, glaube ich, vorbei. Die Leute erwarten heute größere Angebote, mehr Medienbestände, aber auch ein Café und ähnliches. Und das eben auch wenigstens Montag bis Samstag geöffnet ist, irgendwie von 10 bis 18 Uhr oder abends auch noch länger. Am Sonntag auch mal Kulturangebote stattfinden. Wenn wir das schaffen und da die Rahmenbedingungen festlegen, dann wird die FDP am Ende auch bei dem Gesetz dabei sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen auf Drucksache 190740 empfiehlt der Fachausschuss einstimmig bei Enthaltung der AfD-Fraktion und der Fraktion der FDP die Annahme. Wer den Antrag gemäß der Beschlussempfehlung auf Drucksache 190812 annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die CDU-Fraktion, Gegenstimmen, Enthaltungen bei Enthaltung der FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag angenommen. Die Tagesordnungspunkte 29 bis 36 stehen auf der Konsensliste. Ich rufe auch Tagesordnungspunkt 37. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache 190816. Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Die Fraktion Bündnis 90 die Grünen beantragt die Überweisung der vierten Verordnung zur Änderung der Berliner Juristenausbildung an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung und Antidiskriminierung. Die Fraktion der CDU beantragt die Überweisung der Verordnung über die angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals der Berliner Stadtreinigungsbetriebe und der Berliner Wasserbetriebe für das Jahr 2023 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Die Fraktion der FDP beantragt die Überweisung dieser Verordnung an den Hauptausschuss. Dementsprechend wird verfahren. Im Übrigen hat das Haus von den vorgelegten Rechtsverordnungen hiermit Kenntnis genommen. Ich rufe auch Tagesordnungspunkt 38, Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 190673. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes Berlin auf mindestens Bundesbesoldungsniveau anheben. In der Beratung beginnt die AfD-Fraktion und hier der Abgeordnete Brusek. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, denn ich fühlte mich jahrzehntelang unterbezahlt. Und ich lade Sie ein, einen gordischen Knoten zu durchschlagen. Als Alexander der Große 333 vor Christus in Gordion diesen Knoten durchschlug, wurde ihm gesagt, er würde Herr von Asien werden. Und wenn es uns gelingt, den Knoten zu durchschlagen, werden wir Herren der Besoldungsgerechtigkeit. Und das ist auch keine kleine Sache. Wir müssen mal überlegen, warum diese Besoldung, die A-Besoldung auf jeden Fall angehoben werden sollte. Wer nämlich hält den Kopf hin, wenn zum Beispiel Silvester, eine Art Bürgerkrieg auf unseren Straßen regiert, der die Folge misslungener Einwanderungspolitik ist. Das sind die Polizeibeamten A5 bis A9, A10. Das sind die Feuerwehrbeamten. Das sind diese Leute, welche zum Beispiel, wenn sie im Einsatz sind, deutlich weniger verdienen als die gleichzeitig im Einsatz befindlichen Bundespolizisten. Das kann doch gar nicht sein. Alle kriegen sie, was weiß ich, Feuerwerkskörper ab oder Steine und die einen kriegen mehrere hundert Euro mehr. Das kann gewiss nicht richtig sein. Die Entwicklung, die sich ergeben hat, ist Folge des Föderalismus. 2006 wurde die Besoldung abgekoppelt. Das führte zu einem Unterbietungswettbewerb der Bundesländer und ein Bundesland, das es immer besonders billig haben wollte. Gerade unter Wurferei war das Land Berlin. So kam es zu einem Auseinanderklaffen von Bund und Land und der Länder untereinander. Es gibt ja auch anständige Länder wie Bayern, die gut zahlen. Aber das Land Berlin hat immer besonders schlecht gezahlt, weil, tausendmal zitiert, aber richtig ist es nie, arm aber sexy. Arm zu sein ist nie sexy. Und das ist insbesondere nicht bei der A-Besoldung der Fall. Ich argumentiere äußerst ungern rechtlich, aber ich möchte trotzdem betonen, dass Artikel 33 Absatz 5, heute schon zitiert von meinem wenig geschätzten Kollegen Schlüsselburg. 33 Absatz 5 spricht von den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums der Alimentation. Und diese Alimentation, meine Damen und Herren, hat ihre Ursprünge übrigens im alten deutschen Lehnsrecht. Der Lehnsherr gibt Versorgung und Achtung und der Dienstmann gibt Arbeit und Treue. Dieser Grundsatz wurde aber gebrochen, da die Beamten eben nicht geachtet wurden. Beamte spüren den Respekt durch eine angemessene Bezahlung. Durch eine angemessene Bezahlung, die sie aber nicht bekommen haben, zumindestens nicht in den Besoldungsgruppen A5 bis A10 bei drei Kinder und verheiratet. Dort wird gerade mal so das Abstandsgebot von 15 Prozent, das Abstandsgebot des Bundesverfassungsgerichts zur Erbesoldung eingehalten. Wenn man sich nun einmal die offiziellen Begründungen, die wir so bekommen, durchliest, dann merkt man, dass das immer ganz anders berechnet wird. Aber diese Berechnungen sind für andere Fälle runtergemendelt, damit das zum Beispiel ein 30-jähriger Unverheirateter ist, der aber A7 bekommt. Diese Leute aber, die bekommen, die ich genannt habe, bekommen dieses Geld gerade nicht. Und es wäre doch das Einfachste einfach zu sagen, gut, wir passen das an. Unser Finanzsenator, der Herr Wesener, hat im Ausschuss in seiner ganzen Weisheit gesagt, naja, wir wollen ja mal das Bundesverfassungsgericht abwarten. Erst dann können wir Entscheidungen treffen. Das ist Unfug. Wenn wir das beseitigen, dann ist eine Hauptsacherledigung und das Verfassungsgericht freut sich, dass es keine Entscheidung treffen muss, weil wir wissen, was rauskommt. Bei der Erbesoldung wurde jahrelang geklagt, jahrelang flüchteten die Leute in Widersprüche und dieses Land berief sich nachher sogar auf Verjährung, was ein ordentlicher Kaufmann nie macht. Verjährung gegenüber den Leuten, die keinen Widerspruch eingelegt hatten. Soll das jetzt wiederholt werden? Ist das Respekt gegenüber den Beamten? Nein, lassen Sie uns den ganzen Klumpat wegwischen und die A-Besoldung als ersten Schritt der Bundesbesoldung anpassen und die Beamten und Amtinnen werden es Ihnen danken. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion gibt es keine Anmeldung. Es folgt der Kollege Goyny für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um nochmal zum sachlichen Thema hier zurückzukehren, ich glaube, das haben auch die Beamten des Landes Berlins verdient, muss man einfach mal festhalten, dass seit Mitte der 90er Jahre, seit der 50-prozentige Bundeszuschuss für den Berliner Landeshaushalt damals von der Bundesregierung gestrichen wurde, bis 2012 die Beamten des Landes Berlins ein Sonderopfer gebracht haben bei ihrer Bezahlung. Und die CDU-Fraktion hat das immer anerkannt und hat sich auch dafür bei den Beschäftigten, insbesondere bei den Beamten, bedankt. Ab 2012, als wir in die Regierung kamen, hatten wir dann auch mit den Sozialdemokraten verabredet, dass es nicht nur mehr keinen weiteren Stellenabbau gibt im Land Berlin. Wir erinnern uns dran, unter Bouvereit und Sarrazin hieß es noch, wir brauchen 100.000 Beschäftigte im Land Berlin, sondern wir haben auch angefangen, die Besoldung zu erhöhen. In der Summe in dieser Wahlperiode waren das 12,5 Prozent, die damals draufgelegt worden waren. Wir waren uns damals mit den Sozialdemokraten auch relativ schnell einig, dass wir hier einen Weg finden müssen und einen Maßstab finden müssen. Dieser Maßstab hieß in dieser Wahlperiode, wir wollen den Schnitt der Landesbesoldung in Deutschland erreichen. Das ist dann in der letzten Wahlperiode auch erreicht worden. Und wir haben aber dann, weil die Diskussion weiterging, festgestellt, dass das in der Tat nicht ausreicht. Und deswegen haben wir bereits zu Beginn der letzten Wahlperiode gefordert, in Berlin die Bundesbesoldung zum Maßstab zu nehmen und hatten in den Haushaltsberatungen damals in einem vierjährigen Anpassungsprozess vorgeschlagen, diese Bundesbesoldung im Land Berlin zu erreichen. Dem ist damals die rot-rot-grüne Koalition nicht gefolgt. Und deswegen haben wir heute noch dieses Defizit, was dazu führt, dass der Bund besser bezahlt, dass mehrere Bundesländer besser bezahlen und dass wir deshalb natürlich auch einen Wettbewerbsnachteil haben zur Gewinnung von Fachkräften im Land Berlin. Und hinzu kommt in der Tat erschwerend, dass Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig sind, die die Verfassungsgemäßheit der Landesbesoldung infrage stellen. Und wir haben in der Vergangenheit wiederholt auch den Senat aufgefordert, hier tätig zu werden, damit dieser Missstand ausgeglichen wird. Bisher muss man in der Tat sagen, auch in dieser Wahlperiode gab es keine Bemühungen, dieses Defizit abzubauen. Und das ist etwas, was wir nachhaltig kritisieren und wo wir nach wie vor fordern, dass man einen entsprechenden Anpassungsprozess in Berlin für die Beamtenbesoldung, auch die Bundesbesoldung zum Maßstab nimmt. Und das, was die AfD hier vorschlägt, das kann man ja bestenfalls sagen, also Sie haben ja Jahre offensichtlich der politischen Debatte bei dem Thema verschlafen und versuchen jetzt kurz vor der Wiederholungswahl hier noch bei dem Thema zu punkten. Und da muss man einfach nur sagen, zehn Prozent weniger AfD, zehn Prozent mehr CDU. Und wir haben eine vernünftige Regierung, die das auch umsetzt in dieser Stadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Der nächste angemeldete Redebeitrag ist für die FDP-Fraktion der Kollege Rogat. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass wir, wenn wir über das Thema Besoldung sprechen, dass wir da eine Sache festhalten müssen. Herr Goini hat es ja gerade ausgeführt, dass die Beamtinnen und Beamten ein Recht darauf haben, dass es endlich eine konkurrenzfähige und vor allem verfassungskonforme Besoldung gibt. Das sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig und hier muss auch gehandelt werden. Was allerdings nicht geht und das ist in diesem Antrag, den wir jetzt ja hier vorliegen haben, etwas zu machen, nämlich hier so eine Rolle rückwärts, nämlich in der Debatte, wie es Herr Goini ja gerade auch ausgeführt hat, sondern aber auch in der parlamentarischen Arbeit im Ausschuss, wo wir eben genau Personal- und Verwaltungsfragen besprechen. Herr Busek, Sie waren bei den Haushaltsdebatten nicht einmal anwesend. Sie haben nicht einmal mit abgestimmt und dass Sie sich jetzt hier hinstellen und etwas einfordern, wobei Sie nicht mal die Ausschussarbeit mitmachen, das halte ich für eine absolute Frechheit. Und dann ist es auch noch unprofessionell. Wenn Sie schreiben, die Besoldung auf mindestens anzuheben, dann frage ich mich doch schon, was das eigentlich für ein Wahlkampfklamauk ist, den Sie hier veranstalten. Denn wie das am Ende dann aussehen soll, das blieben Sie uns auch gerade eben schuldig. Insofern ist das schon mal etwas, was man definitiv zurückweisen muss und auch mal sagen muss, die AfD arbeitet in diesem Bereich einfach gar nicht mit. Und einen letzten Punkt möchte ich auch noch machen, denn immer nur über die Bezahlung irgendwie etwas regeln zu wollen, halte ich am Ende ist, auf der einen Seite kann man das immer machen und muss auch immer mit diskutiert werden. Ich habe es eingangs gesagt, aber wir wollen doch eigentlich, dass unsere Verwaltung ein attraktiver Arbeitgeber wird. Ein Arbeitgeber, wo sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Beamten, die hier wichtige Arbeit machen, aber auch die Tarifangestellten wohlfühlen. Dass ihre Arbeit gewertschätzt wird, dass sie ein Arbeitsumfeld finden, in dem man eben keine Angst haben muss, in dem man freisprechen kann, in dem man seine Arbeit fortführen kann. Und das ist doch am Ende ein Schlüssel, wie wir am Ende dazu überkommen können, dass wir dafür auch Sorge tragen, dass wir junge Leute auch wieder dazu motivieren, in die Verwaltung einzusteigen. Es muss immer ein Dreiklang sein aus guter Bezahlung, guten Arbeitsplätzen und auch Verantwortung für das eigene Handeln. All das ist in dem Antrag nicht enthalten. Insofern vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und für die Linksfraktion hat die Kollegin Klein das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte meine Damen und Herren, in Absprache mit der Koalition rede ich jetzt für uns drei. In ihrer Antragsbegründung schreibt die AfD, Ziel des Antrags ist es, eine verfassungsgemäße Alimentation der Landesbeamtinnen und Beamten sicherzustellen. Nun, dieses Ziel haben wir bereits seit 2016 in der Umsetzung und spätestens mit dem 1. Januar 2021 geschafft und die Parameter des Bundesverfassungsgerichts erfüllt. Zur Erinnerung. In den vergangenen Jahren haben wir bei der Übernahme der Tarifabschlüsse in den Beamtenbereich jedes Jahr mehr als ein Prozent draufgeschlagen und den Termin der Umsetzung Schritt für Schritt bis in den Januar vorgezogen, um am Ende der Wahlperiode zumindest den Durchschnitt der anderen Länder zu erreichen. Das ist gelungen. Berlin war in 2016 tatsächlich Schlusslicht der Beamtenbesoldung und belegte im Jahr 2021 den sechsten Platz unter den Ländern. Der Rückstand zur Besoldung im Bund betrug 2016 mehr als zehn Prozent. Im Jahr 2021 waren es nur noch zweieinhalb Prozent. Und Berlin zahlt inzwischen besser als Brandenburg und das alles sogar ohne die Einberechnung der Hauptstadtzulage. Im Zuge dessen haben wir auch beim Familienzuschlag nachgebessert, insbesondere durch die Erhöhung der Beiträge für das erste und zweite Kind in den unteren Besoldungsgruppen A5 bis A8 und für alle ab dem dritten Kind. Und dazu kommt noch die Streichung der A4. Die jetzige Koalition hat sich zur Aufgabe gemacht, da nicht wieder zurückzufallen und mindestens diesen Durchschnitt der Länder zu halten. Und wir werden uns natürlich die Besoldung im Zuge der diesjährigen Tarifverhandlungen zum TVL noch mal genau anschauen und entsprechend die Besoldung anpassen. Und liebe CDU, Herr Goiny, der Personalabbau, der lief noch bis 2016. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. An die Personalabbaukonzepte bis 2060 war damals in der BVV in Lichtenberg und das war wirklich, wirklich schlimm. Und wir als Rot-Rot-Grün haben als erste Maßnahme den Personalabbau gestoppt 2016, Ende 2016 und wieder Personal aufgebaut. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss. Widerspruch hierzu höre ich nicht, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 39 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 40. Antrag der AfD-Fraktion, Drucksache 190730. Tierschutz droht der Zusammenbruch. Tierheim Berlin unbürokratisch bei den Energiekosten unterstützen. Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Antrag heute zu vertagen. Hierzu höre ich keinen Widerspruch, sodass wir so verfahren können. Tagesordnungspunkt 41 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 42. Antrag der Fraktion der FDP-Fraktion, Drucksache 190732. Blaulichtbehördenkitas für Berlin. Die Fraktionen haben vereinbart, auch diesen Antrag heute zu vertagen. Auch hier höre ich keinen Widerspruch, sodass wir so verfahren. Die Tagesordnungspunkte 43 bis 46 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 47 war Priorität der Fraktion der FDP unter der Nummer 4. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 48. Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion Die Linke, Drucksache 190792. Runde von Beschäftigten in Senats- und Bezirksverwaltungen und landeseigenen Unternehmen ermöglichen. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss. Auch hier höre ich keinen Widerspruch, sodass wir so verfahren können. Tagesordnungspunkt 49 war Priorität der Fraktion Die Linke unter der Nummer 4.2. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50. Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 190794. Vorfahrt für die Tangentialverbindung Ost. Weitere Verzögerungen vermeiden. In der Beratung beginnt die Fraktion der FDP und hier der Kollege Ralf Schneider. Bitte schön. So, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Planungen zur TVO sind so alt, dass sie sich bereits im Generalverkehrsplan der Hauptstadt der DDR aus dem Jahr 1969 wiederfinden. 2007 wurde das südliche Teilstück von der Wuhlheide bis zum Adlergestell eröffnet. Der mittlere Abschnitt zwischen Wuhlheide und der Märkischen Allee fehlt. Für diesen Lückenschluss von lediglich sechseinhalb Kilometer gab es schon mehrere Ankündigungen für den Baustart. 2016, 2021, Senator Geisel wird sich erinnern. Die linksgrüne Koalition hatte den Beginn des Planfeststellungsverfahrens, nicht des Baus, sondern nur des Planfeststellungsverfahrens für die Straßen-TVO mit begleitendem Radweg für 2022 angekündigt. Wieder ein gebrochenes Versprechen. Wer soll dieser Koalition noch trauen? Die Jahrzehnte des Stillstands, die vielen gebrochenen Versprechen und immer neue Terminverschiebungen entlarven den dysfunktionalen linksgrünen Senat. Sie haben die Menschen jahrelang enttäuscht und wundern sich, dass die Menschen in dieser Stadt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verlieren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns Freien Demokraten ist das nicht egal. Die FDP hat im Bund mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz den Weg aufgezeigt, wie man große Infrastrukturprojekte schneller voranbringen kann. Einen solchen Mut brauchen wir auch für Berlin. Berlin braucht die Straßen und natürlich auch die Schienen-TVO. Alle sind sich einig. Die Straßen-TVO holt den Verkehr aus den Wohngebieten, reduziert Lärm und verhindert Stau. Die Menschen gewinnen an Lebensqualität und an Lebenszeit, weil sie nicht im Stau stehen. Übrigens, dasselbe gilt für die A100. Wir Freien Demokraten nehmen das Rumgewurste des Senats nicht hin. Deshalb muss das Parlament, Senat und Verwaltung klare Vorgaben machen. Ein weiter so ist keine Option. Dazu zählt auch, dass die Politik frühzeitig Farbe bekennt für eine Regionalbahnverbindung auf dem Südabschnitt der Schienen-TVO im Rahmen des anstehenden Systementscheids. Nur mit einer Regionalbahn lassen sich die tangentialen Verkehrsströme zwischen den wachsenden Berliner Umland und den entstehenden Gewerbegebieten langfristig gut in Griff bekommen. Berlin wächst im Norden, im Osten und im Süden, in den Bezirken und im Umland. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Wachstumsbereiche wie der Zukunftsort Cleantech Marzahn in Marzahn-Hellersdorf, der Wissenschaftsstandort und Technologiestandort Adlershof, der Flughafen BER und natürlich auch viele Bereiche in Lichtenberg. Durch Unternehmen und Dienstleister schaffen die hier Arbeitsplätze, aber auch Wirtschaftsverkehr und Pendlerströme. Eine fertiggestellte Straßen- und Schienen-TVO ist daher notwendiger denn je. Sie wird und kann eine leistungsfähige Infrastruktur für den Berliner Osten sein, um die Pendler und den Wirtschaftsverkehr besser zu leiten. Wir brauchen einen funktionierenden Staat, eine funktionierende Verwaltung, die Wort hält und wichtige Infrastrukturprojekte unserer Stadt nicht länger verschläft, sondern mutig anpackt. Die FDP steht dafür. Wählen wir neu. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Lehmann das Wort. Wie geht denn das? Geht das runter? Geht das weiter runter? Geht das weiter runter? Okay, danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Ich hatte Kollegen Machulik gebeten, dass ich zur TVO reden darf. Vielen Dank dafür. Das Thema nervt mich nämlich schon seit der Wende, wenn nicht sogar davor. Seit Schabowskis unverzüglich jedenfalls. Und unverzüglich muss auch die TVO kommen. Uns nervt das alle bei uns im Osten. Gestern war wieder am RBB die Schlagzeile TVO kommt. Das hören wir nämlich schon zu lange und nichts passiert. TVO heißt ja eigentlich tangentiale Verbindung Ost und nicht totales Versagen Ost. Obwohl die zweite Variante in diesem Fall mit Blick auf die Senatsverkehrsverwaltung auch passend erscheinen mag. Bisher sind aber nur zwei Teilstücke, Herr Ralf Schneider hat es richtig gesagt, seit 1969 fertig geworden. Und über den Teilbau des Mittelstücks reden wir heute. Leider nur reden. Es tut und tat sich wenig. Alle etablierten Parteien, mit Ausnahme der von der Verkehrssenatorin, fordern die sofortige Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und einem schnellstmöglichen Baubeginn. Das würde die Anwohnerinnen und Anwohner von Tresco Allee in Karlshorst bis Chemnitzer und in Biestorf um bis zu 100.000 Durchfahrten pro Tag entlasten. Und die Entlastung des Durchfahrtsverkehrs war auch schon seit 1969 der Plan. Aber das scheint die zuständige Verwaltung ja nicht zu interessieren. Das zeigte sich gerade letzte Woche. Da gab es eine Veranstaltung vom VDGN im Verband der Grundstücksnutzer und seitens der SPD waren Bausenator Geisel und auch Lichtenbergs linken Bürgermeister da. Die beiden SPD-Bürgermeister aus Treptow-Köpenick und aus Marzahn-Hellersdorf waren auch gekommen. Die federführende Verwaltung, du auch. Die federführende Verwaltung aber entsandte lediglich ihre Staatssekretärin und leider nicht die Senatorin, Frau Senatorin. Wir im Osten, wir in den östlichen Außenbezirken, wir brauchen die TVO, um unsere Straßen zu entlasten. Wir haben nun mal auch so viele weite Wege, dass sie erstens mit dem Pkw gemacht werden müssen und nicht mehr mit dem Rad zu erreichen sind und wir können da auch nicht mit dem ÖPNV diagonal fahren. Das trifft auch und gerade auf diese tangentialen Verbindungen zu. Aber das können wahrscheinlich die Radwegpinseler aus Stadtmitte nicht begreifen. Lassen Sie uns fraktionsübergreifend Druck machen und alle Schwierigkeiten beseitigen. Egal, ob die Schwierigkeiten mit der Deutschen Bahn wegen der Nahverkehrstangente bestehen oder der Radweg. Alles kann man parallel bauen, alles kann man auch zur Not ergänzen. Für uns als SPD ist auch besonders wichtig, dass da schon viel Geld reingeflossen ist. Zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger müssen wir die drohende Rückzahlung von mehr als 40 Millionen GRW-Mitteln an den Bund vermeiden und das droht, wenn es weite Verzögerungen gibt. Apropos Wirtschaft, auch dafür, Herr Reifschneider hat es auch gesagt, steht natürlich in Berlin die SPD. Auch für die Wirtschaft ist die TVO dringend nötig. Die TVO wird für das Zubringernetz für ganz Berlin ein bedeutender Beitrag sein. Die TVO lässt sich nicht einfach nur mit Farbe auf die Erde pinseln, aber es geht ja auch nicht um die U2, wo es schon Dritte für Verzögerungen verantwortlich gemacht werden. Nein, es geht hier um die TVO. Tun Sie was für die TVO. Sofort, rasch, ja, rasch. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Friderizzi das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur dem Antrag der FDP-Fraktion für den Bau der TVO sind wir sehr dankbar. Dieses Projekt wollen wir ja auch schon schließlich seit Jahrzehnten. Nein, ich bin auch dem Vorredner, Herrn Lehmann von der SPD-Fraktion, dankbar, dass er einmal klar aufgearbeitet hat, wo es die Probleme in der Verkehrspolitik, in dieser Koalition und vor allen Dingen in der Verbindung zwischen SPD und Grünen gibt. Es ist eben so, bei den großen Fragen der Berliner Verkehrspolitik, sei es die TVO, teilweise aber auch bei der A100, auf jeden Fall beim Weiterbau der U-Bahn, aber auch bei der Komplettierung des Straßenbahnnetzes, wie auch bei der völlig verkompliziert gestalteten S-Bahn-Ausschreibung für das Teilnetz 2 und 3, sehen wir den klaren Riss zwischen SPD und Grünen in der Verkehrspolitik. Und das zeigt sich an dem Thema der TVO ganz, ganz deutlich. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ziller? Sehr gerne. Ja, weil Sie so über Risse zwischen Koalitionspartnerinnen reden, können Sie uns aufklären, wie stark der Riss zwischen der CDU und der SPD in der Legislatur 2011 bis 2016 war, wo ja der Baubeginn schon angekündigt wurde. Genau. Lag das da auch an der SPD oder an dem Riss zwischen Ihnen beiden, dass die TVO damals überhaupt nicht vorangekommen ist? Darauf antworte ich Ihnen sehr gerne, Herr Abgeordneter, weil wir waren zu dem Zeitpunkt, am Ende des Jahres 2016, nachdem die Vorplanungen abgeschlossen sind, genauso weit wie heute. Und Sie haben es geschafft, in sechs Jahren und drei Monaten zu tricksen, zu täuschen und das immer wieder in die Länge zu ziehen. Und wir sind nicht einen einzigen Schritt weiter. Unter Zuhilfenahme des Mobilitätsgesetzes haben Sie nichts geschafft zum Weiterbau der TVO und auch zu anderen Projekten. Und dieses immer wieder zu benennen, ist klar Aufgabe der Opposition. Und wenn sich hier Unterschiede zwischen den Regierungsparteien, die hier noch zwei Wochen regieren, auftun, dann ist es klar, dass die Opposition aus CDU und FDP diese klar benennt. Und auch in diesem Fall ist das so. Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Krestel? Sehr gerne, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die grüne Verkehrsstraßen, Baupolitik, darauf hier ausgerichtet ist, dass die Straßen alle im Nichts enden oder im Nirwana? Herr Abgeordneter, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage. Ja, es ist so, wir haben das beim Thema A100, die wir ja demnächst im Jahr 2024 unter einer neuen Koalition in Berlin eröffnen werden, mit dem 16. Bauabschnitt am Treptower Park, wo diese Koalition federführend durch die grüne Verwaltung für Verkehr das Chaos anstellen wird, weil sie ja nicht weiterbauen will, die A100. Und wir werden dann am Treptower Park jeden Tag 120.000 Fahrzeuge haben, die sich in den Straßenverkehr, in die Wohngebiete ergießen werden, weil eben hier keine Mehrheit in dieser Linkskoalition zum Weiterbau der A100 ist. Und genauso ist es bei der TVO, wo eine Straße endet, im Nirwana, im Nichts, Herr Abgeordneter, Sie haben das richtig beschrieben. Und genauso ist es hier. Hier gehen zehntausende Fahrzeuge durch die Wohngebiete, durch die Industrie- und Gewerbegebiete. Und das ist nicht fortschrittliche Verkehrspolitik im Sinne der wachsenden Stadt Berlin, wo wir alles ausbauen sollten, Radverkehr, aber auch die Straßen und vor allem den öffentlichen Nahverkehr. Also wir sehen hier ganz deutlich sehr schwere und ich sage es ganz deutlich, Risse in dieser Koalition in der Verkehrspolitik. Ein weiteres Thema, Herr Ziller, ich möchte es Ihnen noch zurufen, ist das Thema Friedrichstraße. Sie werden die Medien der letzten Tage gelesen haben, Sie wollen mit Ihrer Senatorin mit Gewalt zwei Wochen vor den Wahlen noch eine wesentliche Strukturentscheidung der Mobilitätspolitik in Berlin mit dieser widerrechtlichen Sperrung dieser Straße vornehmen, diese Straße komplett ruinieren, mit altertümlichen, spermelhaften Sitzmöbel verunzieren und möchten dann diese Straße komplett dicht machen. Ich sage auch, das wird Ihnen nicht gelingen mit Blick auf die nächsten zwei Wochen. Die letzte Erweiterung der TVO, 6,5 Kilometer, ist dringend notwendig und geboten. Wir haben heute einen Antrag vorliegen der Liberalen. Die CDU hat dieses auch immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Dieser Antrag ist genau richtig. Wir wollen auch, wie der Herr Abgeordnete Reifschneider es völlig zu Recht sagte, natürlich auch die Schienen-TVO in einem gemeinsamen Konzept, in einem ganzheitlichen Konzept des Ausbaus einer Verkehrsinfrastrukturen ist dieses ja notwendig. Ich finde, Mut und Entschlossenheit gehört jetzt dazu. Wir wissen, dass diese Koalition dem Wahltermin entgegensiegt. Wir werden in zweieinhalb Wochen eine neue Wahl, wir werden eine Wahl haben und hoffentlich neue Perspektiven, neue Zukunft für diese Stadt in der Mobilitätspolitik, aber auch in anderen Politikbereichen. Das ist dringend nötig in der Erwachsenenstadt, dass das Klein-Klein-Bullabü und wie es sonst wie heißt, das Hochleben von Lastenfahrrädern endlich einen Hinten hat, damit Metropolenpolitik in der Mobilitätspolitik auch endlich wieder den Rückhalt hat in den Regierungsetagen, so wie es schon bereits in der Bevölkerung angekommen ist. Dafür setzen wir uns ein und ich freue mich auf diesen Wahltermin und hoffentlich eine neue Politik und vor allen Dingen in der Mobilitätspolitik für Berlin und alle Berliner. Für die Grünen-Fraktion spricht der Kollege Ziller. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, die TVO begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes politisches Leben. Ich bin da aufgewachsen und kenne tatsächlich die ganzen Debatten und will heute nur die neuere Geschichte ein wenig beleuchten. Und in der Tat ist es nicht so, dass die TVO in der Legislatur 11 bis 16 fertig geplant war und der Baubeginn kurz vor der Tür stand, im Gegenteil. Sie waren damals ja alle beteiligt. Ich habe auf der Website von Ihrem heutigen Generalsekretär Mario Csar ja dazu Bekenntnisse gefunden, Michael Müller, Andreas Geisel, alle waren Sie dabei und Sie haben was Richtiges gemacht. Sie haben damals die Planung gestoppt, weil die Biestdorferinnen und die Menschen aus Lichtenberg, aus Karlshorst gesagt haben, so wie die Straße geplant war, geht es nicht. Es ging um Anbindungsstraßen, es gab Plakate in Biestdorf gegen das, was geplant war, weil man dieses ganze Siedlungsgebiet mit Verkehr kaputt gemacht hätte. Und Sie haben damals zu Recht die Planung gestoppt und mit einem Planungsbeirat auf neue Füße gestellt. Und es war nicht so, dass am Ende der Legislatur alles fertig war, sondern genau, es gab den Prozess mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Weg, auf dem wir jetzt sind. Und den haben Sie damals zu Recht beschritten und da sollten Sie sich durchaus auch mal bekennen. Und man sieht also, es waren viele Leute im Laufe der Zeit, auch Leute, die was von sich halten an diesem Projekt beteiligt. Es scheint also komplex zu sein und insofern ist es immer zu leicht zu sagen, es müsste alles schon fertig sein, aber das haben wir bei vielen Themen. In jedem Fall hat auch der Senat Franziska Giffey sich die TVO vorgenommen. Und siehe da, so weit wie wir heute in den Planungen waren, waren wir noch nie. Einige von uns hatten ja am Montag Gelegenheit, im Innovationspark Wohlheide den Planungsstand der Senatsverwaltung im Detail zu hören. Das Ergebnis war relativ klar und auch unstrittig in der Debatte. Die Planfeststellung ist in diesem Jahr geplant. Bis Juni werden die Unterlagen der Dienstleister vorliegen und dann kann das ganz reguläre Verfahren beginnen. Das Verfahren wandert dann sozusagen von der Verkehrsverwaltung, die die Unterlagen macht, zur Stadtentwicklungsverwaltung, die dann dieses planfeststellungsrechtliche Verfahren macht. Alles ganz regulär, so läuft das im Rechtsstaat. Dass die TVO überhaupt gebaut wird, muss man ehrlicherweise sagen, finden aber auch nicht alle gut. Erst gestern hat mich ein Bürger aus Biestorf angerufen und beklagt, dass in Zeiten des Klimanotstands eine solche überdimensionierte Straße doch hinterfragt werden muss. Ja, Sie lachen, aber es gibt auch Bürgerinnen, die sich um andere Sorgen als nur ums Auto, Auto, Auto Sorgen machen. Denn klar ist, eine Klimastraße ist die TVO nicht. Ob sie am Ende die letzte Neubaustraße ist, die Berlin auf dem Weg in ein klimaneutrales Berlin baut, das werden wir sehen. Der Koalitionsvertrag gibt dazu Hinweise und das, was die Senatsverwaltung vorgestellt hat, auch. Wenn die TVO gebaut wird, dann ist es Bündnis 90 die Grünen zu verdanken, dass die Eingriffe in Natur, aber auch in anliegende Grundstücke auf ein Mindestmaß reduziert wurden. Was ich sicher sagen kann, genau, was ich sicher sagen kann, einen FDP-Antrag braucht die TVO nicht. Herzlichen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Latsch das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, Herr Kollege, nachdem wir vor zwei Wochen hier im Plenum schon über das Thema Verkehr gesprochen haben und auch die TVO, die A100, die A114 und so weiter angesprochen haben, kann ich Ihnen da nur zustimmen, dass Sie das hier anmachen, aber es wird nichts ändern. Nicht so lange auf diesem Stuhl da vorne jemand sitzt, der von der Grünen Partei ist und glauben Sie mal, da ist die Frau Jarasch noch die realistischste von allen. Stellen Sie sich vor, da kommt doch jemand von den anderen da auf diesen Stuhl. Unvorstellbar einfach. Und ist klar, TVO muss selbstverständlich gebaut werden. Schauen wir doch mal, was passiert denn da im Osten dieser Stadt überhaupt? Der wird ja völlig abgehängt. Und von den Parteien hier, den sozialistischen Parteien, links und grün, rot und grün, da wird doch alles dafür getan, dass praktisch Mauerbau mit anderen Mitteln betrieben wird. Im Moment sehen wir das gerade mitten in der City, wo die Straßen total verengt werden. Da haben wir heute schon über die Friedrichstraße gesprochen und die parallel laufenden Straßen, die auch praktisch dem Verkehr nicht mehr zugänglich gemacht werden. Dahin kann der sich nicht mehr ergießen. Es gibt überhaupt keine Ausweichstrecken mehr. Der Brandenburger Tor ist ja schon lange zu. Das heißt, die ganze Verbindung von Ost nach West wird sukzessive zugebaut mit allen Mitteln und da geht es irgendwann nicht mehr weiter. Und das ist ja auch das Ziel. Das haben doch die Grünen völlig klar ausgedrückt. Schon etliche Maler haben die klar gesagt, wir wollen, dass sie ihr Auto abschaffen. Wie lange dauert das denn noch, bis sie das endlich begriffen haben? Die Sache ist doch eindeutig nicht wahr, Frau Jarasch. Sie haben es doch ganz ehrlich gesagt und ihre Vorgängerin, die Frau Günther auch. Und jetzt hat der hervorragende Wahlkämpfer, Herr Federici, hat hier eine flammende Rede gehalten. Er hat gesagt, total glaubwürdig bis dahin, gar keine Frage. Das Problem ist nur, da sitzt ja auch der Herr Wegener, Herr Federici. Das kann sich abschwenken, weil er blinzelt schon die ganze Zeit hier zu Frau Jarasch rüber. Und das ist sein Ziel. Wer schwarz wählt, Herr Federici, ob Sie da nun reinpassen oder nicht, der bekommt Grün. So wird es sein. Und ja, selbstverständlich brauchen wir die TVU-Schiene. Schade, dass das den meisten Menschen gar nichts sagt. Das ist im Prinzip eine Kleinigkeit. Es gibt einen zweiten Schienenring um Berlin und da fehlt nur eine ganz kleine Lücke und die wird seit Jahrzehnten, Jahrzehnten nicht bedient. Jetzt haben Sie Ihren I-2030. Bis heute hat noch niemand darüber nachgedacht, den nur thematisch schon mal vielleicht da in die Nähe zu bringen. Weil wir wissen ja, 30 Jahre Planungszeit für eine Schiene ist ja hier in Berlin überhaupt nichts, ja? So, also sollte man doch wenigstens das thematisch schon mal andenken. Nein, nicht im geringsten wird in diese Richtung gedacht. Also, Herr Kollege Reif Schneider, alles gut und schön. Schön, dass Sie das Gleiche gedacht haben, wie wir vor 14 Tagen. Hilft aber nicht weiter, solange dieser Stuhl da vorne grün besetzt ist. Danke. Und für die Linksfraktion hat der Kollege Ronneburg das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, also zunächst einmal, was für eine Geschichtsklitterung, die hier im Hause betrieben wird von Herrn Fredericium von der CDU-Fraktion. Ich will jetzt noch mal steigern, was Herr Ziller vorhin gesagt hat, dass damals die Trasse noch korrigiert werden musste. Sie haben selber und Ihre Kolleginnen, auch aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf, auch ein heutiger Generalsekretär, noch tränenreich den Bürgern 2016 noch erklärt, ja, jetzt kommt die Ostvariante, aber besser doch lieber diese Variante als keine Variante. Und dann mussten wir das am Ende korrigieren, damit die Menschen dort nicht im Verkehr und Lärm ersticken und diese bürgernahe Variante entwickeln. Wir haben das gemeinsam vorgestellt. Ich war 2018 dabei, im Theater am Park, im Biesdorf, Staatssekretär Jens Holger Kirchner. Damals haben wir es vorgestellt und da gab es interessante Reaktionen, kein Proteststurm, sondern Anerkennung dieses gefundenen Kompromisses, der verschwenkten Variante. Also binden Sie den Leuten nicht diesem Bären auf. Diese Erzählung ist dermaßen unglaubwürdig. Das ist wirklich, nein, jetzt hätte ich gesagt unter Ihrem Niveau, nein, das stimmt gar nicht. Also es reiht sich ein eigentlich in viele Ihrer Reden, die Sie hier halten zur Mobilitätspolitik und da erzählen Sie wirklich die Unwahrheit. So und jetzt möchte ich noch mal etwas sagen zu dem FDP-Antrag, weil den finde ich durchaus auch sehr sympathisch, weil Sie interessanterweise ja auch das Mantra übernehmen. Jetzt darf ich mal kurz auch noch mal etwas Wahlwerbung machen. Das ist ja heute wirklich nur noch eine reine Wahlwerbesendung hier im Abgeordnetenhaus. Wir als Linke in Berlin, in Marzenhellersdorf haben immer mantraartig gesagt, wir brauchen die TVO auf der Straße, auf der Schiene und auf dem Radweg. So haben wir ein vernünftiges Mobilitätskonzept für den Osten, für eine leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung für den Osten zur Entlastung von Marzenhellersdorf, von Tripto-Köpenick, von Lichtenberg und dafür wurden wir lange Zeit belächelt. Ja, Schienen-TVO, Nahverkehrstangente, alles sehr nett, aber wir wollen doch eigentlich die Straßen-TVO. Nein, es muss alles gemeinsam passieren, es muss geplant werden und da haben wir und das kann die FDP auch, da kann sie auch zum Beispiel Danke sagen an Rot-Rot-Grün noch in der vergangenen Wahlperiode. Wir haben überhaupt erst mal jetzt diese Trassierungsstudie für die Nahverkehrstangente auf den Weg gebracht. Das haben Sie uns zu verdanken. Vorher gab es dazu eigentlich nichts, die Verwaltung war blank. Also insofern können Sie uns auch Danke sagen, dass wir diese Schienen-TVO von Anfang an in dieser Koalition so ernsthaft angehen, meine Damen und Herren. Ja, angenommen. Und dann möchte ich aber dazu noch einmal sagen, wäre es ja noch viel besser, wenn wir auch konsequent sagen würden, diese, diesen südlichen Abschnitt auch in I-2030 aufzunehmen. Das sagen wir auch mantraartig. Wir haben den nördlichen Abschnitt, warum nehmen wir nicht den südlichen Abschnitt auch mit den I-2030 auf? Dazu gibt es leider noch kein gemeinsames Bekenntnis dieser Koalition. Wir arbeiten weiter dran. Unser Wille ist es, das Projekt auch insgesamt in I-2030 gesamthaft anzugehen. Und insofern möchte ich nochmal enden mit dem Satz, die Senatsverwaltung hat uns bei diesem Treffen, an dem ich auch teilgenommen hatte, zusammen mit dem VDGN versichert. Die Planunterlagen werden im dritten Quartal an die Planfeststellungsbehörde übergeben. Und dann kann das Planfeststellungsverfahren beginnen. Das sind jetzt die Aussagen. Insofern sind wir da, denke ich, auch auf einem guten Weg. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Mobilität. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 51 steht auf der Konsensliste. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 52, den Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen und der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 799. Arbeitsplätze und energiewirtschaftliches Know-how der Mitarbeiterinnen bei Vattenfall, Wärme und Garsack im Falle einer Rekommunalisierung für Berlin erhalten. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 die Grünen und hier der Abgeordnete Dr. Taschner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für einen erfolgreichen Klimaschutz in Berlin müssen wir die Energiewende voranbringen, denn sie ist einer der größten ökosozialen Zukunftsfragen dieser Stadt. Dadurch lösen wir uns nicht von der Abhängigkeit, lösen wir uns einerseits von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, sondern halten auch die Heiznebenkostenrechnungen bezahlbar und leisten zudem auch noch einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität Berlins. Dabei setzen wir Grünen auf einen Mix verschiedener erneuerbarer Heizungsarten, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Solarthermie, Nahwärmenetze, Abwärme, aber eben auch die Fernwärme. Jede Technik eben am richtigen Ort. Und mit einer Wärmeplanung sorgen wir zudem für einen raschen und planbaren Aus- und Umbau unserer Wärmeversorgung. Damit uns das gelingt, wollen wir Grüne in den nächsten drei Jahren zudem zwei Milliarden Euro investieren. Ein wichtiger Baustein in unserer Wärmeversorgung wird auf alle Fälle die Fernwärme bleiben. Hier gilt es, die Fernwärme fit zu machen für die Wärmewende. Das heißt, wir müssen sie weiterentwickeln, insbesondere bezüglich der Minimierung von Wärmeverlusten, der Wärmerückgewinnung oder einer effizienten Verteilung durch innovative Netze, zum Beispiel in Form von Temperatursenkungen in Teilnetzen. Die größte Herausforderung ist jedoch die Dekarbonisierung der Fernwärme. Dazu wollen wir die Abwärmenutzung zum Beispiel aus Gewerbe und Industrie, der Umwandlung von Strom hin zu Wasserstoff- oder Rechenzentren nutzen. Aber auch die Tiefengeothermie kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. Um diese Herausforderungen im Sinne des Klimaschutzes bestmöglich zu meistern, sind wir Grüne davon überzeugt, dass wir als Land Berlin die Umsetzung selber gestalten sollten. Eine Rekriminalisierung der Fernwärme ist deswegen für uns ein wichtiger Schritt, um die Wärmewende in Berlin voranzubringen. Um dies dann auch erfolgreich gestalten zu können, sind wir aber unter anderem auch auf das energiewirtschaftliche Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Vattenfall-Wärme angewiesen. Deswegen wollen wir im Falle einer Rekriminalisierung, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewahrt bleiben und die Arbeitsverhältnisse zu unveränderten Bedingungen unter Wahrung des gesamten Besitzstandes fortgeführt werden. Als Blaupause dient uns dabei das erfolgreiche Vorgehen bei der Rekriminalisierung des Berliner Stromnetzes, wo wir schon Ähnliches bereits erfolgreich umgesetzt haben. Sollte es zudem auch möglich sein, dass wir bei der GASAG einsteigen und dies zudem unseren energie- und klimapolitischen Zielen dienlich sein, gilt dies natürlich für die Beschäftigten der GASAG ganz analog. Denn nur gemeinsam mit den Fachkräften aus beiden Unternehmen werden wir den Umbau der Berliner Wärmeversorgung hin zu einer klimaneutralen meistern. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Greff das Wort. Okay, offensichtlich übernimmt das der Kollege Stettner. Bitte sehr. Ich bin der neue Greff. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzliche Grüße von Christian Greff, den ich gerne versuche zu ersetzen für den Moment. Herr Dr. Taschener, wir sind generell keine besonderen Freunde der Rekriminalisierung und wir glauben auch nicht, dass es notwendig ist, dass es selbstzweck notwendig ist, dies zu tun. Ich stimme Ihnen aber zu, die CDU-Fraktion stimmt Ihnen zu, dass wir Milliarden werden in unsere Netze investieren müssen, wenn wir die Anforderungen der Zukunft meistern wollen, wenn wir klimaneutraler werden wollen, wenn wir die von Ihnen beschriebenen Techniken einsetzen wollen, haben wir nicht nur die Aufgabenstellung im Stromnetz. Das ist jetzt hier nicht das Thema, denn hier reden wir vom Wärmenetz. Müssen wir Milliarden investieren, brauchen dafür sowohl bei der Mitarbeiterschaft selbstverständlich als aber auch im Gesellschafterkreis privates Know-how. Das erscheint uns ein Schritt zu früh zu sein, jetzt festzulegen, dass wir über die Arbeitnehmerschaft sprechen bei einer eventuellen Rekriminalisierung. Hier werden offenbar Verhandlungen geführt. Wir sind da nicht eingebunden. Wir hören, die Stimmung ist gut. Wir hören, der Eigentümer möchte verkaufen. Also wird das ein Thema werden hier für das Hohe Haus. Dem werden wir uns in keiner Art und Weise versperren. Allerdings ist es bei jeder Übernahme, bei jeder Firmenübernahme eine Selbstverständlichkeit, dass man das Know-how der Arbeitnehmerschaft erhält und natürlich einbindet. Dass man dafür die Kondition, das, was die Menschen verdienen, nicht verschlechtert, dürfte eine Selbstverständlichkeit sein. Das können wir dann im Ausschuss genauer beraten, wenn wir auch die Details dieses eventuellen Deals überhaupt kennen, was wir momentan noch nicht tun. Wenn wir darüber Erkenntnis haben, was es nun kosten wird, wenn wir zum Beispiel das Gasnetz für Wasserstoff fit machen. Wir haben keine Vorstellung, wie viele Milliarden wir in die Hand nehmen werden müssen. Wir wissen aber, wir brauchen in jedem Fall das private Know-how auch dabei. Eine komplette Übernahme erscheint uns aus heutiger Sicht nicht sinnvoll zu sein. Wir denken auch, die Verhandlungen führen nicht in diese Richtung, sondern es geht hier um einen Teilerwerb. Das heißt, wir müssen darüber reden, welche privaten Eigentümer bleiben denn an Bord, mit welchem privaten Know-how bleiben sie an Bord. Und dann müssen wir entschlossen diskutieren, wie wir diesen Weg hin zu einer Vorreiterrolle, einer energetischen Sanierung unserer Netze insgesamt stemmen können. Und das werden wir hoffentlich im Ausschuss dann hoffentlich an einer besseren Datenbasis tun, als wir sie jetzt haben. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Ströter das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und auch sehr geehrte Betriebsräte. Die Koalition legt heute einen Antrag vor, in dem wir uns dafür aussprechen, dass bei der anstehenden Rekommunisierung der Vattenfallwärme und Gasack die Arbeitsplätze und das energiewirtschaftliche Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Berlin erhalten bleiben. Mit der Rekommunisierung des Gas- und Wärmenetzes wollen wir die Energiewende schnell voranbringen. Und ja, diese Koalition will das. Wenn wir die Chance haben, Anteil zu erwerben, werden wir das tun und sind davon auch überzeugt. Nach der erfolgreichen Übernahme des Stromnetzes in der letzten Legislaturperiode ist es nun an der Zeit, auch die Anteile für Gas- und Wärmenetz in kommunaler Hand zu überführen. Deshalb soll das Land Berlin die Vattenfallwärme und Anteil an der Gasack zugunsten des Wirtschafts- und Energiestandorts Berlin erwerben und zugleich auch den Erhalt aller Arbeitsplätze sicher. Mit dem Rückauf der Energieunternehmen kann Berlin seiner gesellschaftlichen Verantwortung für die Energiewende und für den Klimaschutz besser gerecht werden. Wir wollen mehr Einfluss auf die Wärme- und Energieversorgung, um unsere zahlreichen und weitergehenden Ziele für die Energiewende und den Klimaschutz aktiv umsetzen zu können und Berlin zu einem Leuchttungsstandort der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes zu entwickeln und Berlin so schnell wie möglich klimaneutral auszurichten. Und ja, auch das ist eine Entscheidung für den 12. Februar. Das unterscheidet diese Koalition von der Opposition. Für die S. Für die SPD ist neben einer möglichen vollständigen Regionalisierung des Gas- und Wärmenetzes auch vorstellbar, einem ersten Schritt die großen energie- und klimapolitischen Herausforderungen gemeinsam mit industriellen Partnern zu bewältigen. Deshalb können wir uns auch vorstellen, zunächst eine Unternehmensbeteiligung des Landes Berlins für mindestens einer Mehrheit an der Fernwärme und der Gasack zu erwerben. Wir wollen die energiewirtschaftlichen Ziele des neuen Netzbetriebs strategisch auf die Energie- und Klimaziele des Landes Berlins ausrichten. Mit der öffentlichen Beteiligung wollen wir das Abfließen von Monopolgewinn an private Unternehmen beenden und die erwirtschafteten Mitte in den Berlinern und Berlinern und der Energiewende zukommen zu lassen. Das geht aber alles nur, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord sind und bleiben. Wir wollen einen intrigierten Netzbetrieb und wollen damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt entsprechend gründen. Und dafür ist eben die Voraussetzung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Expertise am Standort erhalten bleiben. Wir brauchen ihr Know-how und das wollen wir heute deutlich zum Ausdruck bringen. Und weil das so ist, legen wir Ihnen diesen Antrag vor, weil wir meinen, dass jetzt, schon während die Verhandlungen laufen, diese klare Botschaft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt werden sollte. Und eigentlich würde ich es sehr gut finden, wenn alle Fraktionen im Parlament, nachher im Ausschuss und auch im Plenum bei der zweiten Abstimmung über diesen Antrag zustimmen. Und dass wir den Mitarbeitern und Mitarbeitern zeigen, wir schätzen ihre Arbeit, wir schätzen, dass sie einen guten Job dort machen und wir wollen sie für das Land Berlin erhalten. Bitte unterstützen Sie diesen Antrag. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat der Kollege Hansel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ströter, man kann auch den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Sie sollten vielleicht mal erst rekommunalisieren und dann das Thema ansprechen. Aber fangen wir mal anders an. Zu länger versucht der Senat, das Berliner Gasnetz zu kommunalisieren bzw. zu verstaatlichen. Die Folge war ein jahrelanger Rechtsstreit. Lassen wir das nochmal Revue passieren. Bei der Neuvergabe der Gaskonzession hatte das Land Berlin im Jahr 2014 versucht, den Zuschlag an einen Landesbetrieb zu vergeben, obwohl die GASAG am besten dazu geeignet war, über das Berliner Gasnetz zu betreiben. Schon im Dezember 2014 verurteilte das Landgericht Berlin den Senat dazu, den rechtswidrigen Abschluss mit dem Landesbetrieb zu unterlassen. Haben Sie das vergessen? Das Kammergericht bestätigte diese Entscheidung im April 2019. Im März 2021 schließlich urteilte der Bundesgerichtshof in einem historischen Urteil und mit einer bitteren Niederlage des Senats auf ganzer Linie, dass die Gaskonzession an die GASAG zu vergeben ist. Offenbar dachte der Senat, dass er die GASAG für ein sehr kleines Geld bekommen könnte, wenn das Unternehmen keine Gaskonzession mehr hat. Diese Strategie ist krachend gescheitert und vom Bundesgerichtshof beendet worden. Nun will der Senat die GASAG übernehmen und die Vattenfallwärme gleich mit dazu kaufen. Die Kosten belaufen sich auf viele Milliarden Euro Geld, das Berlin nicht hat und an anderer Stelle fehlt. Für den Fall einer Rekommunisierung würden Gewinne der GASAG auch nicht dem Berliner Landeshaushalt zur Verfügung stehen, sondern für einen sehr langen Zeitraum zur Refinanzierung des Kaufpreises gebunden bleiben. Herr Senator für Finanzen, das ist doch so. Es gibt keinen energiepolitischen Grund, weshalb man das GASAG als Land Berlin übernehmen müsste. Es gibt ebenfalls keinen vernünftigen Grund, weshalb man nicht mit den Energieunternehmen E.ON, Vattenfall und Engie zusammenarbeiten könnte, außer vielleicht dem Glauben, dass das Land Berlins angeblich besser könnte. Meine Damen und Herren, man hat jetzt viele Jahre lang die Mitarbeiter dieser Firmen überhaupt nicht ernst genommen. Der Konzernbetriebsrat stellte schon vor Jahren fest, als es um die juristische Auseinandersetzung und die Vergabe der Gaskonzession ging. Ich zitiere mit ihrer Erlaubnis, wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GASAG, wollen nicht der Spielball der energiepolitischen Auseinandersetzung der Parteien des Berliner Abgeordnetenhauses sein. Und jetzt, zwei Wochen vor einer Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus, stellen die Linksfraktionen einen Antrag, die Arbeitsplätze bei Vattenfall, Wärme und GASAG sollten auch im Falle der Verstaatlichung gesichert werden. Wie gesagt, sie machen den zweiten vor dem ersten Schritt. Das kann niemand wirklich ernst nehmen, auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Stattdessen nötig wäre ein Überdenken der milliardenschweren Übernahmen selbst. Schönen guten Abend. Für die Linksfraktion hat der Kollege Dr. King das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeiten, in denen man es für normal oder sogar für gut hielt, dass zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge dem Profitstreben privater Unternehmen überlassen werden, diese Zeiten sind nun mal, finden Sie sich damit ab, vorbei. Und zwar unwiederbringlich. Gerade die Liberalisierung des Energiemarktes war wirklich ein fataler Fehler, der uns, das haben wir doch jetzt im letzten Jahr gesehen und tausendmal diskutiert, teuer zu stehen kommt, mit vielen Risiken verbunden. Und deshalb ist es richtig, diesen falschen Pfad endlich zu verlassen und die Energieversorgung wieder unter die Kontrolle der öffentlichen Hand zu bekommen. Entscheidungen, die die Energieversorgung in Berlin betreffen, sollen künftig eben nicht in Schweden, in Frankreich oder in Nordrhein-Westfalen getroffen werden, sondern hier in Berlin durch die Berliner Bürger und ihre demokratisch gewählten Repräsentanten. Und auch wenn Sie das vielleicht nicht wahrhaben wollen, ich sage Ihnen, die Berliner sehen das genauso. Sie haben Ihre Erfahrung gemacht mit drei Jahrzehnten Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik. Die Leute haben genug davon. Sie erwarten, dass wir die Fehler einsehen und jetzt die notwendigen Korrekturen vornehmen. Und genau das haben wir vor und wollen und müssen die Gelegenheit, die sich nun bei Vattenfall bietet, nutzen. Ich bin dem Senat dankbar, dass er die Sache jetzt beherzt angeht und sich das Land an dem Bieterverfahren der Fernwärme beteiligt. Ich sage allerdings dazu, die Linke strebt bekanntermaßen eine vollständige Kommunalisierung von Gas und Fernwärme an. Die Energieversorgung muss für die Kunden und nach den energie- und klimapolitischen Zielen des Landes gestaltet werden und nicht nach Renditeinteressen. Übrigens, weil Sie die Mitarbeiter ansprechen. Wir wissen die Gewerkschaften an unserer Seite. Und natürlich haben wir einen, ich würde mal vermuten, wesentlich engeren Draht in die Mitarbeiterschaft der betroffenen Unternehmen als Sie. Das kann ich Ihnen garantieren. Und natürlich gibt es ja auch die positiven Erfahrungen nach der erfolgreichen Rekommunalisierung des Stromnetzes samt dem gesicherten Übergang der Beschäftigten. Und deswegen unterstützen die Gewerkschaften diesen Schritt, den wir hier gehen wollen. Und wir brauchen ja auch Ihre Erfahrung wiederum. Das wurde zu Recht gesagt. Das Wissen, das Know-how der Leute, das ist die wichtigste Voraussetzung, nicht nur für eine zuverlässige Wärme- und Gasversorgung, sondern auch für eine gelingende Energiewende. Und deshalb ist es notwendig, dass wir jetzt alles dafür tun, die Mitarbeiter zu halten. Und es ist ganz wichtig, jetzt auch schnell Klarheit für die Mitarbeiter zu schaffen, von wegen erster und zweiter Schritt. Das ist ganz essentiell für die Belegschaften, dass sie wissen, was auf sie zukommt. Wir fordern den Senat deshalb in dem Antrag auf, zu einer Selbstverpflichtung, dass die Interessen der Beschäftigten bei einer Rekommunalisierung vollumfänglich gewahrt werden. Und es sollte doch selbstverständlich sein, dass diese Selbstverpflichtung auch für die vielen Beschäftigten in den ausgelagerten Servicegesellschaften gelten. Das heißt, alle Arbeitsverhältnisse sollen zu unveränderten Bedingungen bestehen bleiben, der volle Besitzstand gewahrt, die Energietarifvertragswerke weiterhin angewandt werden. Denn wir wollen gute Arbeit und wir wollen Beschäftigungssicherung. Ich hoffe, wir sind uns darin einig. Vielen Dank. Kollege Wolf möchte, dass die Senatsverwaltung anwesend ist. Die Senatsverwaltung, der Senator selber ist entschuldigt. Der Staatssekretär vertritt grundsätzlich. Also der Staatssekretär wird kommen. Ich will trotzdem darauf hinweisen, dass der Senat vertreten ist. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass ein Staatssekretär teilnimmt, wenn ein Senator hier entschuldigt ist. Dann können wir ja beginnen. Vielen Dank. Herr Wiel ist im Anmarsch. Vielen Dank. Ist ja immer ein Antrag, den die Koalitionsfraktionen an ihren Senat richten. Er kommt schon. Er kommt schon. Ich habe ihn schon gesehen. So, Herr Kollege, Sie müssten dann anfangen. Es gibt keinen Anspruch darauf, einen Staatssekretär ins Plenum zu zitieren. Wir als FDP-Fraktion halten es für eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitnehmer eines vom Land Berlin gekauften Unternehmens zu schützen. Und daher stimmen wir auch dem Ansinnen grundsätzlich zu. Es ist im Übrigen auch gesetzlich geboten und deshalb eine Selbstverständlichkeit. Und daher frage ich mich, warum dieser Antrag gestellt wird. Denn über eine Selbstverständlichkeit muss man eigentlich nicht mehr verhandeln. Oder diese Koalition traut ihrem eigenen Senat nicht über den Weg und hier nach Geldern, um Recht zu handeln. Wir sind grundsätzlich der Ansicht, dass die im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegten Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang den Arbeitnehmern eine starke Position bei Betriebsübergabe geben und auch die arbeits- und tarifvertraglichen Bedingungen eingehalten werden. Aber Ihr Antrag gibt mir nochmal die Gelegenheit, über die in Aussicht gestellte Rekommunalisierung zu sprechen. Und es kann Sie kaum überraschen, dass wir als FDP-Fraktion eine Rekommunalisierung oder Verstaatlichung der Energienetze ablehnen. Das überrascht nicht. Das überrascht nicht. Denn sie verbessert weder die Versorgung, noch sorgt sie für ein günstigeres Angebot, noch bringt sie den Umbau der Energiewirtschaft voran. Außerdem steht ja jetzt schon fest, dass die horrenden Summen, die dafür ausgegeben werden, im Haushalt gar nicht vorhanden sind. Und die Versprechen, die damit verbunden sind, die Sie hier kommuniziert haben, werden auch nicht eingehalten werden. Nehmen wir mal die Verstaatlichung des Berliner Stromnetzes, den Sie als Auftakt der Modernisierung der Berliner Energieinfrastruktur gefeiert haben. 35 Prozent Erhöhung des Netzentgeltes für jeden Stromkunden in 2023. Damit sind Sie das teuerste Bundesland in ganz Deutschland bei den Netzentgelten. Und mit 8,93 Prozent von vorher, 6,59 Prozent, haben Sie den Strompreis ordentlich gesteigert. Und warum ist das so? Und hier zitiere ich mit Erlaubnis des Präsidenten. Ursächlich für den hohen Anstieg der Netzentgelte von Stromnetz Berlin sind die dramatischen Energiepreisentwicklungen für Gas, Strom beginnend im Jahr 2021. Und genau das ist der Punkt. Gut, auch ein Eigentümerland Berlin kann sich nicht auf die Entwicklung von Märkten einmischen und kann sich auch nicht entkoppeln von externen Effekten. Deshalb kann ich nur wiederholen. Ein Kauf der Vattenfallanteile an der Garsack und der Vattenfallwärme durch das Land Berlin ist keine tragfähige Option für die Zukunft. Und deshalb ist eine Rekommunalisierung abzulehnen. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 53 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 die Grünen unter der Nummer 4.6. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 54. Das ist der Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, Grünen und Linken. Auf Drucksache 19.801. Rechtlichen Rahmen für einen Kleingartenflächensicherungsgesetz prüfen. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Denn vorgeschlagen wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Verbraucher und Klimaschutz. Widerspruch höre ich dazu nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 55. Antrag der Fraktion der CDU auf Annahme einer Entschließung auf Drucksache 19.818. Ein Familienhäuser gehören zu Berlin. Bau auch zukünftig ermöglichen. Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Antrag heute zu vertagen. Widerspruch dazu höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 56 war Priorität der Fraktion der CDU unter der Nummer 4.1. Die Tagesordnungspunkte 57 bis 60 stehen auf der Konsensliste. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Plenarsitzung findet am Donnerstag, den 9. Februar 2023 um 10 Uhr statt. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist geschlossen. Die Sitzung ist geschlossen.